Und hey ho, es ist der 27.09.18 Uhr und das ist ein Mittwoch und somit wieder Zeit für Zelda. Diejenigen, die bei YouTube zugucken sollten, ihr wisst Bescheid, unten gibt es Kapitelmarken, dann könnt ihr vorspringen zum Spielstart und zu allen wichtigen Stellen im Spiel. Ja, ansonsten, es ist einiges passiert, es waren einige streamfreie Targets, nämlich zwei Stück und bei Beeser-Fans waren es schön... Ah, die Lautstärke, ich habe da was vergessen. Aber hier, Tirachi, vielen lieben Dank für das Abo im vierten Monat, Dankeschön. Schön, dass du da bist, direkt mit Abo, perfekt, besser geht es gar nicht. Also dickes Dankeschön, viel Spaß mit den Emotes und natürlich der Werbefreiheit, Dankeschön. An der Stelle sage ich auch den anderen im Chat, natürlich, hallo, ich sehe den guten Drachenwächter, Asura, Black Spy, Beast Hunter, Alex, Steffi. Schön, dass ihr alle da seid, alle wieder super pünktlich. Sehr, sehr gut. Jo, wir haben letztes Mal bei Zelda, was haben wir da gemacht? Wir haben den vorletzten Kartografieturm gemacht und am Ende landeten wir in Kakariko. Und in Kakariko haben wir ungefähr 20.000 neue Aufgaben gekriegt, deswegen, das hätte ich in Titel reinschreiben sollen. Ich hatte Kakariko ganz vergessen, aber uns fehlt noch ein Kartografieturm und Kakariko. Das heißt, wahrscheinlich machen wir heute eher Kakariko und den Kartografieturm. Ja, warte mal, Kakariko. Genau, letzter Kartografieturm, Kakariko und dann letzter Tempel. Das ist die richtige Reihenfolge und das aktualisieren wir mal. Und ja, dann wissen wir Bescheid, was wir heute machen. Ja, herrlich. Wunderbar. Und Rotium, schön, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Gucken wir uns auch direkt die News an, weil das ist nämlich eine Menge und auch für euch was Schönes, weil es ist ein neues Gewinnspiel mit dabei. Einmal haben wir einen neuen Newsletter zu Pokémon Masters X und der enthüllt neue kommende Inhalte. Wer Pokémon Masters X spielen sollte, unbedingt nachlesen. Ich habe es immer noch nicht gespielt, aber habe ich mir auch fest vorgenommen. Dann wurde ein neues Spiele-Bundle angekündigt. Für Karmazin Purpur mit Add-on, also mit DLC bereits inklusive. Gemeinerweise, es wurde angekündigt, ohne einen Preis zu nennen. Das heißt, kein Mensch weiß, ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Ich vermute, wenn es wie bei anderen Spielen üblich ist, wird es wahrscheinlich der normale Vollpreis sein. Und das DLC ist einfach kostenlos. So ist halt das ganz klassisch. Kennt man ja von anderen Spielen auch. Lassen wir uns überraschen. Also noch ist nichts Genaues angekündigt. Am 3. November kommt es. Das heißt, wer Karmazin Purpur noch nicht haben sollte. Das gibt es ja bei Amazon oder anderen Geschäften immer wieder für 39,99. Der sollte vielleicht bis zum 3. November warten, weil dann bekommt er vielleicht das DLC noch sehr günstig dazu. Was es auf jeden Fall günstig gibt, sind nochmal 100 Pokébälle im Spiel. Die bekommt man auf jeden Fall als Bonus. Ja, als Bonus. Dann haben wir einen neuen Community Day mit Praktibike. Der wurde angekündigt für den 15. Oktober. Also in ungefähr 2,5 Wochen. Ja, so ungefähr. Und Praktibike ist ein schönes Pokémon. Könnt ihr euch dann in Shiny holen. Ja, hier sehen wir auch die Bilderchen von der Shiny Version. Sehr, sehr schick. Sehr schick. Und dann haben wir hier Bisa-Fans verlost mit Nintendo drei Spielepakete zu Pokémon Karmazin und Purpur. Vor knapp zwei Wochen ist der erste Part des Erweiterungspasses zu Pokémon Karmazin und Purpur erschienen. In die türkisgrüne Maske steht das Pokémon Ogapon im Vordergrund, zu dem einige Legenden in Kitakami erzählt werden. Damit ihr die Geschichte ebenfalls kennenlernen und mit euren Pokémon in das Gebiet aufbrechen könnt, verlosen wir in Kooperation mit Nintendo drei Pokémon-Gewinnpakete mit erster Preis. Nintendo Switch OLED Modell Karmazin und Purpur. Oh, das richtig schöne. Die hätte ich auch gerne. Und einmal Karmazin oder Purpur als Edition, wahlweise. Und einmal das DLC. Also ein richtiger Rundum-Paket für jeden Pokémon-Fan. Richtig gut. Zweiter und dritter Preis einmal Karmazin oder Purpur mit DLC. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr eine Antwort an gewinnspiel-at-bisa-fans.de auf folgende Frage schicken. Welches ist euer Lieblings-Pokémon und welchen Terra-Typen würdet ihr ihm geben? Nach Tara? Und im Unlicht? Nein, nein, nein. Natürlich Bisa. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Ihr müsst da was Vernünftiges hinschicken. Und wenn ihr es bis zum 1. Oktober macht, dann könnt ihr gewinnen. Und ihr könnt eure Gewinnchance scheinbar noch erhöhen, wenn ihr bei X, Instagram oder Facebook mitmacht. Ja, und dann was haben wir noch? Hier Update 4.20.0 für Pokémon Café Remix veröffentlicht. Auch mit ein paar schicken neuen Sachen drin. Und Wartungsarbeiten und ein neues Update für Pokémon Sleep angekündigt. Da gibt es inzwischen ziemlich viele Updates, oder? Pokémon Sleep ist eigentlich so eine kleine App. Und das ist glaube ich schon das dritte oder vierte Update innerhalb eines Monats. Ich wünschte, bei Karmazin und Purpur würde es so viele Updates geben. Aber vielleicht ist das Sleep auch so buggy. Ich weiß nicht. Wollte ihr auch reingucken? Habe ich noch nicht gemacht. Und Wartungsarbeiten für Pokémon Home angekündigt. Und die gibt es am 27. September. Das ist heute. Von 2 bis 8 Uhr. Das war heute. Alles klar. Was gibt es da Neues? Mit dem Ende der Wartungsarbeiten wird die Version 3.1.1 von Pokémon Home für Nintendo Switch und Mobilgeräte veröffentlicht, die vor Benutzung heruntergeladen werden muss. Inhalte der neuen Version sind noch nicht bekannt. Okay, dann lade ich sie runter und dann sage ich euch Bescheid, was da Dramatisches Neues ist. Wenn ich sie rausfinde. Und ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden. Blackspy hat Nachtara und Geist. Das ist auch eine schöne Kombo. Das ist auch gut. Schön als Konter, ne? Wenn einer mit einem Kampf-Pokémon kommt. Ha! Sehr, sehr gut. Moin! Was ist kein Pokémon? Aber nochmal zum Abgleich. Habe ich es jetzt vorbereitet. 5 mal Alola Geowatz, 5 mal Alola Sandan. Bin bei 5 mal Axanthor und 5 mal Alola Wulpix. Wenn ich es schaffe, versuche ich noch 5 mal Galas Mock Mock. Blackspy, ich sehe, also am Freitag brauchst du 25 Tausch-Pokys. Okay, werde ich vorbereiten. Sehr, sehr gut. Schade, dass ich es schon habe. 3.11. wäre mein Geburtstag. Nein! Ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, weil wahrscheinlich ist es DLC wirklich sehr günstig dabei. Andererseits, guck mal, wir hatten jetzt 2 Monate eher schon Spaß damit. Also ja, aber für diejenigen, die halt in der Ecke es sich erst kaufen wollen oder zu Weihnachten wünschen wollen, denke ich mal, das könnte ein schöner Stapper werden. Also so gesehen, schöne Sache. Und Asurai! Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch jemand spielt. Och ja, wie gesagt, ich denke mal, nicht jeder hat das Geld gehabt. 35 Euro für ein DLC ist schon eine Menge Geld. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige das durchaus zu Weihnachten bekommen. Und vielleicht hat man auch Geburtstag. November, Dezember in der Ecke. Und dann wünscht man sich es auch dafür. Also von den älteren Spielern, ja, wer es da haben will, der hat es sich sicherlich schon geholt. Aber den Jüngeren, ich meine, Taschengeld ist begrenzt. Ja, also wenn man, weiß nicht, 5 Euro, 10 Euro pro Woche Taschengeld bekommt, ja, oder pro Monat 20, 30 Euro, dann muss man gucken, was man damit macht. Und deswegen 35 Euro, das ist für viele, viele, ja, Kinder und Studenten, das ist eine Menge Geld. Und daher, ne, ja. Aber gut, bei Bisa-Fans, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, könntest ihr kostenlos kriegen. Das ist das Allerbeste. Zwei Dinge habe herausgefunden. Kitakami DLC hängt vom Spielstand ab. Level sind angepasst. Blaubeer Akademie ist in ein All. Hint auf Black, äh, Schwarz-Weiß-Remake. Zumindest ist das wirklich interessant. Kitakami in Japan, Paldea größtenteils in Spanien und Blaubeer Akademie, Umgebung New York. Hat HGSS-Vibes? Oh, ja, ist was dran? Ich würde nichts dagegen haben. Gerne, gerne. Ein Schwarz-Weiß-Remake fehlt genauso wie XY. Also die beiden sollten noch ein Remake bekommen, damit alles einfach mal genießen können, ne? Was für Spiele wir hatten. Und Dark Evoke, hey! Und Weini, hallo ihr Lieben! Und hier, Jirachi denkt an mich. Direkt rein mit der guten Lonlon-Milch. Weil wir stürzen uns gleich ins Abenteuer. Hm. Ah, ehrlich. So, das neue Terra-Pokémon ist auch schon bekannt. Hisui-Silvaro. Wusch? Okay. Aber Hisui-Silvaro gab's ja schon. Okay, okay. Okay. Die Aussage war auf Pokémon Masters X bezogen. Ah, ah, okay. Ich hatte mich gerade ein bisschen gewundert. Dann passt das auch. Es gibt Streamer, die sind noch nicht durch mit Kitakami. Dann haben die noch nicht angefangen. Dann sind die deswegen noch nicht durch, weil die noch nicht angefangen haben. Weil das gute DLC kam vor ... Wann kam's denn? Hab's vergessen. Vor ein, zwei Wochen kam's raus. Und deswegen, ja. Ich denke mal, diejenigen, die regelmäßig streamen, die meisten streamen ja zwei, dreimal die Woche. Und die müssen es dann auch langsam durchhaben. Weil so schrecklich lang ist die Spielzeit ja nicht. Außer man streamt es einmal die Woche. Also gut, diejenigen Streamer, die vielleicht nur Pokémon einmal die Woche streamen, dann, die brauchen vielleicht nochmal eine Woche mehr. Aber ich denke mal, die meisten haben das relativ zeitnah durch. Also wenn man noch nicht fertig ist, dann in den nächsten paar Tagen. Und Panther Blackhead, schön, dass du da bist. Und Sleep Connoisseur. Und so, hallo. Yes. 13.09. kam's raus. Dankeschön. Also genau zwei Wochen. Heute vor zwei Wochen kam's raus. Okay. Hab ich schon mal ganz vergessen. Aber stimmt, es war ein Mittwoch gewesen. Wir haben es am ersten Tag gespielt. Weil ursprünglich wollte ich ja Zelda spielen. Und ja, ja. Es war Mittwoch gekommen. Richtig. 13.09. Genau, jetzt wo es Steffi gepostet hat, dann macht bei mir auch wieder Ding Dong. Und dann weiß ich Bescheid. Also nach zwei Wochen doch. Ich denke mal, die meisten, weil viele spielen es ja auch vom ersten Tag an. Und dann zocken es direkt durch. Deswegen, ganz viele haben es ja in zwei, drei Tagen bereits durchgehabt. Oder in einem Tag. Haben wir auch gesehen. Die haben am zweiten Tag schon einen Speedrun gemacht. Und die meisten anderen, ja. Sobald die es anfangen, haben die es kurz danach fertig. Weil es ist ja nicht so lang. Was einerseits schön ist, ne. Aber andererseits, für die 35 Euro, ja. Da kommt hoffentlich noch was hinterher mit dem zweiten DLC. Wird eigentlich Ultrasonne bald gespielt? Äh, so bald nicht. Das wird noch dauern. Wir haben ja noch drei Spielewünsche offen. Nämlich von Finn. Red Dead Redemption 2. Von Vino. Zelda Twilight Princess. Und von Kajo Deponia. Das heißt, die drei machen wir. Mindestens einen Stream lang. Und ich hab's ja schon gesagt. Ähm, ich würde ja am liebsten alle drei Spiele komplett durchspielen. Weil ich auf alle richtig Bock habe. Aber, ähm, ja. Wahrscheinlich eins davon wird's werden. Und ich neige momentan am meisten zu Red Dead Redemption. Äh, aber dass das Problem ist, das ist wahrscheinlich das längste von allen dreien. Äh, Deponia kann man vielleicht wirklich relativ gut durchspielen. Weil Deponia ist vielleicht in drei oder vier Streams durch. Ja, äh, bei den Point-and-Click-Adventures, die sind meistens nicht so gigantisch. Außer man bleibt beim Rätsel hängen. Ja, und deswegen, also, Ultrasonne, Ultramond. Bis wir spielen, ich denk mal, mindestens noch zwei Monate. Davor ist keine Zeit da. Wir müssen erstmal Zelda durchkriegen, ne. Und, ähm, bis wir Zelda durch haben, das dauert. Hm, würde ich gerne zuschauen, da ich nie Sonne, Mond gespielt hab. Alex, wir werden's auf jeden Fall spielen. Deswegen hab ich mir extra die Capture-Card für DS geholt. Und 3DS. Äh, die liegt seit Mai jetzt hier rum. Aber, ja, es ist momentan zu viel anderes. Und Gesu, hey, schön, dass du da bist. Wunderbar. Ja, zu viele gute Games. Gibt einfach zu viele geile Games. Ja, ja, und wir haben da die meisten noch gar nicht gespielt. Ich hab jetzt gesehen, bei Humble Bundle kam jetzt auch, ähm, wo war die Abbuchung jetzt gestern gewesen? Oder vorgestern? Das heißt, da hab ich jetzt auch das wunderschöne, ähm, Borderlands-Spin-Off mit, äh, Tiny Tina. Tiny Tina Wonderland. Das will ich auch spielen. Vermutlich eher nicht im Stream. Wobei, das wär auch im Grund auch noch so ein Titel, der vielleicht auch für euch lustig ist. Weil, äh, Borderlands ist so, ist zwar ein Shooter, aber der nimmt sich nicht so ernst. Ja, und deswegen, dadurch ist er wiederum auch ganz sympathisch, weil der ist nicht so blutig oder sowas. Der ist, äh, lustig. Ah, wie wäre es, wenn wir die Zuschauerwünsche sonntags machen? Habe ich tatsächlich auch überlegt. Solange wir ein Spiel exakt einmal spielen, wäre das eine Option. Ja, das heißt, äh, am Sonntag statt so abends zwei Spielebuch, Musikquiz, könnte man da immer das eine Spiel spielen. Hatte ich auch mal vor vielen Monaten angekündigt, dass Sonntag generell so ein Tag sein könnte, an dem wir generell neue Spiele entdecken. Einfach mal irgendein kleines Spiel spielen aus meiner Liste, ne, also Ausrufezeichen Liste. Äh, da ist ja noch einiges und da gibt's ja viele kleine Titel. Das bietet sich für den Sonntag tatsächlich immer sehr, 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 sehr gut an. Ähm, ja, also, auf jeden Fall, äh, eine supergute Option und, ja, müssen wir eventuell auch machen. Hm, ich spiel gerade Pokémon Radical Red ist ein Hack von Feuerrot, der ist echt schwer. Okay, radikales Rot. Klingt auf jeden Fall heftig, weil Trainer Rot auch, äh, bekanntlich ziemlich stark ist. Lustigerweise, Trainer Blau hört man nie, aber Trainer Rot, der ist ein bisschen berüchtigt. Tiny Tina Wonderland ist auch toll. Ja, ja, deswegen. Ich bin ja so ein kleiner Borderland-Fan, ne. Borderland, seitdem ich den zweiten Teil damals entdeckt hatte, total gehypt. Äh, es ist gewöhnungsbedürftig, vor allem die Grafik, ne, am Anfang. Es ist Cell Shading. Es ist ein bisschen so wie mit Zelda. Ne, die neuen Zeldas, die sind auch grafisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und Borderlands, es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Aber wenn man einmal drin ist, ist das Spiel so gut. Es hat einfach dieses, äh, besseres Item-Farmen wie Diabolo, ja. Und das aber mit einer etwas schickeren Grafik. Beziehungsweise schicker. Es ist also 3D-Perspektive, statt halt Diabolo-isometrisch, ne, Vogel-Perspektive. Aber Borderlands oder jetzt vermutlich auch Tiny Tina Wonderland, großartig. Sehr wahrscheinlich. Äh, Sandland sieht interessant aus. Das kenne ich noch nicht. Äh, Sobisa wird jetzt leiser gestellt. Tochter will Sailor Moon gucken. Schön, wenn das Kind nach einem selbst kommt. Sailor Moon und Pokémon-Fan. Oh, Sailor Moon. Auch eine Serie, die ich mir mal angucken muss. Ich hab damals immer einen Bogen drum gemacht, weil das ist eine Mädelserie, denke ich mal. Und, äh, für mich wahrscheinlich nicht so interessant. Obwohl ich wiederum Kamikaze Kaito-Jan, hab ich ja sehr gerne geguckt. Ist auch eine Mädelserie. Und ich glaube, Sailor Moon geht in eine ähnliche Richtung. Ja, muss ich mir mal angucken. Äh, Radical Red hat nur wenig mit Trainer Rot zu tun. Das ist eher eine Art Kai-So-Hack. Okay, Kai-So-Hack sagt mir auch nix. Und, Ludi, schön, dass du da bist. Ey, Sandland wird erst noch veröffentlicht. Trailer gesehen. Okay, weil Sandland, ich hab keine Ahnung, was das sein könnte. Aber ich würde auf Jump'n'Run tippen. Es geht nicht um Trainer Rot da. Die KI-Gegner haben Competitive Movesets, Competitive Items und so weiter. Bekommst aber alle Tools, um das Spiel zu schaffen. Ah, also ein bisschen so wie bei Pokémon Revolution Online. Das war auch sehr schön gewesen. Ja. Nee, nee, aber ich kam nur von dem Namen her. Radical Red dachte ich halt so, es ist genauso schwer wie der Kampf gegen Trainer Rot. Und so wie es jetzt beschreibt, Trainer Rot ist ja bekannt berüchtigt als schwerer Gegner. Und das Spiel klingt auch schwer. Also ich glaube, vielleicht ist da wirklich so eine Anspielung in der Richtung gedacht. Sailor Moon haben alle geschaut, unabhängig vom Geschlecht. Okay, also für mich war es immer vom Vorurteil her einfach eine Mädelserie, weil da die ganzen Hauptcharaktere weiblich sind. Vermutlich gibt es auch ein paar Side-Charaktere, wie bei Kabikaze Kaito-Chan, die auch männlich sind. Aber ja, ich habe glaube ich noch, doch, warte, da gab es einen maskierten Typen. Ich glaube, so einen maskierten Typen gab es da auch. Ja, aber ich habe von Sailor Moon keine Ahnung. Muss ich irgendwann mal nachholen? Auf jeden Fall. Meine Kleine schaut immer mit dem Papa Dragon Ball und mit mir Sailor Moon, Bi-Anime-Erziehung. Ah, das ist eher gut. Aber interessant, ne? Ein kleines Mädel Dragon Ball. Hm. Also ich fand Dragon Ball sehr hardcore in Sachen Länge der Kämpfe. Aber gut, die erste Staffel geht noch, ne? Die erste Staffel mit dem kleinen Son Goku, die war süß. Doremi und Pretty Cure-Fan hier. Die habe ich, glaube ich, beide nicht gesehen. Doremi mal eine halbe Folge. Aber meine Schwester fand es super und deswegen wahrscheinlich auch toll. Pretty Cure. Ich glaube, da kenne ich nur das Intro. Ja. Es gibt sogar Transgender in Sailor Moon. Auch, okay. Bisher wusste ich nur, dass es in Harry Potter, ne? Harry Potter, nee, Hogwarts Legacy, so heißt das Teil. Da gibt es einen Transgender-Charakter. Und ja. Aber wenn es in Sailor Moon drin ist, wahrscheinlich in den neueren Staffeln, ne? Nicht in den ganz alten. Okay. Und Sandy, schön, dass du da bist. Hey. Aber da wir gerade bei Anime sind, auch nochmal ein gutes Thema. Ich habe nämlich zufälligerweise heute geguckt, was nächste Season an neuen Folgen kommt in Japan. Und ich war ziemlich überrascht. Es kommt sehr viel. Guckt mal hier. Da sehen wir jetzt, was ab Oktober kommt in Japan. Da kommt nämlich unter anderem Shield Hero. Shield Hero Season 3. Da bin ich sehr gehypt. Goblin Slayer Season 2. Bin ich auch gehypt. Auch Top-Serie. Dann Spy Family Season 2. Bin ich auch gehypt. Also es sind schon drei Folgen, die richtig gut sind, auf die ich gehypt bin. Dann haben wir, ähm... Gut, Dr. Stone. Vielleicht sind da einige von euch gehypt. Ich nicht. Aber es ist auch eine Top-Serie. Tokyo Revengers. Ja. Auch eine meiner Lieblingsserien. Paladin of the North. Das ist auch richtig gut. Also da bin ich auch richtig, richtig, äh... gespannt. Und dann haben wir noch, glaube ich, eins gehabt. Ähm... Death Mount... Death Mount... Death Play. Das fand ich auch richtig gut. Also, äh... Nachdem die aktuelle Season ziemlich schwach war, da war fast gar nichts Brauchbares dabei. Äh... Ja. Aber die nächste Season. Fünf Serien, auf die ich mich schon mal freue. Fünf reine Fortsetzungen. Die neuen Sachen haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Aber, äh... Ja. Ich bin... Ich freue mich da. Ich freue mich auf die nächste Season. Das heißt, in ungefähr ein, zwei Wochen, dann starten all die tollen Serien. Und ja, das ist heftig. Das ist heftig. Findest du immer so süß, wie Robert das mit G ausspricht? Was spreche ich mit G aus? Mit G. Lugia. Lugia, ne? Da sage ich ja nicht Lugia, sondern Lugia. Und dann meinst du ein anderes Wort, weil Lugia habe ich nicht gesagt. Transgender. Ach so. Ach, meint ihr Transgender. Man kann es auch Transgender aussprechen. Aber Transgender wird geschrieben. Und das ist Deutsch. Ja. Ich benutze das Wort normalerweise nicht. Transgender wäre mehr so Englisch angehaucht. Aber ja. Dafür bin ich nicht hip genug. Sorry. Fansgelol. Hey. In den alten Serien auch. Leider wurde es außerhalb von Japan vertuscht. Ah. Wie bei Pokémon. Da wurde ja auch die eine Folge zensiert mit Jesse und James im Bikini am Strand. Das war auch zu viel des Guten. Wo schaut ihr die ganzen Anime? Fansgelol. Da muss man leider sehr flexibel sein. Ganz generell. Crunchyroll ist die beste Anlaufstelle. Ja. Die beste, günstigste. Weil im Grunde kostenlos. Für NSD-Qualität. Und ungefähr 5 Euro pro Monat für HD-Qualität. Ansonsten in Englisch High Dive, Hulu. Das sind sehr gute in Englisch. Da brauchst du allerdings die Möglichkeit auf der Seite gucken zu können. Also du musst dann quasi sagen, ich komme aus Amerika und ich will deswegen in Amerika gucken. Es gibt auch noch andere Anbieter, teilweise Amazon Prime. Die haben aber in der Regel sehr, sehr wenig. Ein bisschen was haben die auch. Gerade Overlord hat Amazon auch. Aber nicht alles. Nicht alles. Aber Crunchyroll ist normalerweise der beste Anlaufpunkt. Es gibt auch Anime on Demand. Es gibt noch ein paar andere Anbieter. Aber wie gesagt, Crunchyroll vermute ich ist der beste Anlaufpunkt in Deutschland. Und in England halt, ja, Hulu, High Dive. Da laufen extrem gute Serien. Und ja, man muss bei Anime flexibel sein. Ja, die ersten Folgen werden oft bei YouTube hochgeladen. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, wo lasse ich mein Abo da, damit ich irgendwas gucken kann, falls man abonnieren muss, dann immer die erste Folge erstmal bei YouTube angucken. Das wird legal hochgeladen, gar kein Thema. Von den jeweiligen Anbietern. Also Crunchyroll hat einen ganz großen YouTube-Kanal. Und da könnt ihr euch das Ganze immer in der ersten Folge zumindest erstmal angucken und überlegen, oh, gefällt mir das generell? Ja, nein, vielleicht. Und Quader, schön, dass du da bist. Hey, habe kein Premium bei Crunchyroll. Kennt deshalb bei coolen Anime nur erste Folgen, beziehungsweise Staffeln, weil man es sonst kaufen muss. Nee, Crunchyroll hat eine Woche Verzögerung. Du kannst alles komplett gucken, aber du hast bei den neuen Folgen immer eine Woche Delay. Also guckst eine Woche später. Was aber keine große Rolle spielt, weil solange nicht dein gesamter Freundeskreis als die eine Serie gerade guckt, ja, wenn das der Fall sein sollte, hast du Pech gehabt, dann spielt es keine Rolle. Also meistens ist man eh der einzige Anime-Fan in der ganzen Gegend. Und dann, ja, dann spielt die eine Woche Verzögerung keine Rolle, weil keiner kriegt das mit. Aber wenn natürlich deine ganzen Kumpels, die haben ein Crunchyroll-Abo und du hast es nicht, dann werden die immer eine Woche vor dir wissen, was passiert. Und dich spoilern. Ja, dann sollte man sich vielleicht doch überlegen, die fünf Euro dazulassen. Aber es lohnt sich dann auch tatsächlich, weil das Angebot von Crunchyroll ist wirklich sehr gut. Ach komm, Robert, wir haben in den 2000ern Ranma einen Hype angeschaut. Transthemen, bevor es so gesamtgesellschaftlich relevant wurde wie heute. Ach, Ranma war so schön. Ranma war auch hier richtig lustig. Da gab es keine Kämpfe über zehn Folgen. Ranma war Spaß pur. Und ein bisschen Action. Und Muckimucki. Hallo, hallo, hallo. Wie schaue ich ohne Zahlung eine Woche später? Ist okay, aber wie? Das ist einfach so. Du kannst es einfach angucken. Wenn du jetzt zu Crunchyroll hingehst, hast du die Anime-Serien aus der letzten Season komplett im Angebot. Halt in SD-Qualität, aber das spielt normalerweise keine große Rolle. SD-Qualität reicht ja. Und Time Inspector, hallo. Heute ist nicht mein Tag. Wieso? Musst du eine neue Switch kaufen? Nein! Ist die alte Switch kaputt? Hoffentlich ist die Speicherkarte wenigstens noch gerettet worden. Weil nicht, dass die ganzen Spielstände auch noch weg sind. Ich meine, so schlimm genug, dass die Switch kaputt ist. Das ist schon hier eine Totalkatastrophe. Aber mit Spielständen, das wäre noch schlimmer. Aber andererseits ein Muckimucki. Wir haben es vorhin gehabt. Bei Visa-Fans gibt es ein Gewinnspiel. Da kannst du eine neue Switch OLED gewinnen. Wo haben wir das hier? Nintendo Switch Gewinnspiel. Oben links ist der Button. Draufdrücken. Und dann könnt ihr euch eine neue Switch OLED im Karmesin-Purpur-Design abholen. Oder die Spiele mit DLC. Ja, also entweder ein cooles Paket. Switch OLED mit Karmesin-Purpur mit DLC. Oder Karmesin-Purpur mit DLC. Und dafür müsst ihr nur eine Frage beantworten. E-Mail abschicken. Und dann habt ihr eine tolle Gewinnchance. Ja, also wer noch zufällig einen neuen Switch braucht, würde ich mitmachen. Ja, hat sich überhitzt. Spielstände habe ich zum Glück noch. Okay. Dann ist es zwar trotzdem super ärgerlich. Aber immerhin hast du eine Spielstände. Weil Spielstände ist ultra fies. Das sind ja teilweise tausende Stunden von Spielzeit. Und wenn die weg wären. Aber gut. Dann hoffentlich kriegst du eine schöne neue Switch. Es könnte ja noch Garantie drauf sein. Je nachdem, welche du hast. Weil meine hätte noch Garantie. Ich habe ja die Switch OLED. Und ja, ich hätte noch ungefähr einen Monat Garantie. Oje, oje, oje. Wenn die nächsten Monate kaputt geht, habe ich keine Garantie mehr. Weil ungefähr vor zwei Jahren habe ich sie gekauft. 2021, ne? Eieieiei. Ne, fünf Jahre alt? Okay. Dann ist keine Garantie mehr. Du kannst natürlich auch an Nintendo einschicken. Vorher am besten beim Support fragen. Und mit ein bisschen Glück reparieren sie es dir günstig. Aber meistens, glaube ich, lohnt sich fast eine neuere. Psst, du verringerst meine Chance auf eine OLED. Blackspy, sorry. Sorry. Ja, aber bei Pokémon ist das ja besonders dumm. Switch speichert die Spielstände auf die interne Festplatte. Kann man es gar nicht umstellen. Kann man es gar nicht umstellen. Das ist dann doof. Ja, dann. Ja. Aber vielleicht ist ein bisschen was gerettet. Vielleicht kann man doch irgendwas retten. Hab mir schon eine neue geholt. Okay, dann hast du schnell gehandelt. Ja, inzwischen sind die auch, glaube ich, im Handel gut verfügbar. Ich weiß, als ich meine holte, meine Switch OLED jetzt vor zwei Jahren, da war nichts erhältlich. Da musste ich richtig suchen. Zwei Wochen habe ich gesucht, bis ich sie irgendwo gefunden habe. Zum Glück zum normalen Preis, weil meistens gab es sie noch teurer. Vor allem Ebay, ne? Ebay ist immer teuer. Ich weiß, es waren 359. 359 war die Switch OLED, als sie frisch rauskam. Inzwischen wahrscheinlich auch bei 299 oder sowas, ne? Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung. Was kostet eine Switch OLED heute? Switch OLED. Mal schauen. 309, 329, 312, 329, 349. Oh, Amazon am teuersten. Okay. Also Mediamarkt wäre hier mit 329. Saturn auch. Gut, ist ja die gleiche Bude. Aber Cleverbuy 309. Cleverbuy kenne ich nicht. Aber der Preis ist immer schön. Netto Online. Die kennen wir auch. Das sollte auch halbwegs seriös sein. 312 und 3 Euro für Sand. Also Netto Online wäre das bekannteste, seriöse, wo man eigentlich bestellen könnte, denke ich mal. Also für ungefähr 315 Euro, 316 Euro. Und wenn Cleverbuy auch seriös ist, kann man da auch bestellen. Hätte ich schon gedacht, dass es bei 299 ist. Wahrscheinlich zu Weihnachten, ne? Zu Weihnachten Switch OLED dann 299. 320, sehr gut getippt, lieb Konnoisseur. So sieht es aus. 320, also mit für Sand ungefähr 320. Sehr, sehr, sehr gut. Hab meine Switch noch nicht so lange? Okay, dann musst du ja nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Spielchen, weil wir haben noch was zu tun. Wir haben noch was zu tun. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wir haben ja nicht nur den Kartografieturm, sondern nach Kakariko auch noch. Und Kakariko, da wollten wir schon ganz am Anfang vom Spiel mal hingehen. Also ganz, ganz am Anfang. Im ersten Stream. Ja, das habe ich immer aufgeschoben, aber jetzt sind wir in Kakariko und jetzt wird alles gut. Hoffe ich mal. So, das Billigste, was ich gesehen habe, eben geguckt, 288. Oh, geht es noch günstiger? Alles klar. Ja gut, man kann bei Seiten gucken, wie Geizhals und wie heißen die anderen. Gibt es so ein paar Seiten. 288, natürlich noch sympathischer, klar. Also ich habe gerade nur ganz, ganz schnell mal geguckt, da waren es die 316 Euro. Und ja, bei Amazon interessanterweise 349. Also Amazon war in dem Fall das teuerste. Also normalerweise bei Amazon kann man Schnapper machen, man muss die Sachen mal beobachten. Es ist immer so, wenn ich bei Amazon was bestelle, immer so ein, zwei Wochen erstmal beobachten und gucken, haben die Dinger Preisschwankungen und das ist mehr als nur manchmal der Fall. So, wo stehen wir hier rum? Was habe ich da für eine große Keule? Hm, wieso sind wir dort? Wir müssen da unten hin und nach Kakariko. Machen wir zuerst den Kartografieturm. Wobei wir haben unten nicht mal irgendwas, wo wir hinfliegen können. Dann können wir auch erstmal Kakariko fertig machen und dann runterlaufen. Was ist das hier oben für eine gelbe Markierung? Wieso haben wir da eine gelbe Markierung? Und dann gehen wir zur gelbe Markierung. Ist das ein Turm? Ist das ein Schrein? Hier ist ein Turm. Der ist viel zu weit weg. Von hier aus könnten wir auch nach links einfach laufen. Wir laufen zur gelben Markierung. Vielleicht finden wir unterwegs noch andere tolle Sachen. Ach, wir haben mir Dummster geholfen. Hätte ich mir mal eher umgedreht. Was ist das für eine Waffe? Eine 30er Waffe. Habe ich nichts Einfaches mehr? Hier. Wir haben noch andere Sachen. Ich kann doch nicht mit 30er Waffen rumlaufen. Ist ja gecheatet. Achso, und kochen sollten wir. Wir gehen dann in die Wüste zu den Gerudos und da ist es immer sehr, sehr heiß. Bei Gelegenheit muss ich unbedingt irgendwas mit Chilis kochen. Ein Blob. Ah, das ist der Blitz-Blob. Nix wie weg. Juno, einmal draufhauen. Okay, ich mache es selber. Und weg. Weil die Eis-Blobs und die Elektro-Blobs die explodieren und das ist immer unangenehm. Also wenn ich Crunchyroll schaue, ist ab Staffel 2 alles mit Premium. Bei welcher Serie? Normalerweise kannst du die Serie mit einer Woche Verzögerung gucken. Oder haben die es geändert? Haben die es heimlich geändert? Da muss es aber kürzlich passiert sein. 10 plus 11. 11.10. Prime Day. Dann sollte was machbar sein. Auch mit 50 Euro monatlich. Genau, Amazon Prime Day ist ja jetzt auch am 10. 11. 12. Oktober. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal ein Schnäppchen machen. Gerade Elektrogeräte sind dann durchaus mal ganz gerne ein bisschen reduziert. Stimmt, stimmt, stimmt. Guter Hinweis. Und wer mich auch noch nebenbei reich machen möchte, der kann auch hier meinen Amazon-Partner-Link nutzen. Ausrufezeichen Amazon. Oder bei Bisa-Fans könnt ihr den Link auch benutzen. Da ist der gleiche Link auch zu finden im linken Seitenmenü. Ich hätte gerne hier alle Äpfel, aber das ist... Früher war es mit der Bombe ganz einfach möglich. Jetzt ist es ein bisschen fummeliger. Schaffe das ohne Austreibungsspiel alleine auf Mitte nicht. Mag mir jemand dabei helfen? Okay, Quader auf jeden Fall. Da findest du bestimmt ja jemanden im Chat, der dir hilft. Weil dann schaffst du es auf jeden Fall. Mittel haben wir auch geschafft. Deswegen, das klappt. Und wenn du es nicht schaffen solltest, im nächsten Pokémon-Stream... Ich denke mal, wir werden das auch nochmal spielen. Wie kommen wir mit dem vorbei? Ich muss genau hinter den hin. Gehen wir links den Berg hoch. Ah, diese fliegenden Zauberer, die sind immer so nervig zu bekämpfen. Muss man mit dem Pfeil runterschießen und dann draufkloppen und ist immer anstrengend. Ich sollte echt mal einen Sub selbstständig kaufen. Sascha, gönn dir, gönn dir. Aber wenn du gelegentlich dabei bist, dann hey, du kriegst es auch irgendwann vielleicht geschenkt. Das passiert manchmal auch. Das war jetzt noch letzte Woche oder vorletzte Woche. Da gab es ja diese Sub-Bomben hier. Das war hier eskaliert ohne Ende. Also jeder, der anwesend war, bekam da einfach einen Sub geschenkt. Und das passiert immer wieder mal. So, weiß ich, einmal im Monat ungefähr. Dann eskaliert es total. Und Hightech, hallo. Ist das vor normaler Felsen? Der sieht irgendwie speziell aus. Der greift uns wieder an. Ach, da sind wir im Wald. Und da haben wir es schon. Cati hat erneut abonniert im siebten Monat. Cati, vielen lieben Dank für den so langen Support. Und weiterhin viel Spaß mit den Emotes und der Werbefreiheit. Werbefreiheit kann ich nicht oft genug wiederholen. Das ist das Beste. Weil, ja, ich habe es auch gesehen, wenn ich bei anderen Leuten mal ein VOD angucken will. Das ist der Horror. Das ist der Horror. Da ist so viel Werbung drin. Wenn man kein Abo hat, ne? Und mit einem schönen Abo habt ihr keine Werbung mehr. Das ist toll. Ich glaube, sogar inzwischen macht Twitch manchmal zu Beginn eines Streams zwei Werbeblöcke. Statt sonst wie früher bei einem. Also, es wird immer schlimmer. Und Twitch immer reicher. Ich leider nicht. Also, bei mir kommt nicht so viel an. Aber Twitch freut sich darüber auf jeden Fall. Deswegen. Man kann das nur mit einem Abo verhindern. Dann gibt es keine Werbung mehr. Oder weniger hoffentlich. Ja, ich kann gerne helfen. Brauche es auch noch. Okay, Weini und Quader. Dann ab. Gemeinsam schafft ihr es. Vor allem, wenn ihr noch eine Person mehr findet. Ich glaube, zu dritt kann man Mittel ganz gut schaffen. So. Da rechts sehen wir schon eine schöne Basis von den Frechen. So eine größere. Wir wollten zur gelben Markierung gehen. Weil bei der gelben Markierung muss ja irgendwas sein. Was haben wir hier unten für so eine grüne Säule? Oh. Und da ist ein Krogfreund. Erstmal hier die grüne Säule angucken. Ah, das ist hier so ein Baustellenlager. Da wächst irgendeine Blume. Sehr verdächtig. Sonnenflecken. Okay. Schöne Tierchen. Ich wollte gerade fotografieren, aber die sind schon wieder weg. Oh, wen haben wir doch der Wiese? Da läuft ein Läune rum. Äh, ja. Kennen wir den schon? Er hat uns noch nicht entdeckt. Ein blauer Läune ist das. Aber den kennen wir schon. Blaue Läune kennen wir. Das heißt, einmal auf der Karte markieren. Er ist noch ein Stückchen von uns entfernt. Ungefähr hier ist der. Wir müssen genau an dem vorbei. Wollen wir versuchen, den blauen Läumen zu verkloppen? Komm, wir probieren es mal. Einmal speichern, weil ich kenne mich ja. Manchmal macht Twitch sogar fünf Wärmeblöcke. Nein. Die kriegen einfach nicht genug. Fünf ist also echt. Irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Subs kommen meistens in der ersten Woche des Monats. Achso, meinst du, weil man am meisten Geld hat? Ich muss mal aufpassen. Ich habe da noch nicht so richtig aufgepasst. Tierchen, lasst mich in Ruhe. Ich will euch nichts tun. Ich will dem Läumen da was tun. Unser erster Läune. Jetzt hat er uns entdeckt. Was nehmen wir für Waffen gegen den Läumen? Wir hatten vorhin diese eine hier gehabt. Und die ist aber gegen Bergmaterialien gut. Nehmen wir hier das hier. Hammerschwert. Das klingt gut. Und nehmen wir das hier. 44. Magmarock Hammer. Ich will nicht die allerbesten Sachen nehmen. Die müssen wir uns aufheben. Aber ich glaube, gegen Läumen brauchen wir schon etwas, was ein bisschen stärker ist. Ein Glassy-Rockhammer. Der ist stärker bei Nässe. Wir haben keine Nässe. Ein blauer Hinox-Hammer. Notfallstärkung. Ja, die werde ich bald brauchen. Notfallstärkung. Da kann man dann switchen, wenn ich im Notfall bin. Wir starten mit dem Magmarock Hammer, würde ich mal sagen. Stärkung durch Sonanium. Magmarock Hammer. Das ist es. Und rüstungstechnisch. Was haben wir gerade angezogen? Ja, irgendwas. Nehmen wir die Schwimmhose. Die ist eine Stärke besser. Ja. Im Grunde, die Brustrüstung können wir auch ändern, weil er hat uns ja jetzt gesehen. Nachdem er uns gesehen hat, spielt es jetzt auch keine Rolle mehr. Dann können wir auch das noch nehmen. Gehen wir ein bisschen mehr auf Angriff. Ja, dann schauen wir mal nach, was wir machen können. Wo ist der Gute? Da ist er. Da lacht er uns an. Und der Cheater kommt gleich mit dem Bogen. Er hat einen Dreifachschuss. Haha. Ist das herrlich. Ein Schlag von ihm und wir sind instant... Aha. Es gibt Channels, da laufen acht Werbeblöcke. Eventuell auch mehr. Dann hat man es aber eingestellt. Ich habe bei mir Werbung maximal runtergedreht. Also mehr runterdrehen kann ich es nicht. So. Ich habe nicht richtig gespeichert. Also speichern wir nochmal mit der richtigen Ausrüstung. Aber ich glaube, irgendwas lief gerade ein bisschen schief. Ich wollte den eigentlich besiegen. Und ja. Er wollte nicht so richtig. Haben wir keine andere Hose, die uns auch etwas Gutes gibt? Bei Hitzeangriff. Hahaha. Da ist keine Hitze da. Ne, 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 Schwimmhose. Die hat drei Verteidigung. Bogen 26. Oh, das müsste ausreichen. Okay. Nochmal speichern. Und auf ein neues. So, habe noch eben meine Unterlagen sortiert. Und morgen darf ich dann unterzeichnen. Ah, neuer Arbeitsvertrag, ne? Asura. GG. Super gut. Den blauen Läunen besiegst du im First Try, ohne getroffen zu werden. Nackt und mit Stöcken. Äh, hatte ich auch gedacht. Aber der hat gecheatet. Der hat wieder gecheatet hier. Das war in Wirklichkeit ein, ein schwarzer, schwarzer Läune und nicht ein blauer. Und deswegen. Der hat sich falsch angemalt, anders angemalt. Hier, Cheetah. Ich bin da. Wer noch? Juno hat ihn verfehlt. Nein. So geht das. Cheetah. Ich würde gerne eine Ausweichrolle machen. Cheetah. Ich glaube, der war fast K.O., oder? Wir haben ein paar Sekunden länger gelebt diesmal. Ich vermute, man muss bei dem blocken. Das muss ich mich erinnern, wie blocken ging. Also anvisiert habe ich ihn schon mal. Ich hatte einen Schlag geblockt, aber musste er zurückschlagen. Der Schlag Konter, der war, glaube ich, links. Schild ausrüsten, anvisieren und dann X drücken oder Y. Eins von beiden war es. So. Juno. Mit Juno eröffnen wir den Kampf. Da ist er. Juno, nicht weglaufen. Ich brauche dich. Da ist er. Da ist unser Cheetah. Juno ist einfach drüber geflogen. Okay, der hat einfach unseren Schlag ignoriert. Guck mal, er hat schon ein Viertel von Energie verloren. Und, ähm, ja. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Das klappt nur nicht so richtig. Haben wir ein bisschen länger überlebt? Vielleicht so eine halbe Sekunde länger wieder, ne? Willst du ein paar Tipps haben? Nein, 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 nein. Ich weiß, dass man irgendwie auf den reiten kann. Aber da war eben nichts zu sehen, dass ich aufsteigen kann. Deswegen, äh, es geht irgendwie anders. Das muss ich allein rausfinden. Wir haben ja schon einige Läunen besiegt. Aber, ähm, noch nicht in dem Spiel hier. In dem Spiel ist das hier unser erster Kampf gegen den Läune. Und ich hab's Gefühl, wir gewinnen jetzt. Wir brutzeln ihn jetzt weg. Mit einem Headshot. Der Headshot macht gar nix. Ja, die arme Spurtechse. Fies weg. Wo ist meine Ausweichrolle? Gebt mir eine Ausweichrolle. Hm. Ich glaube, es war ganz knapp gewesen. Wir haben ihn fast besiegt. Hast du schon jedes Synthese-Item an einem Pfeil ausprobiert? Nee. Nee, 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 nee. Dafür gibt's viel zu viele Items. Ich bin lost? Nein. Ich hab hier einen guten Plan. So, so haut man drauf. Ach so, wir machen das Feuer ständig. Ja, das ist ein bisschen doof. Wieso mache ich eine Feuerwaffe? Nehmen wir mal das Teil hier. Deswegen hab ich verloren. Ich hab nicht die perfekte Waffe gehabt. So, Juno. Da ist unser Cheater-Freund. Nimm das! Haben wir ihn getroffen? Na, lass mich! Ach so, deswegen klappte Blocken nicht. Jetzt hab ich einen Zweihandsperr gehabt. Mit einem Zweihandsperr klappt Blocken nicht. Ich brauch noch einen Versuch. So, die Axe-Handtor sind auch fertig. Okay, Max-Pay. Ich freu mich auf Freitag. Gibt's auch immer schöne neue Axe-Handtor. Super, super. In dem Spiel ist es genauso. Nur, dass er eine weitere, nicht nennenswerte Attacke hat. Wenn die nicht nennenswert ist, dann ist die nicht so wichtig. So, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Hand frei. Das heißt, da können wir Blocken. Wobei ich meine, mich auch zu erinnern, dass Blocken bei dem generell schwierig war. Da gingen die meisten Schilder instant kaputt. Das war damals gewesen. So, das Ding kann einfrieren vielleicht. Das andere hat eben Feuer gehabt. Nehmen wir jetzt was zum Einfrieren. Klappt bestimmt besser. Wo ist er denn hin? Da ist er. So. Überraschungsangriff mit Juno. Okay, das war Triple Herzschuss von ihm. Nun, okay, ein Versuch noch. Ansonsten heben wir uns den für später auf. Wir haben heute unseren gnädigen Tag. Ja. Ist der Blaue irgendwie eine stärkere Version? Ich dachte, schwarz ist immer die starke. Nehmen wir das. Ja, das kann ich blocken, ne? Da haben wir nichts zum Blocken. Das ist mir zu stark. Wobei, gibt es bei dem etwas, was zu stark ist? Eigentlich nicht, ne? Alles, was wir hatten, hat eh keinen Schaden gemacht. Toll. Alles die doofen Zweihandwaffen. Mit denen kann ich nicht blocken. Ausweichrollen gibt es nicht. Ne, wir bleiben bei der Feuerwaffe. Ne, ich nehme die Eiswaffe. Rot, blau, schwarz. Silber, gold. Gold. Rot ist das allerstärkste oder, äh, gold. Ich befürchte, gold ist das stärkste, ne? Das heißt, blau ist gerade mal das zweitschwächste. So, Juno, komm mit. Und, droff. Ich glaube, wir haben nicht getroffen. Natürlich nicht. Ich glaube, wir haben nicht getroffen. Ich muss vielleicht mal gucken, wie man blockte. Das war's blocken. Ich habe mich erinnert. Es war ein bisschen spät. Es war die rechte Taste. Ah, mit A macht man den Konter beim Blocken. Jetzt habe ich alles durchprobiert. Jetzt können wir es schaffen. So war es zumindest in Brass of the Wild. Okay, rot, blau, schwarz, silber. Das ist die aufsteigende Stärke der Läunen. Ja, du hast noch nicht die goldenen getroffen. Asura kennt auch die goldenen. Du noch nicht. Aber gut, mir reichen auch die anderen. Ich weiß auf jeden Fall, am Ende der Hauptstory kommen auch die anderen noch. Oder damals mit dem DLC. Da kamen auch die stärkeren. Aber dass dann schon die blauen so heftig sind, ist schlimm. Hier. Nimm das. Schocke. Wieso hast du mich getroffen? Cheater. Oh, wir haben ihn runtergeprügelt. Oh, jetzt kann man aufsteigen. Guck mal. Was machen wir jetzt beim Aufsteigen? Aber wir können es draufhauen. Wir machen keinen Schaden. Wir haben einfach keinen Schaden gemacht. Ich war das erste Mal auf den Läunen drauf. Läunen besteigen. Und ihm gefiel es nicht. Ja, goldene kenne ich auch. Die gab es allerdings nur in Brass aus Überhalt. Okay. Tatsächlich wurde offiziell ausdrücklich angekündigt, dass es zu Tears of the Kingdom kein DLC geben wird. Habt ihr mir im letzten Stream gesagt. Habe ich mich total gewundert, weil eigentlich, ich ging davon aus, natürlich kommt auch ein DLC. Aber das DLC bei Brass of the Wild war so großartig. Warum sollte es hier keins geben? Deswegen bin ich im Grunde sogar ein bisschen traurig, weil das hätte auf jeden Fall ein DLC noch verdient. Das sollte eigentlich ein Block werden, aber ja, nicht ganz. Hau drauf! Hau drauf! Ja, nimm das! Jetzt brennst du hier! Schurke! Ja, ja, ja. Die haben gesagt, dass TOTK gut ist, wie es ist und dass es keinen extra Content braucht. BOTW war auch super. Das brauchte auch kein extra Content, aber es war dadurch noch besser geworden. Warten wir es mal ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass in ein, zwei Jahren trotzdem noch ein DLC kommt. Oder vielleicht mit einem neuen Switch eine erweiterte Version. Irgendwie. Irgendwas in der Art. Und bis dahin, ich habe hier noch auf jeden Fall mehr als genug zu tun hier. Unter anderem mit den Läunen. Und vor allem dem hier. Das ist der Allerschlimmste. Das ist der Boss-Läune von allen. Dann gehen wir auf den Hügel hier hoch. Bekannterweise kann man vom Hügel aus runter besser kämpfen. Oh, wir haben ihn. Kann man nochmal draufklettern? Aber wir machen einfach keinen Schaden. Warum machen wir keinen Schaden? Ich habe das Gefühl, mit dem Schaden, ich mache irgendwas falsch. Oder müssen wir wirklich die beste Waffe nehmen? Wir haben ja noch ein paar bessere Waffen, die nochmal 10 stärker sind. Weil der hält einiges aus. Bisa will unbedingt ein DLC. Normalerweise bin ich kein DLC-Fan. Aber bei Zelda war es wirklich so ein schönes DLC gewesen. Da hätte ich es durchaus gerne nochmal. Ja. Ich sollte nicht in seinen Schuss reinlaufen. Du musst aber noch bedenken, dass Tales of the Kingdom schon ohne DLC umfangreicher ist als der Vorgänger. Außerdem gibt es ein DLC-Inhalte vom Vorgänger im neuen Teil. Außerdem gibt es einige DLC-Inhalte vom Vorgänger im neuen Teil. Achso, kann sein. Ja, momentan, wir haben noch viel zu entdecken. Wir sind bei weitem nicht fertig. Und es kann gut sein, dass ich hier den finalen Endboss der nächsten 20 Streams schon gefunden habe. Aber ich will ihn besiegen. Der kann doch nicht so schwer sein. 44er-Waffe. Das ist schon so mit das Beste. Wir haben nur eine Waffe, die noch besser ist. Aber ich will eigentlich blocken. Und blocken ist schon gut. Und das ist unsere einzige Einhand-Waffe. Oder wenn ich auf seinem Rücken drauf bin, wechsle ich auf eine Zweihand-Waffe. Das wäre auch ein Plan. So, Juno. Da ist der Cheater. Nimm das! Schurke! Nicht, nicht kriechen jetzt. Er schubst mich einfach mal kurz an und ich bin instant K.O. Sollte nicht in seinen Schuss reinlaufen und läuft in seinen Bogen. Ich habe den linken Joystick zu stark gedrückt und dann, wenn man den drückt und nicht nur bewegt, dann schleicht man. Ja, so geht schleichen. Also im Gras quasi verstecken. Und das machen wir, wenn man den linken Joystick halt runterdrückt. Den L3-Knopf. Das wollte ich nicht, aber das passiert manchmal, wenn man halt ganz aufgeregt drückt. So schön ein Button-Smashing macht. Das machen die Profis. Button-Smashing ist ja der Profi-Move. Guck mal, wir haben getroffen. Er hat ungefähr ein Zehntel seines Bikes verloren. Ein Zehntel? Ein Zwanzigstel! Ah, er flüchtet! Er flüchtet! No! Oh, wer hat denn da geschossen? Das war Tulin, ne? Unser Freund Tulin hat draufgehauen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Cheetah! Ich krieg dich. Ich krieg alle Cheetah. Der weicht meinen Pfeilen aus. Das ist ein Profi. Ich will eigentlich aufsteigen, aber er lässt mich nicht. Guck mal, er ist schon halb besiegt. Wir haben es schon halb... Ich sehe nichts mehr. Nein! Ich habe mich so gefreut. Er war halb K.O. Der halbe Balken war geschafft. Ob der eine zweite Form hat? Die haben wir auch zusätzliche Paid-Content vom Spiel, abgesehen von Epona entfernt, weil sie einfach kein extra Paid-Content im Spiel haben wollten. Kann natürlich sein, dass man demnach wie den Master-Mode per Update mal bekommt. Komm, ein Läune muss besiegt werden. Ihr braucht für irgendeine Quest eh noch so ein Läunen-Item. Der Läune wird besiegt. Guck mal, das war jetzt schon fast perfekt. Und schon wieder getroffen. Weil wir Profis sind. Guck mal, der hat richtig Angst vor unserem Bogen. Kleiner Feigling. Mit schon wieder K.O. Nein! Thulin, mach den guten Schuss nochmal. Ich drücke mal X statt A beim Blocken. Das ist nicht so gut. Und Monkey, schön, dass du da bist. Wir verkloppen gerade Läunen. Haben uns heute gesagt, heute machen wir 99 Läunen platt. Ich bin beim ersten. So, da ich auf Eierwarte teste, wir mal deine Internetanbieter. Ich gehe in die Küche Essen machen. Ich hoffe, das hält es aus. Aber lass deine Waschmaschine aus. Achso, meine neue Waschmaschine kam übrigens an. Von Amazon. In 15 Minuten waren die fertig und abgehauen. Also geklingelt. Das Ding reingebracht. Angeschlossen. Die alte mitgenommen. Müll mitgenommen. Und das Ganze hat nicht mal 15 Minuten gedauert. Ich war so happy. Also richtig, richtig toll. Der Cheat hat mich getroffen. Ich treffe dich auch. Ha, Feigling. Lauf ruhig weg. Seh nix. Hab geblockt. Hast du es gemerkt? Ha. Oh. Er hat es nicht gemerkt. Ah. Ich glaube, der Kampf ist ein bisschen schwerer. Die WM läuft seit 5 Stunden. Was für eine WM. Ui. Leunen kaputt machen. Bin dabei. Ich glaube, alle außer mir können es auch besser. Ja. Aber ich will den schaffen. Ich schaffe den. Jetzt weiß ich, wie blocken geht. Also blocken mit Konter. Weil blocken ist natürlich einfach. Ist einfach so, ne? Aber dann mit Konter muss man auch die andere Taste des Rücken so machen. Im richtigen Moment. Und das habe ich ein bisschen geübt. Jetzt bin ich ein Meister. Aber der Leune ist vielleicht ein etwas größerer Meister. Und ich will, ich wollte ausweichen. Ich drücke mal wie bekloppt auf die linken, auf Y. Weil ich erwarte immer, dass meine Ausweichrolle. Aber die gibt es hier nicht. Hier gibt es keine Ausweichrolle. Ah. WM gleich eine Waschmaschine. Seit 5 Stunden. Was hast du denn für einen Waschgang drin? Ultra-Eco-Modus. Habe ich jetzt auch. Habe mich richtig gewundert. Weil mein Eco-Modus, äh, 40 Grad. Der dauert 2 Stunden. Ich habe zwar einen Turbo-Modus mit 15 Minuten. Das ist sehr schön. Aber der Ultra-Eco-Modus läuft einfach hier, äh, 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, ob das so Eco ist. Oder Öko. Steht aber Eco drauf. Ja. Aber ja gut. Ist so. Hier die Schneise der Verderbnis. Nicht getroffen. So ein Loser. Das hat er gehört. Eco und trocknen. Ach so. Okay. Trocknen. Ich habe irgendeine komische Dampffunktion drin. Muss ich mal durchlesen, was die Dampffunktion macht. Weil braucht, glaube ich, kein Mensch. Nein, ich habe auch ein wenig gebraucht, bis ich Leunen kaputt gemacht habe. Ähm, ja, ich brauche auch ein paar Versuche. Jetzt ist Versuch 2. Wir haben gerade angefangen. Das war der zweite Versuch gerade. Und ich habe es schon fast raus. Lass uns einen Hyrule Battle Royale machen und richtig viele Leunen schlachten. Ja. So. Vielleicht benutze ich auch die total falschen Waffen. Ich meine, gegen einige Gegner sind stumpfe Waffen gut. Gegen andere spitze Waffen, wie Skelette. Und gegen Leunen ist es gut, wenn man nicht genau vorne steht. In Schussweite ihrer Bögen. Mit dem Dreifachschuss. Ja, die meiste Energie wird fürs Heizen genutzt. Beim Eco wird länger dafür 20 Grad kälter gewaschen. Naja, aber es ist immer erstaunlich, ne? Dass ein so viel längerer Waschgang trotzdem am Ende energiesparender sein soll. Aber das ist genau der Grund, ja. Es wird bei niedrigerer Temperatur dann halt das Ganze gemacht. Ah, die anderen 98 Leunen besiegst du binnen einer Lichtsekunde. Aber auf jeden Fall. Dann haben wir so viel Übung. Dann mache ich es hier mit Augenbinde. Bei Leunen. So was. Easy. Easy ohne Ende. Guck mal. Schon hat er Energie verloren. Der ist schon fast kaputt. Er kann kaum noch stehen. Was soll das denn? Ich habe mich vorbereitet zum Blocken und der macht so was. Wie viel der Versuch jetzt schon? Ich habe nicht mitgezählt. Dritter vielleicht. Vielleicht auch vierter. Oder ein bisschen mehr. Alle zwei Grad verdoppelt sich der Energieverbrauch. Echt? So schnell ging das? Okay. Weil ich weiß, aber mal heizen. Ein Grad weniger sollte man dann 15% Energie sparen. Entsprechend ein Grad mehr. Wahrscheinlich 15% mehr. Aber jetzt klappt es. Ich spüre es im kleinen Finger. Ja, der ist so gut wie besiegt. Da fehlt nicht mehr viel. Sehr gut gedodged. Das war professionell. Oh, moin. Der lag doch gerade am Boden, oder? Der lag doch gerade am Boden. Ich war gerade dabei, auf ihn zuzustürmen. Und dann stürmt er auf mich zu. Okay. Das war ein neuer Angriff, glaube ich. Hallöchen. Da kommt man rein. Und die stirbt. Ja, das war nicht so geplant. Aber wir haben einen Leunen getroffen. Das erste Mal bei schönem Wetter. Ja, Sonnenschein. Und guck mal hier. Einfach so ein prächtiges Wetter. Man sieht den Gegner ganz prima. Und da dachte ich mir. Machen wir unseren ersten Leunen platt. Das war eine gute Idee. Und ja. Jetzt habe ich ungefähr zweieinhalb Versuche gebraucht. Und noch nicht ganz gewonnen. Aber wir sind ganz nah dran. Also es fehlt nicht mehr viel. Weil ich mache das unglaublich professionell. Guck mal, er hat uns noch nicht mehr entdeckt. Wir sind zu gut für den. Ich hatte richtig Angst. Oh, wie das Reh vom ICE. Wenn mich jemand besucht, sterbe ich auch. Selbst wenn ich im Living Room bin. Genau wie in BOTW gibt es hier natürlich auch weiße und silberne Leunen. Was soll das dann werden gegen stärkere? Ich glaube, man muss erstmal die Technik raushaben. Und vermutlich benutze ich gerade die falsche Technik. Wobei wir haben schon einiges rausgefunden. Wenn man einen Headshot landet. Einen richtig guten Headshot. Dann geht er in die Knie. Dann können wir auf seinen Rücken steigen. Aber das bringt extrem wenig. Es ist fast besser, wenn man unten drunter dodged. Oder einmal blockt. Das macht fast mehr Schaden. Oder Juno gegen ihn wirft. Oder wenn unser Vögelchen-Freund Tuli. Wenn der draufhaut. Ich war weggelaufen. Ich meine, ich kann im Kampf auch heilen. Aber das ist ja wirklich die Billig-Version. Wir brauchen erstmal so ein, zwei Techniken, bevor wir anfangen uns zu heilen. So, ich bereite erstmal meine Leunentöter-Waffe vor. Ich vermute, es gibt irgendwas Besseres. Nehmen wir eine Zweihand-Waffe. Dann kann ich nicht mehr blocken. Okay, ich verzichte mal auf meine OP-Block-Künste. Und nehme auch eine Zweihand-Waffe. Nehmen wir die hier. Hier, also die Schnetzel so richtig. Die hat ganz viele Stachel vorne drauf. Das heißt, Leune ist hier innerhalb von zwei Schlägen K.O. Juno. Ha, er sieht's nicht kommen. Er sieht's nicht kommen. Und schon ist er K.O. Bam. Nimm das. Schorke. Ha. Flieht wieder. Er flieht. Er ist nur am Fliehen hier. Feigling. Und er flieht wieder. Nein. Steh auf. Link. Aber ich glaube, der eine Schlag von uns, der hat gut Schaden gemacht. Ich konnte es nicht mal sehen. Ah. Glaub für schwer musste ich es sowieso beenden. Ne, wir reden was anderes. Ja. Noch ein, zwei Versuche, dann lassen wir es sein. Aber ich habe das Gefühl, ich komme dem Sieg ein bisschen näher. Weil das ist hier die Gewinnerwaffe. Das hier ist eine Waffe für Gewinner. Du hättest ihn nicht Feigling nennen sollen. Ist besser. Ich glaube, provozieren beim Leunen funktioniert nicht so gut. Ich wollte ihn halt austricksen. Juno. Juno. Nicht weglaufen. Oh Mann, oh Juno. Dann kämpfe ich halt ohne Juno. Jetzt ist er da. Der hat auch Juno einfach ignoriert, ne? Der Cheater. Was war das denn? Der hat mal verklickt. Guck mal, der hat ein verrostetes Schwert. Der benutzt, glaube ich, ein verrostetes Schwert. Juno, böses Kind. Ja, der war einfach weggelaufen. Der wollte nicht. Weißt du, wie man ausweicht? Ist beim Leunen sehr wichtig. Das habe ich gemerkt. Ich suche die ganze Zeit die Ausweichrolle. Das ist auf jeden Fall Blocken. Also linke Schultertaste. Mit A kann man auf jeden Fall kontern. Das habe ich schon rausgefunden. Und das Ausweichen noch nicht ganz. Das könnte Y sein. Muss ich mal probieren. Das könnte Y sein. Weil ich will eben immer so gerne meine Ausweichrolle machen. Dann drücke ich mal Y. Oder was ist da? Y, ja. Also X ist wahrscheinlich dann die richtige Ausweichrolle. Nein, das meine ich nicht. Ah, hier. Das ist es. Das war's. Das war's. Guck mal, jetzt ist er schon gut wie besiegt. Easy. Easy Kampf hier. Hätte vorher ausweichen sollen. Ich habe den Knopf nicht gewusst. Guck mal hier. Er trifft mich nicht. Er trifft mich nicht. Loser. Wieso ist mein Schild gleich kaputt? Cheater. Immer auf die Schilde draufhauen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein. Nur weil mein Schild kaputt war. Schilde taugen nichts mehr in Hyrule. Kennst du die Moldora? Haben wir auch schon besiegt. Im letzten Stream haben wir sogar ein Video zu denen gesehen. Auch sehr, sehr schön. Tatsächlich würde er dich komplett in Ruhe lassen, wenn du ihn nicht provozierst. Nein, nein. Normalerweise entdecken die einen richtig schnell. Weil die sind ultra aggro. Wenn das Schild sowieso so schnell kaputt geht. Jetzt bin ich sauer. Jetzt weiß ich, wie hier ausweichen geht. So. Einfach hüpfen dabei. Ich habe das die ganze Zeit gesucht. Einfach da mittendrin aufgegeben. Als ich wusste, wie man blockt. Und dachte ich halt, blocken ist das Nonplusultra. Aber nein. Auf die Knie. Wo bist du? Wo bist du? Okay, wir haben ein halbes Herz. Das ist die perfekte Herzanzahl. Jetzt besiegen wir ihn. Ich bin eigentlich zur Seite gejumpt. Aber wenn sie dich entdecken und du keine Waffe zückst, lassen sie dich in Ruhe. Zumindest, wenn du nicht zu lange neben ihnen verweilst. Also meine Erfahrungen bisher waren immer so gewesen, sobald die mich entdeckt haben, greifen die sofort an. Die warten nicht. Wir haben im Untergrund schon Leute entdeckt. In der oberen Welt. Und die haben uns nie in Ruhe gelassen. Nie. Und Shiny Boy. Hey. Mit Pfeil und Bogen kann man leider nicht ausweichen. Beziehungsweise nur sehr schwer. Ich wechsle ganz schnell. Ja, ich versuche mal ganz schnell zu wechseln und dann mache ich immer Button Smashing. Das klappt nicht so gut. Ich stelle mir mal vor, ich lande jetzt ein Headshot. Weil Headshots sind gut. Haben wir schon gesehen. Dann geht er auf die Knie. Und dann fühlt er sich sehr wohl. Dann können wir einmal draufsteigen und ihn kloppen. Okay, komm her. Komm her. Jetzt kriegst du es. Okay. Jetzt gebe ich dir. Zeige ich dir alles, was ich kann. Alles, was ich gelernt habe hier. Ich bin ein Pokémon Trainer. Hättest du nicht gedacht. Ah. Das war eine ganz schnelle Angriffattacke. Okay, das schaffst du kein zweites Mal. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Gut, okay. Also hüpfen klappte gegen den Angriff nicht so. Da hätte ich blocken sollen. Aber ich kann nicht blocken. Ah, weil du sie provozierst. Junovo ist vermutlich auch eine Provokation. Das war ein Pech. Bin beim Leunen auch immer gestorben. Ich gehe nicht mal mehr in die Nähe von denen. In BOTW habe ich sie besiegt. Und das teilweise schneller als jetzt hier. Aber ich kriege es raus. Ich habe ja bisher in den Kämpfen generell nicht geblockt. Weil, ja, wozu? Wir haben einen Bogen. Bogen und Schwert. Das ist der ehrenvolle Kampf. Also in meiner kleinen Welt. In meiner ganz, ganz kleinen Welt. Die es nur in meinem Kopf gibt. Der mit seinem Dreischussbogen. Das ist hier. Benutzt du manchmal Kakuda-Augen? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich mache Silbernen in einer Minute. Ich glaube, ich brauche länger. Ich würde vermuten. Ich habe noch keinen Silbernen gesehen. Der Ruckzuck-Hiep war sehr effektiv. Dachte ich mir auch. Aber er fand das nicht so. Oder meint es so sein? Sein Ruckzuck-Hiep, der war gut. Ich bin da. Dreh dich um. Nimm das. Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt die Kamera aufmachen. Ich wollte was anderes. Wieso geht das auf? Ja, ich habe L1 und nicht L2 gedrückt. Gut, ich werde gleich Aue haben. Nicht schleichen. Bisas, Spiel ist kaputt? Nee, ich habe eine zu gute KI. Ich habe die ganz neue Version von Zelda mit der ganz, ganz starken KI. Und die ist halt stark. Weini braucht einen Alola-Wulpix. Wer eins haben sollte, flüstert ihn an. Es gibt hundert Wege, einen Läuen zu besiegen. Ich habe noch keinen davon gefunden. Nein, ich habe schon vorhin geblockt. Das klappte ganz gut. Und irgendwie am besten klappt es wirklich mit dem Blocken. Das mit dem Headshot, das auf die Knie geht, das geht zu selten. Weil irgendwie, der will nicht auf die Knie gehen. Meine Kollegen taugen auch nichts. Nur einmal. Tulin war einmal richtig gut. Juno! Tulin hat einmal so richtig gut drauf gehauen. Das fand ich sehr, sehr schön. Aber es war so ein Glückstreffer wahrscheinlich von ihm. Tulin ist halt noch nicht so Profi wie ich. Das war auch ein schneller Angriff. Da hat er mich jetzt überrumpelt. No! Wo haust du hin? Ich glaube, sein Energiebalken war schon fast auf null. Spielt Master-Modus. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Konnte man ja am Anfang einstellen. Beim ersten Durchspielen. Ein Viertelherz ist doch die perfekte Menge. Ja, eigentlich schon. Aber er darf mir das Viertelherz nicht wegnehmen. Aber jetzt. Jetzt klappt es. Jetzt klappt es. Hier, unsere Eröffnung. Die ist schon perfekt. Die habe ich schon richtig perfektioniert. Habt ihr das gesehen hier? Gleich so ein Zehntel Balken weg. Jetzt von unten so richtig schön drauf. Dann brutzelt da alles. Und ja. Ich bin selber im Feuer verbrannt. Ich habe so doofe Waffen. Die brennen einfach. Warum? Wäre sehr lieb. Dürfte ich das Ei haben? Ach so. Da muss wohl jemand Mogelhieb zum Zurückschrecken einsetzen. Ja, die Eiswaffe, die könnte vielleicht einfrieren. Aber ich habe noch die Feuerwaffe ausgerüstet. Und ich will die mal weg haben. Weil das sind unsere einzigen zwei Einhandwaffen. Und die Feuerwaffe, die lässt halt alles brennen. Und brennen betrifft uns leider auch. Weil wenn wir ins Feuer reingehen mit einem Viertelherz, dann sind wir auch instant K.O. Und Juno ist auch ein Feuerball. Das heißt, da müssen wir auch aufpassen, wenn wir nicht drin stehen bleiben. Weil da, wo Juno rollt, seht ihr, das ist ja auch immer Feuer. Du musst ja auf eine Menge Sachen achten. Ah, er liegt. Er liegt. Schnell drauf. Druf. Der Cheater. Der Cheater. Auf die Knie. Aber guck mal, ihr seht die schönen Posen vom Läunen. Das mache ich extra für euch, damit ihr alle Siegesposen von ihr mal sehen könnt. Ja. Läunen können nicht einfrieren, glaube ich. Ach so, dann kann ich mir das schenken. Ja, das ist was Lustiges mit den ganzen Bossen. Die Bosse sind alle immun gegen alle möglichen Effekte. Und das Problem ist halt, wir haben keine normale Waffe. Keine normale Einhandwaffe. Was ist das hier? Einhand? Das ist auch Zweihand. Alles diese doofen Zweihandwaffen. Naja. Na, aber die sieht mal sehr stylisch aus hier. Nehmen wir mal diese hier. Machen wir eins mal auf Ausweichen. Blocken lasse ich weg. Klappt sowieso nicht so gut. Also unsere stärkste Waffe kommt jetzt zum Einsatz. Juno eröffnet den Kampf. Zack. Ich will doch noch mal. Ich will mal schießen. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Jetzt einfach. Ich bin hochgesprungen. Noch ein Versuch. Ich glaube es mit dem einen Versuch habe ich vor zehn Versuchen gesagt. Oder vor zwei Versuchen meine ich natürlich. Ich kann mich halt nicht entscheiden, was ich machen soll. Soll ich ihn mit dem Bogen halt auf die Knie kriegen. Und dann mit meinen nutzlosen Waffen auf seinen Rücken hauen. Oder soll ich rüberhüpfen. Seitlich also ausweichen. Weil ich habe eh nur Zweihandwaffen. Das will ich gar nicht. Andere. Die andere. Oh, und das nicht. Nein. Das da will ich. Nein. Das da. Komm, wir testen jetzt die Waffe hier. Die haben wir noch nie benutzt. Und der hat mich jetzt getriggert. Juno. Nicht. Weglaufen. Juno. Da ist er. Nimm das. Headshot. Nein. Die andere Taste. L1, L2 in der Hektik. Ist schlimm. Ich glaube, der ignoriert meinen Angriff einfach. Der tut so, als wenn ich nichts machen würde. Okay. Hast du noch Eisenblatt? Eisenblatt haben wir noch. Der ist noch vorrätig. Der Knopf ist der richtige. Der Spieler. Ja. Ich will immer ein schönes Foto für euch machen. Und deswegen komme ich mal auf den Fotoknopf. Und ja. Das ist nicht die beste Idee. Aber irgendwie die Waffe war gut. Ich glaube, die ist nicht schlecht. Ist ja auch unsere beste. Ich wollte die nicht benutzen. Weil ich wollte hier ihn mit der kleinen Waffe besiegen. Aber er lässt mir keine andere Wahl. Da kommt schon angeregt. Nimm das. Cheetah. Ich habe geblockt. Eben konnte ich den Schild benutzen. Nochmal. Noch einen Versuch. Nur noch einen. Jetzt aber. Der kann doch nicht so schwer sein. Wie würde das Gras so schön kaputt machen. Dazwischen die Blümchen. Ganz süß. Juno. Bin da. Zack. Gut. Einmal geblockt. Nein. Nein. Das sind die Blöcke. Da muss ich noch ein klein wenig üben. Ja, ja. Du möchtest einfach nur zeigen, wie stark der Leune ist. Und dein Schild geht beim Leune sehr schnell kaputt, wenn er das trifft. Ja. Ich will für diesen Konter gerne hinkriegen, dass ich zurückschlagen darf. Ich muss ja nur auch hier geistig schnell genug umschalten, den anderen Button zu drücken. Und ja, hier alter Mann und sowas. Das ist schwierig. Da ist er. Wir schleichen uns diesmal ran. Headshot. Okay. Headshot hat fast geklappt. Ich sollte nicht blocken versuchen. Ich sollte nicht blocken versuchen. Aber ich will immer blocken. So, ich kümmere mich auch gleich um meine ersten Leunen. Ein Monkey. Viel Spaß. Wahrscheinlich besiegst du ihn nach dem zweiten Versuch. Und ja, ich bin schon beim dritten Versuch. Du willst eine Schildkonter machen? Weiß gar nicht, ob das beim Leune geht, da er verdammt stark ist. Habe ich schon vorhin gemacht. Es hat schon geklappt. Das Problem ist halt, es klappt wohl nicht bei jeder Attacke, die er macht. Er hat wohl einige Attacken, die durchbrechen das. Und einige Attacken, da geht das. Aber ich habe ihn schon gekontert. Und deswegen versuche ich das jedes Mal aufs Neue zu machen. Ja. Na und moin. Maut, schön, dass du da bist. Doch, man kann Leunenschild kontern. Also ich weiß nicht, ob ich alle Attacken kontern kann, aber zumindest man kann einige seiner Attacken kontern. Das hat eben schon geklappt. Aber ich überlege halt immer, hüpfe ich zur Seite oder mache ich einen Konter? Und dann habe ich immer, ja, wenn ich eine Zweihandwaffe habe, dann geht das mit dem Konter generell schwieriger, weil dann habe ich ja kein Schild. Und ich kann mich nicht entscheiden gerade. Jetzt habe ich halt die Feuerwaffe halt, dann gehe ich in den Nahkampf. Ja. Okay, jetzt kommt er. Jetzt komm, komm her. Das sollte eigentlich ein wunderschöner Konter werden. Muss mein Schild da nicht hin? Ich habe immer noch einen Bogen in der Hand. Pack den Bogen weg. Wieso hat Link den Bogen nicht einfach ausgetauscht? Was ist denn das? Eine neue Attacke. Au. Au. Stimmt, der konnte ja Feuer spucken. Das konnten die Alten ja auch irgendwie. Hat er heute zum ersten Mal gemacht. Man kann nicht kontern. Sprungattacke, Stoßattacke und Bogenschuss. Ich besiege die Leunen halt durch Ausweichkonter und durch Headshots. Schildkonter konnte ich noch nie besonders gut. Ach stimmt, sein Gebrüll kann man nicht kontern. Also wir haben es schon geschafft, dass man einige Attacken halt kontern konnte. Man kann ihn auch per Headshot auf die Knie kriegen. Das ging alles. Problem ist, es klappt in der Regel entweder das eine oder das andere. Und nicht alles so schön in Reihenfolge. Da muss ich ein bisschen üben. So, Schulterschuss. Das war auch sehr gut. Oh, er liegt. Schnell hin. Laufling. Und jetzt Waffe wechseln, ne? Das war nicht der Knopf. Ja. Das war schon mal super effektiv. Wo ist er hin? Jetzt habe ich ein Schild in die Hand. Schild? Okay. Guck mal. Da liegt er wieder. Da liegt der Gute wieder. Einmal drauf. Waffe wechseln. Okay. Ja, dann mache ich die beste Attacke natürlich, nachdem er, nachdem ich nicht mehr auf dem Rücken bin. Natürlich. Wo bin ich? Wo bin ich? Steh auf, Link. Jetzt weiß ich, warum ich nicht blocken kann. Ich halte den Schild in meiner Hand. Äh, den Bogen in der Hand. Link legt den Bogen nicht automatisch weg. Er hält immer den Bogen fest. Ich muss erst den Bogen D ausrüsten. Und erst dann kann ich wieder blocken. Deswegen klappt es die ganze Zeit nicht. Man kann sein Gebrüll kontern. Seit einer Stunde in den blauen Läunen versuchen. Ey, ey, ey. Ja. Ich habe im ganzen Spiel bisher nicht geblockt. Außer damals im Tutorial. Da haben wir einmal geblockt. Und jetzt gerade habe ich erst entdeckt, wie das mit dem Bogen ist. Wenn wir den Bogen ausgerüstet haben, Link tauscht den Bogen nicht automatisch aus, wenn wir den Blocken-Taste drücken. Man muss erst den Bogen manuell D ausrüsten. Und dann kann man erst wieder blocken. Das heißt, wenn ich einen Bogen anhabe, ist das ein kleiner Nachteil. So, jetzt ist der Bogen weg. Jetzt kann ich auch blocken. Ja. Ich muss das Timing noch hinkriegen, aber generell, dann kann ich jetzt blocken. Und jetzt block. Dann halt nicht. Einfach drauf blocken. Da, seht ihr, das ist der schöne Konterblock. Das würde ich die ganze Zeit haben, aber... Und nochmal. Nicht nochmal. Nur einmal. Aber das muss man lernen. Man muss ja erstmal die Technik von den Gegnern lernen. Und das mit dem Bogen, das war ein bisschen trickreich. Das habe ich ein bisschen lang gebraucht. Noch 10 Versuche, dann Glatze als Strafe. Nee. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Das mit dem Bogen, das hätte ich halt wissen müssen. Das ist ein bisschen tricky gewesen. Also wenn ihr spielt, wie gesagt, Link wechselt vom Bogen auf den Schild nicht automatisch. Ihr müsst erst den Bogen wegmachen. Und dann habt ihr die normale Waffe mit Schild. Klingt jetzt nicht so wichtig, aber ist tatsächlich wichtig. Leuny. Na, Begrüßung angekommen. Headshot angekommen. War nicht so ein guter Headshot. Habe ich ein Schild? Jetzt haben wir ein Schild. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Blocki. Hat nicht geklappt. Beim Gebrüll kann man am besten Headshots verteilen. Und bei seinem Feuerangriff von vorhin auch. Aber Schildkontor habe ich gerade gesehen. Bringt nicht viel. Da kannst du nur einmal angreifen. Da ist Ausweichkontor effektiver. Schildkontor ist voll toll. Der sieht schön aus. Ja. Komm, wir laufen einfach jetzt schnell hin. Und wir sind schneller da. Brauchen eh keine Ausdauer. Juno? Juno? Okay. Juno ist in die falsche Richtung geflogen. Ich mache mir nichts. Ich packe den Bogen weg. Und bam. Hat nicht geklappt. Okay. Das war es auch nicht ganz. Komm her. Komm her. Das war ein bisschen gemein von ihm. Na gut. Aber ich glaube, jetzt habe ich es so langsam raus. Es hat ein bisschen gedauert, aber ihr kennt mich ja. Bosse brauchen manchmal bis zu zwei Stunden. Aber dann, dann schaffen wir es. Ja toll und du stirbst. Gib zu, du willst nur posen. Ja. Ich will zeigen, wie schnell ich lernen kann. Und ihr seht es. Es geht sehr schnell. Wobei, Chad hat mich schon gut motiviert. Hat gesagt, es gibt vier Stufen von den Leunen. Oder fünf Stufen. Und das hier ist die zweitschwächste. Das hat mich gleich sehr glücklich gemacht. Weil dann dachte ich mir gleich, ja, ich mache das hier richtig gut. Komm her. Komm her. Nicht weglaufen. Yes. Tritt der auch nach hinten raus? Er tritt nach vorne. Das reicht ja schon. Ja, nimm das hier. Schade. Schade, schade, schade. Da waren wir zwei gute Aktionen drin. Schön ausgewichen. Gekontert. Das war schon gut. Das Ganze brauche ich jetzt ungefähr fünf Mal. Fünf Mal in Folge. Dann klappt es. Nach noch zehn Versuche. Und dann darfst du als Bisasam geschminkt streamen. Ihr wollt mich ärgern. Ich schaffe das schon. Ich brauche keine zehn Versuche. Das wird jetzt als nächstes auf jeden Fall klappen. Strafen einführen. Nein. Wir besiegen den einfach. Ganz easy. Es ist nur ein blauer Leune. Danach suchen wir uns seinen Kumpels in Silber. Und dann verkloppen wir die. Dann bin ich hier richtig trainiert. Guck mal jetzt. Deine Energie geht runter wie sonst was. Ja. Mein Schwert war kaputt. Aber ich war vorher kaputt. Bisa schafft das und macht keine sinnlosen Strafen. Genau. Genau. Wir schaffen das einfach. Ich habe ja noch Zeit. Ihr kennt mich ja. Bosse bis zu zwei Stunden. Und wir sind erst bei der knappen ersten Stunde. Und der ist schon so gut wie besiegt. Wir kommen jetzt deutlich weiter. Das Problem ist halt, unsere Waffe ist ganz schnell kaputt. Und vielleicht sollte ich auch eine andere Waffe nehmen. Ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass unsere Waffe nicht die perfekte Waffe ist. Komm, dreh dich um. Ich will dich von hinten angreifen. Das wäre unehrenhaft. Ja. 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 Komm her. Komm her. Bäm. Na. Das kriegen wir dich. Und nee. Das war eigentlich ein Konter. Der hat es nicht mitbekommen. Aber es wird besser, glaube ich. Ich glaube, es wird langsam besser. Wir glauben an das Herz der Bisas. Ja. Ich glaube auch, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich mache halt immer die kleinen Fortschritte. Es gibt Leute, die sind halt schneller lernfähig. Und ich bin da ein bisschen langsamer. Aber es wird besser. Wir hätten ja auch einfach an dem vorbeigehen können. Aber ich habe gesagt, nein. Der ist blau. Und ich bin neidisch. Bei Blue ist ein cooles Lied von Eifel, ne? Und ich will auch blaue Haare haben. Oder ein blauer Mensch sein. Und, äh, ja. Ich gönne es ihm nicht. Deswegen. Headshot. Headshot klappt nicht. Headshot. Klappt nicht. Komm her. Komm her. Das war gerade ein Block. Guck mal. Der traut sich gar nicht mehr. Der hat gemerkt, ne? Wir sind richtig stark geworden. Und er hat jetzt Respekt vor uns. Ja, ja. Guck mal hier. Respekt. Schild ist wieder kaputt. Ich habe immer die billige Ausrüstung. Wie da haut ich daneben? Du bist anvisiert. Nein. Cheater. Wo ist mein Schild hin? Der Cheater macht meine Sachen kaputt. Gut, wir haben noch ein Schild. Dann nutzen wir das nächste Schild. No. Das kommt davon, wenn man Ikea-Sachen im Kampf gegen Bosse benutzt. Sollte man nicht machen, benutzt hier die teuren Markenprodukte. Blaue Haare wie Rezo. Hat er nur ein bisschen, ne? Der hat nur eine Strähne, glaube ich, oder? Hat er komplett blaue. So, Leune tot beim ersten Versuch. Es gibt halt Leute, die können das besser als ich. Blau mit weißer Mütze. Das waren die guten Schlümpfe. Ja. Ich kriege das hin hier. Ah. Ich brauche Juno nicht. Wir gehen einfach hin. Einmal Headshot. Besiegt. Okay, komm. Nicht weglaufen. Stell dich hier in den Kampf wie ein Mann. Wie ein Leune. Ja. Das hättest du nicht gedacht, ne? Einfach hier Überraschungsblock von der Seite. Die Seiten von Rezo sind halt sehr kurz und braun, aber oben hat er komplett blaue Haare. Okay. Moin. Ich habe einmal eine Frage. Gibt es bei Karmazin und Popo im DLC auch wieder Pokémon, wo man nur in einer Edition die anderen Pokémon bekommt? Oder bekommt man bei dem DLC alle Pokémon in einem Spiel? Weiß es zufällig jemand? Ja, Dragonfighter. Ausrufezeichen DLC. Da kannst du bei Bisa-Fans im Bereich die Unterschiede angucken. Im DLC-Bereich gibt es zwei Pokémon. Nur in Karmazin und nur in Purpur. Das sind Morpeko und Griffel in Purpur. Die gibt es nur in Purpur. Und Griffel und irgendein anderes. Das war nur in Karmazin. Aber Ausrufezeichen DLC, da kannst du dir Unterschiede angucken. Also tatsächlich, es gibt einige Pokémon, die gibt es nur in einer Edition. Aber ich habe sie im Tauschraum drin. Also wenn du sie haben möchtest, kannst du dir abholen. Haha, da haben wir den Konter hier. Profi-Konter. Das Gemeine ist, bei ihm reicht halt der eine Schlag. Ich brauche mehr als einen Schlag, um den zu besiegen. Geht es heute, dass ich sie abholen kann? Heute machen wir kein Pokémon. Ich mache Pokémon am Freitag. Freitag ab 18 Uhr. Aber heute ist kein Pokémon. Heute kannst du kein's abholen. Genau, Urgel. Rhodium sagt sie gerade. Urgel. Urgel gab es in Karmazin. Karmazin war Griffel und Urgel. Und Vido, schön, dass du da bist. Hey. Wir machen gerade den ersten Läunen. Und gerade jetzt First Try. Ich habe ihn gerade frisch entdeckt hier. Gerade wenn du gekommen bist. Jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal. Und ach, guck mal, das sind Läunen. Mal gucken, was man da machen kann. Und ich habe das Gefühl, ich schaffe den First Try. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil ich habe gehört, Läunen sollen ein bisschen schwerer sein. Oh, guck mal, guck mal hier. Für mich macht das nichts. Hauptsache ich habe mein Viertelherzchen. Da fühle ich mich mal sehr wohl. Weil Viertelherzchen ist immer beste. Ups. Es hat leider nicht First Try geklappt. Schade. Ich war mir so sicher, dass es klappt. In der Theorie kann man eine Waffe bauen, die jeden Gegner one-hittet. Ist aber recht kompliziert. Okay. Und dann wäre der Kampf auch ein bisschen langweilig. Die Gegner. Die Gegner, die haben solche Waffen. Die haben diese One-Hit-Waffen. Der Läunen hat einen One-Hit-Bogen und einen One-Hit-Stoßangriff. Selbst mit den stärksten Waffen kannst du keine Leune mit einem Schlag besiegen. Okay. Ja gut, sonst wäre der Kick ja nicht da. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Na komm her. Ha. Er hat mich geschubst. Hm. Griffel und Morpeko kann ich dir fangen, wenn du die nur für den Decks brauchst. Guck mal, so lieb von euch hier. Dankeschön. Es kann natürlich gut sein, dass jemand im Chat mit dir tauschen kann. Dann kriegst du die Pokés doch heute. Aber ich mache heute Pokémon nicht an. Heute ist kein Pokémon. Heute und morgen ist Zelda angesagt. Und Pokémon wird am Freitag. Freitag, Samstag machen wir immer Pokémon. Wenn du Lust hast, kannst du vorbeikommen. Und dann habe ich im Tauschraum viele andere Pokémon auch, die man sich abholen kann. Die ganzen Karmasin und Purpur-Exklusiven. Und die natürlich aus dem DLC auch noch. Nein. Ich hätte eigentlich Kontern gedrückt, aber hat er nicht gemerkt. Oh. Ich glaube, den Angriff kann man nicht kontern, wenn er den Sturmangriff macht. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, den kann man nicht. Heute eher blaue Leune angesagt. Eigentlich wollte ich ja heute noch, was wollte ich heute machen? Kartografieturm, den letzten. Kakariko und den letzten Tempel. Also Tempelweg zum letzten Tempel. Aber eigentlich Kartografieturm und Kakariko war eigentlich geplant. Aber wir haben den Leune unterwegs getroffen und ich kriege den Platte. Es fehlt nicht mehr so viel. Hier muss man nur schaffen, dass man vielleicht ihn 3-4 Mal blocken kann. Oder ihn 3-4 Mal auf die Knie kriegt. Und dann ist es easy. Aber er sagt so momentan nein. Jetzt habe ich zweimal Sprungparade probiert, aber das ging nicht so gut. Mit dem Schwert blocken, das hält den Schaden ab. Mit dem Beiseite springen ist es meistens etwas schwieriger, weil er macht den Schwung so oder so und trifft einen sowieso. Ich mache heute Abend alle Leunen, die ich am Anfang im Untergrund nicht machen konnte. Am Anfang mit 10 Herzen war der silberne Mitrüstung noch zu stark. Silberne Mitrüstung, okay. Keine Ahnung. Die anderen Gegner im Untergrund gehen eigentlich. Wobei, ne, da gibt es zwei Gegner. Einmal diese riesige Kröte oder sowas. Die haben wir noch nicht gemacht. Und halt die Leunen. Das hier heute ist zum ersten Mal unser Versuch mit Leunen klar zu kommen. Und bisher ist es so, Leune sind ein bisschen stark. Stürmangriff, nein! Warum liegt da links Fleisch? Da links liegt einfach ein Stück Fleisch rum. Das war nicht von mir. Einmal trinken, Quacks. Ist vielleicht eine gute Idee. Vielleicht brauche ich einen guten Schluck London Milch. Und mit der guten London Milch dann hier Zaubertrank. Der Leune hat das Reh gekillt. Okay, jetzt Rache für Bambi. Rache für Bambi. Jetzt haben wir einen Grund zum Kämpfen. Der hat mir bisher gefehlt. Jetzt habe ich einen richtigen Grund zum Kämpfen. Er hat Bambi besiegt. Nein! Leune, das hättest du nicht machen sollen. Das war eigentlich geblockt. Wir haben den Blocksound sogar gehört. Ich hatte deine Antwort zu Eisenblatt vorher nicht mitbekommen. Eisenblatt ist vorhanden. Als legendäres Pokémon ist Eisenhand bei uns in den Boxen drin. Aber nicht zum regulären Tauschen. Im Untergrund haben alle Leune eine Rüstung an. Daher sind die tatsächlich noch mal etwas schwerer. Wobei ich glaube, die grundsätzliche Technik ist wahrscheinlich bei allen Neuen gleich. Und die brauche ich erst mal rausfinden. Und ich bin mir noch nicht sicher, was das Beste ist. Entweder auf die Knie kriegen, auf den Rücken reiten. Oder immer ausweichen und draufhauen. Das mit dem Blocken klappt auch noch nicht zu 100%. Ja, das ist der eine Angriff. Bei diesem schnellen Sturmangriff. Hier fehlt die Seitwärtsrolle. Die Seitwärtsrolle bräuchte man hier. Das war was, was bei Dark Souls war. Die Rolle bei Dark Souls, die macht es so viel einfacher. Die beste Technik ist, auf den Rücken gehen. Genau, aber dafür muss man den auf den Boden kriegen. Und das geht scheinbar nur mit einem Headshot. Also ganz selten Thulin hat es einmal geschafft. Thulin hat den einmal runtergekriegt. Aber ansonsten, das muss ich selbst machen. Und ich brauche ungefähr, weiß nicht, fünf Versuche. Einer von fünfen klappt. Dann treffe ich den Kopf so, wie es sein soll. Ja, das Problem ist halt, wenn ich mir den Bogen ausgerüstet habe. Es braucht immer ein extra Drücken, um auf die anderen Waffen zu wechseln. Das heißt, ich habe dann keinen Schild zum Blocken und bin umso schneller K.O. Ja, das schon. Aber man muss vorher die Rüstung zerstören, sonst kannst du ihn noch so sehr angreifen. Denn das kitzelt die nicht mal. Dann vielleicht so einen Bombenpfeil einfach draufschießen. Weil ich glaube, die Rüstung müsste mit einem Bombenpfeil weggehen. Also einfach im Intro, Bombenpfeil drauf und dann ganz normal weiterkämpfen. Wäre meine Vermutung. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Leunen mit Rüstung sind. Das Schlimme bei denen ist aber, die halten so viele Treffer aus. Also 50 Mal draufhauen, bis die endlich besiegt sind. Das sollte eigentlich ein Block sein gerade. Das war eigentlich auch ein Block, aber nicht für den Käpt'n Leunen. Wenn, dann mehrere Bombenpfeile. Einer, du brauchst meins mehrere. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht im Untergrund gegen Leunen gekämpft. Bzw. wir hatten es einmal ganz kurz probiert, aber der war etwas heftiger. Das war ganz am Anfang noch. Und wir, heute ist der erste Kampf gegen den Leunen. Und hier haben wir eine schöne Wiese. Wobei die Wiese eigentlich zum Vorteil des Leunen ist. Nicht so sehr für uns zu Vorteil. Aber so kann man gut sehen, was passiert. Okay, das war sein Pfeil, der getroffen hat. Das war jetzt unser Pfeil, der getroffen hat. Und jetzt sind wir hinten drauf. So, dann können wir jetzt zurück wechseln. Wo ist er hin? Und hier haben wir den Konter. Dabei haben wir sogar die ganze Ausrüstung, die unsere Attacke verstärkt. Also ohne die ganze Ausrüstung. Weil wir haben jetzt zwei Ausrüstungsteile, die den Angriff verstärken. Hühnchenarmee würde regeln. Hühner könnten uns gerne helfen. Man muss es nicht mit Bombenpfeilen machen. Ist aber eine Option. Okay, diese Rüstung ist nicht wirklich nennenswert. Das sind dann ein paar KP mehr. Das juckt nicht. Man muss nur wissen, wie man die Rüstung zerstört. Genau, ausprobieren. Das muss man ausprobieren. Ich denke, die Leunen sind vor allem... Da muss man wissen, welche generellen Techniken gehen. Weil man halt so oft draufhauen muss. Guck mal, noch haben wir gute Energie. Jetzt läuft er weg. Eine kleine Feiglinge. Und ich hau daneben. Warum? Eigentlich habe ich ihn anvisiert. Oh nein! Gegen diesen Angriff habe ich nichts. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn der diesen Sturmangriff macht. Der ist gemein. Weil man kann nicht... Es gibt halt keine Seitwärtsrolle. Ich kann zwar ein bisschen nach oben hüpfen. Aber er rammt mich dann voll. Und Schild ist gegen den Rammangriff auch nutzlos. Oh! Man kann hier ein bisschen seitlich... Aber er kommt ja angestürmt. Er ist zu weit weg. Da hat man noch keinen Fokus auf ihn. Das waren eigentlich jetzt zwei wunderschöne Headshots. Du kannst seitwärts oder auch rückwärts ausweichen. Ach, richtig. Die Rückwärtsrolle. Die Rückwärtsrolle. Aber gut, er rammt mich ja von vorne. Dann rammt er mich eine Sekunde später. Ich glaube, Rückwärtsrolle ist bei dem Sturmangriff nicht ideal. Die Seitwärts, die funktionieren irgendwie nicht so richtig. Ich muss halt alles durchprobieren. Irgendwann finde ich was. Es dauert ja nur zwei, drei Versuche länger. Oh je, dann habe ich Bambi erwischt. Das war die Strafe. Die hätten Bambi nicht mitputzeln sollen. Wann ist Pokémon nochmal? Freitag, Samstag. Freitag und Samstag. Ab 18 Uhr. Wenn du Schwierigkeiten mit Feinden hast, verschaffe dir mit Essen und Medizin einen Vorteil. Ja, von wegen. So, da ist er wieder. Also, first try. Mal gucken, ob wir den Läumen mal beim ersten Versuch besiegen. Aber ich habe das Gefühl, wir schaffen den noch. Ich glaube, Bisas eigentliches Problem ist, dass er zu voreilig ist und sich deswegen zu oft treffen lässt. Ja. Ich kann mich auch nicht richtig entscheiden. Will ich auf Fernkampf gehen? Will ich auf Nahkampf gehen? Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir schon gesehen haben, dass die funktionieren. Und ich wechsle ständig durch. Wann immer er weg ist, will ich auf den Bogen wechseln. Und wenn er in der Nähe ist, dann will ich in Nahkampf gehen. Und die Waffen gehen immer schnell kaputt. Und ja. Ich sollte mal konsequent bei einer Methode bleiben. Das wäre vermutlich eine gute Idee. Das kam man ziemlich schnell angerauscht. Das war eigentlich Konter, aber eher gut, dann halt nicht. Das macht er jetzt. Okay, weil man muss auch schnell weglaufen, oder? Was machen wir hier? Lauf, lauf. Ja, okay. Bisa killt sich fast selbst mit dem Feuer. Das ist das nächste Problem. Wir haben halt unser Feuerschwert. Ist aber unsere einzige Einhandwaffe. Also wenn ich mit Schild kämpfen will, muss ich genau diese Waffe benutzen. Und ich stehe selber in meinem Feuer. Das habe ich auch gemerkt, dass es nicht so ideal ist. Aber ich habe halt die Feuerwaffe oder nur Zweihandwaffen. Und die Zweihandwaffen, dann ist der Schild weg. Was man machen kann, wenn man halt wirklich konsequent auf den Headshot geht, das auf die Knie geht, dann kann ich mit den Zweihandwaffen kämpfen. Aber das war vorher auch nicht so ideal. Weil das Problem ist halt, Headshot klappt nicht zuverlässig. Ich treffe den Kopf, aber ihn juckt es nicht. Momentan habe ich auch einen Schild plötzlich. Und aber nicht dabei. Jetzt bin ich hochgesprungen und wollte damit ausweichen. Das war nicht die beste Idee. Ich muss wirklich seitlich springen. Oh, der Angriff, nein! Das sollte ein seitlicher Sprung werden, nach links. Klappte so suboptimal. Bisa hat kein Zielwasser getrunken. Das bereut ich noch. Eben habe ich einen Schluck genommen. Dann müsste eigentlich klappen. Vielleicht sollte ich wirklich mehr probieren, mit der Zweihandwaffe zu kämpfen. Weil die macht eher Schaden. Und weniger Feuer, ja. Komm, testen wir die nochmal. Da ist er. Da ist er. Ja, und wenn er in uns reinläuft, dann sind wir instant kaputt. Das ist der Nachteil halt, wenn wir kein Schild ausgerüstet haben. Mit Schild überlebe ich diese Ramme halt. Aber gut. Jetzt sehe ich es, wir sind schon eine Stunde hier dran. Deswegen, ja, vielleicht sollte ich langsam das sein lassen. Und dann gehen wir nach Kakariko und machen da was Schönes. Nee, zur gelben Markierung. Ich wollte ja zur gelben Markierung erstmal hingehen, um zu gucken, was da war. Aber ich meine, wir sind ziemlich nah dran. Okay, jetzt klopfen wir alle schön zusammen drauf. Das bringt ein bisschen was. Schild ist weg. Schild ist weg. Schild ist hier. Auch ein neues Schild. Der Cheater hat mir mein Schild kaputt gemacht. Nein, zur Seite, zur Seite. Schild schlittern, natürlich. Ich wollte Schild schlittern machen. Ich war doch seitlich genug. Ach, Bisa, für Zelda kannst du dir ruhig viel Zeit lassen. Ich schaue sehr gerne zu. Ich würde ihn aber gerne trotzdem gewinnen. Weil so langsam wäre es schon Zeit. So langsam könnte der fertig sein. Aber ich habe immer das Gefühl, wir können den schaffen. Es fehlt nicht so viel. Er war jetzt auch wieder die Hälfte runter. Und wir haben ihn schon mehrmals auf die Hälfte runtergekriegt. Also das ist durchaus möglich. Problem ist die zweite Hälfte. Obwohl er noch keine zweite Form hatte. Das hat er noch nicht gemacht bisher. Das kann natürlich, wenn wir Pech haben, noch kommen. Ja. Unsere schöne Feuerwaffe. Und jetzt hält er wieder Abstand. Und da ist wieder mein Fehler. Ich muss auf den Bogen wechseln. Dann kann ich ihn blocken. Und dann passiert sowas. Wieso habe ich auf den Bogen gewechselt? Und ich habe also belieft, dass der auf die Knie geht. Nee, Leunen haben keine drei Phasen. Dann haben sie zwei Phasen. Okay. Leunen haben keine zweite Phase, oder? Zweite. Okay. Also wir haben ihn schon auf die Hälfte runtergekriegt. Deswegen, wir hätten es inzwischen eigentlich sehen müssen, wenn er eine zweite Phase hat. Zumindest bei 50%. 50%. Okay. Ich hab geblockt. Wieso muss ich auf den Bogen wechseln? Ich wollte ihn wieder auf die Knie kriegen und es klappt sowieso nicht und ich mache es immer wieder. Doch sie haben zwei, will aber nicht spoilern. In THTK sind die Gegner schon eine harte Klasse. Ja, ihr schafft die alle locker, aber für mich ist der wirklich schwierig. Der will nicht. Dabei benutze ich jetzt schon Waffen, die ich sonst gegen Gegner niemals einsetzen würde. Normalerweise kämpfe ich mit meinen 10er Waffen. 5er oder 10er Waffen, das reicht gegen normale Gegner aus. Bei dem hier, ne. Selbst die hier 30er, 40er Waffen, die machen kaum Schaden. Okay, jetzt habe ich nur die Brust getroffen und das galt als Headshot. Vielleicht muss ich gar nicht den Kopf treffen. Ich muss die Brust treffen wahrscheinlich. Oder den Hals irgendwie so. Aber der hat so wenig Schaden gekriegt. Wieso wechsle ich mal auf den Bogen? Das ist immer das gleiche, immer das gleiche. Ich schaff's dann nicht schnell genug vom Bogen wieder zurück zu wechseln auf ein Schild. Und dann bin ich besiegt. Hm. Was hältst du von Malboro in Final Fantasy? Und das sind gute Gegner. Mit dem leckeren Atem, ne. Das sind schöne Gegner. Oder gibt's nicht nur Final Fantasy, ne. Gibt's glaube ich auch in Dragon Quest. Da gibt's die auch. Die haben ja fiese Statusattacken. Ich glaube die konnten sogar auch für Steine. Aber das Gift haben die auf jeden Fall. So, jetzt ziehen wir mir auch den Hals unten. Weil scheinbar ist das seine Schwachstelle und nicht der Kopf. Ja toll. Schild schlittern. Wieso mache ich diese Attacke? Das war eigentlich ein schöner Block, aber hier. Wie kann man Griffel entwickeln? Ausrufezeichen Pokédex. Ausrufezeichen Pokédex, da kannst du gucken. Der braucht Doppelschlag dann Level Up oder so. Bis jetzt hatte ich nur bei einem Gegner Probleme. Also in THDK dürfte der Blaue Leune bisher auch unser stärkster Gegner sein. Weil diese Tempelbosse haben wir mit drei Herzchen geschafft. Dauerte halt auch zwei, drei Versuche. Aber das ging. Aber der hier... Im Grunde kann man den auch mit drei Herzchen machen. Weil wenn man getroffen wird, ist man so und so K.O. Also es spielt keine echte Rolle. Ist alles reine Übungssache. Irgendwann klappt das. So langsam dürfte es klappen. So langsam hätte ich nichts gegen. Aber ich muss konsequenter sein. Wie gesagt, ich habe es jetzt gemerkt. Es war mehrmals hintereinander mit dem Bogen. Wenn er Abstand hat, wechsle ich so gerne auf den Bogen rüber. Weil ich bilde mir mal ein. Ich treffe jetzt genau die Stelle am Kopf, dass der auf die Knie geht. Das klappt sowieso nicht. Und dann kommt er nah auf mich zugestürmt. Und ich wechsle nicht schnell genug auf dem Schild. Und dann bin ich halt im Eimer. Ich würd mach auch. Ich würde mich wieder auf die Knie slamIC Gelug. Oh, halt dein Frog. Hör in Eimer, woher wir los Gut gemacht haben. Ah, halt den Geld aper IR permet. Ich cups Platze oder tue fälle jetzt wechsle ich mal nicht auf ein schild auf den bohren ja bin trotzdem k.o. ein bisa gegen leune es steht 10 zu 0 für den leun momentan ja aber ich glaube wenn die besiegt sind die kommen nicht mehr wieder oder respawnen die auch die respawnen schon ne doch doch damals der in der arena der ist auch respawn das ist also nicht mal ein dauerhafter sieg die kommen wieder okay beim blutmund okay okay ich hatte gerade gedacht dass bei botw die nicht zurück kam aber die kamen da auch zurück weil den in der arena den habe ich mehrmals gemacht da konnte man irgendwas gutes farmen und in der arena ja der war besonders einfach ich meine schon dass die wiederkommen blattmund ja die kommen die kommen wieder die kommen wieder ich musste kurz überlegen aber wie gesagt damals der in der arena der kam auf jeden fall mehrmals apropos blutmund das neue ursa ring sieht ja brutal aus ja das ist wunderschön seitdem ich es das erste mal gesehen hatte habe ich mich sofort verliebt es ist leicht gruselig aber es ist so cool ich hoffe man kann es auch gut im kampf einsetzen das wäre noch sehr sehr schön ich hatte gerade so ein geräusch gemacht als hätten wir den schön getroffen ich weiß wieder halb k.o. jetzt macht er eine andere attacke ne ja die genau die wo ich nichts dagegen machen kann ich wollte gerade schnell zur seite ausweichen das hat nicht gereicht das ursa ring kommt wohl aus ttk ursa luna meine ich genau ursa luna in der blutmond version ist super super cool ich wünschte man könnte es nachzüchten da würde ich einen tausch im tauschraum auch drin haben aber das ist vermutlich ein einmaliges pokémon aber generell die sieben pokémon die man im dlc bekommt sind alle großartig es sind nicht viele aber jedes davon ist recht schön er hat auch so ein dreischuss bogen ne ich habe das nicht ach guck mal tulin einmal pro 100 versuche macht tulin diesen guten schuss ich wäre auch gespannt ob man irgendwie diese reitzeit auf dem rücken verlängern kann wir haben das beinchen schön überschlagen hat es ist einmalig ja leider leider du kannst nicht picknicken wenn du auf einem pokémon reitende reitest wieso gibt es dann nicht eine willst du absteigen funktion ich habe einen haufen zweite accounts ich kann mit bisschen level 100 machen und dex dann hoch umher schieben bestimmt noch ein paar fangen scherer gerne gerne wäre jemand so nett mit mir kurz zu tauschen quapuzzi zu quack zu entwickeln fragt dragonfighter wer also gerade zeit hat für die entwicklung das wäre super lieb mir war viel zu kurz ok ich habe die switch nicht zur hand vielleicht ist jemand schneller kann man ursaring nicht so blutmund ursaluna entwickeln warum kann man den nicht züchten das ist ein unikat das ist ein unikat aus dem wie hieß der wald immerwald irrwald auf der rechten seite der wald auf jeden fall also ich habe es noch nicht probiert ihn mit dem ewig stein zu züchten oder sowas aber normalerweise dürfte es nicht gehen das ist eine einmalige mutation na komm jetzt nochmal fokus letzte drei versuche wenn es nicht klappt dann machen wir ja was anderes aber das soll jetzt klappen also ab jetzt drei versuche sagen wir einfach es ist ein unikat per dex eintrag jo ich will ihn besiegen der muss doch besiegbar sein wobei wir könnten ja theoretisch auch einen besseren bogen nehmen ich habe ja auch den 36er bogen aber es ändert nichts das muss ich später wieder alles umrüsten weil wir heben uns ja die guten sachen immer auf für die bosse irgendwann aber eigentlich das ist so ein boss wo man die besten sachen mal einsetzen könnte ja guck mal das hat geklappt man muss ihn am hals irgendwo treffen die halsposition ist die beste ach komm ich wechsle mir keine waffen ich wüsste auch gerne ob man länger auf dem rücken bleiben kann irgendwie weil ich habe das gefühl da ist man da ausgauerbalken zu sehen dass das irgendwie möglich ist btw ich habe corona da fährt man einmal viel bahn oh nein ein hoffentlich milder verlauf ne gute besserung es ist momentan glaube ich eine ziemlich heftige coronawelle man erfährt es bloß nicht ich habe vor zwei wochen auch in koblenz per zufall erfahren dass in mehreren firmen ganz viele leute krank sind habe ich auch mal gefragt ja was haben die denn alle wenn plötzlich so viele leute krank sind bei meinem internet anbieter übrigens und wurde mir gesagt ja die haben alle corona also im vertrieb und die techniker alle hatten sie corona in nachrichten nichts gehört also letztes jahr war es so dass man über corona überall was gehört hat ne und jetzt es wird einfach totgeschwiegen und ja aber es gibt momentan scheinbar eine ganz heftige coronawelle ja vielleicht wie eine grippewelle ne vielleicht gar nicht so so heftig das weiß ich nicht aber irre viele haben das irre viele sind krankgeschrieben bei corona kann man viel bieser schauen ja zumindest halt die die fünf mal die woche und vielleicht kann man sogar sehen wie ich einen blauen leunen besiege aber hier ist sehr auf jeden fall gute besserung man wird schnell wieder gesund und hoffen wir dass corona irgendwann mal wirklich für immer verschwindet oder halt eine ganz normale grippe wird und dann ultra selten ist ja 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 das ist der stelle angriff das ist der angriff was mache ich da bloß dagegen okay es waren drei versuche machen was anderes ich will nicht wissen wie viele leute ich montag in der bahn angesteckt habe ja aber wir ich habe momentan das gefühl ganz viele leute haben das das ist also keine seltenheit aber ja wenn man in den nachrichten davon berichtet schreien die leute nur wieder auf bringt entsprechend nicht viel genau es hat ja eh keiner mehr bock auf corona ne keiner will das mehr hören es gibt ja kaum was nervigeres als corona aber irgendwie fühle ich mich auch ein klein wenig veräppelt wenn man davon nichts hört und es ganz offensichtlich ganz viele leute haben so leune kommt irgendwann später dran ich habe es lang genug probiert anderthalb stunden ungefähr und der will heute nicht und irgendwie mache ich dann nicht genug fortschritte dass das irgendwie so richtig gut klappt kloppen wir die anderen alle anderen gegner waren irgendwie einfacher und jetzt gehen wir zur gelben markierung hin nachdem ich den loot eingesammelt habe ich bin zurzeit auch krankgeschrieben auch corona dann auf jeden fall auch dir gute besserung ihr sollt alle schön gesund sein gesund sein ist besser als krank sein ich warte auch noch ob ich freitag zu meinen eltern fahren darf meine nicht der hat es wohl auch man merkt es momentan überall ne corona alle haben momentan corona aber nirgends wird es offiziell erzählt es ist keine geheimverschwörung oder sowas aber einfach mich wundert das halt weil normalerweise wurde mehr darüber berichtet und aktuell wir haben nur gehört es gibt neuen impfstoff ne vor paar tagen aber das war's und einmal ein glibber ein bisschen abstand halten weil der macht aua wir wollten freitag zu den eltern meines freundes ne ne ich bleib zu hause ist besser also andere anstecken muss man jetzt nicht aber werde halt vor allem schnell gesund und hoffentlich hast du einen ganz milden verlauf der eine vorteil ist wahrscheinlich die aktuelle variante diese 5 5 1 variante oder wie heißt die die scheint nicht so ultra heftig zu sein also wenn man geimpft ist dann soll es ein ganz ganz milder verlauf sein aber nichtsdestotrotz nervig ist es trotzdem so hier ist die gelbe markierung ne die gelbe markierung ist noch einen kilometer entfernt und unten ist eine rote markierung wo ist die rote markierung ach so genau da wollen wir als nächstes hin da ist der kartografie turm ich gehe am freitag auf das stuttgarter volksfest ok dann passt da auf lass dich nicht anstecken weil volksfeste sind super schön aber natürlich auch ein klein wenig riskant momentan läuft glaube ich das oktoberfest ich glaube das oktoberfest läuft gerade ein paar tage wir sind gleich da na das ist eine zauberer der ist auch mal nervig ich gehe ein bisschen um den rum die haben wir oft genug besiegt also die droppen die zauberstäbe ach das ist ein schrein ist das ein schrein also vor uns ist auf jeden fall einer das ist ganz gut da haben wir einen teleporter mal hier weil in der gegend waren wir noch gar nicht das ist ganz gut kennen wir aus BOTW ne hier war zwar ein Dorf wo man durch bußt auf dem weg zu den Koronen oder zu den Soras aber unsere markierung ist scheinbar hier genau auf dem schrein das ist okay dann haben wir es erledigt also wirklich ich mache nichts als naseputzen und mit dem kitzelgefühl in der nase kämpfen wie gesagt gute besserung wert schnell gesund welche recken magst du mehr die aus teotika oder botw ganz schwierig tulin ist halt mein superliebling also tulin wäre mein liebling von allen aber ansonsten wahrscheinlich die aus botk das sind einfach die die originalen tiefgang aber ist eine ganz schwierige frage weil im grunde alle recken sind sehr cool nicht alle sind gleich nützlich also sidon hier ist eher selten nützlich jetzt weg kügelchen kügelchen muss da oben hin alles klar kann das irgendwie hüpfen wahrscheinlich ne naja ok alles klar es ist ein hüpfball das haben wir ist im wasser die bonuskiste nee und da hüpft noch weiter irgendwo gibt es immer eine bonuskiste tulin ist ein richtig süßi tulin ist das beste ich habe geguckt tulin plüschis gibt es auch aber die sehen nicht so toll aus der ist in echt einfach tausendmal besser aber ich muss mal gucken vielleicht ein cooles tulin poster oder sowas muss ich mir besorgen hat er ist so süß tulin ups tulin ist echt mega cool ok hier gibt es also gegner ich habe schon gedacht so viel wasser hier da ist bestimmt irgendwas drin da ist die kiste mächtiger konstruktbogen können wir gut gebrauchen ist aber nicht ausgerüstet oder nicht ausgerüstet wir haben anderen war das schon die bonuskiste das war die bonuskiste guck mal wir haben das symbol hinter dem namen des schreines noch eine roboter da nein ich denke mal das hier ins wasser tun und ja ungefähr dort ok das scheint ein einfacher schreien zu sein und gehen wir weiter ist tulin der vogel ja wo haben wir das wir haben irgendwo das charakter buch da das ist der das ist der ist doch nicht knuffig aber der beste kumpel weil sie ist auch sehr sehr cool drauf und juno ist auch super schön aber tulin hier kommen in den muss man sich aber verlieben kleines süßes vögelchen kein gegner kein gegner kein gegner da so was müssen wir hier machen achso wir müssen hochkommen genau da wäre eine plattform gut kriegen wir die raus müsste eigentlich gehen ne ne wir kommen nicht ran dann müssen wir den ball runterschießen wahrscheinlich alles klar wo ist das brettchen hin brettchen ist dort es gibt eigentlich mehrere varianten die eine wäre einfach das unten drunter tun es geht gar nicht ein hindernis ne doch geht ne es ging durch nochmal probieren weil ihr müsst doch eigentlich einen aufzug hoch schubsen können genau und schnell rein ich gehe nochmal hoch weil die zeit müsste noch reichen genau unter der hälfte jetzt müsste man auch gehen wie hoch das ist normal machen okay oder geht es von hier aus wird mal so zu uns und geht auch so braucht man gar nicht zeit umdrehen konnte man was zu landen und bämm das war ein schneller schreien oh mein gott ist das tulien niedlichkeit ich will ihn adoptieren der ist der süß ne tulien ist einfach mega wobei ich mag auch rauro rauro ist hier der rechte die rechte statu das ist auch rauro der ist auch mega cool so jetzt haben wir vier verbesserungen jeder recht links ist sonja rechts ist rauro und die sind auch sehr sehr süß tulien ist für mich der beste der weisen wobei ich rio noch nicht habe also die gerudo brauche nur noch 150 crocs dann habe ich alle und bis auf ca 20 bis jetzt alle selbst gefunden oh shana sehr sehr gut gemacht gg ich mochte die fähigkeiten in bot wie alle den schirm von daruk das heilen von mifa mifa war super gut ja urbosas zorn und rivalis auftrieb aber die aus teotika mache ich auch recht gerne nur irgendwie mit dem von sidon naja genau sidon ist schwierig weil den kann man irgendwie nie einsetzen andererseits den schild vielleicht könnte ich den schild aber gegen den leunen einsetzen vielleicht hätte mir da geholfen der wasserschild ich weiß nicht ob der wirklich taugt so dann gehen wir jetzt von kakariko aus nach unten und da haben wir den letzten kartografie turm und wir müssen kakariko noch fertig machen aber rauro kann man ja nicht mitnehmen nee nee aber der ist halt auch super süß rauro ist es mit mit tulien hier das sind meine beiden lieblinge hallo an alle vielen dank für den stream am sonntag fand fand das ich bis auf das labyrinth sehr spannend das ist das labyrinth ein bisschen hart das muss den alleine machen deswegen das war ein bisschen doof aber das ist manchmal so was in der art eingebaut aber ist er nicht immer bei den spielchen ich fand es uns auch sehr schön also ich denke mal wir machen noch ein paar davon ich habe noch ein paar detektiv abenteuer spielbücher die kann man auch probieren die kennt ihr noch nicht die haben eine leicht andere spielmethode spielmechanik nochmal also da kommt noch was waren wir schon bei dem kaugummiautomaten hier noch nicht kommen aber nicht markiert dann gehen wir kurz gucken was in dem drin ist genau die ganze ausgrabungsstätte haben wir noch nicht da gab es ja einige von den nebenquests sollte man ja mal die ruine hier besuchen schauen wir nach was hier in dem guten automaten drin ist irgendwann brauche ich auch einen sprechenden vogel und nennen ihn dann tulin und den anderen ravioli aber nicht aufessen nicht aufessen wir haben alle sachen wir haben alle sachen die man aus dem automaten rausholen kann prima dann gucken wir uns kurz um hier oben war so eine art hüllen eingang hier sind ja diese komischen sichel ruinen oder wie hießen die irgendwie sowas schöne musik hier so ein tisch das ist eine tür ne fensterchen guck ist mein tisch an das lesen scheinbar nicht übersetzung des text text der steintafel in der südlichen kranzruine an der seite königs gegen dämonenkönig reich hyrule bewahren so weisen geheißen in diesem text geht es eindeutig um die vergangenheit von hyrule ich würde ihn wie folgt interpretieren an der seite des königs stritten sie gegen den dämonenkönig um das reich hyrule zu bewahren so wurden sie dann die weisen geheißen ich denke bei den kranzruinen gibt es noch mehr wir müssen wieder ganz oben drauf ich glaube ja da sollte man hochgehen darum ist auch noch was ich glaube eine der aufgaben war dass wir in richtung süden gehen sollten zu den südlichen kranzruinen das müsste dann hier bei uns gerade sein laufen wir einfach mal den berg hoch hier gab es auch eigentlich damals im letzten teil eine große fee vielleicht ist sie auch noch da hast du eigentlich alle legis in bdsp gefangen ich denke schon ich denke das haben wir zu ziemlich 100 prozent gemacht und gerade legendäre ja ja würde mich wundern wenn wir da eine übersehen hätten da gab es eine menge wir haben den ganzen park fertig gemacht und alle schön in pokéball gefangen wie sie es gehört der einzelne stein ist ein krok oder man denkt das jedes mal und am ende ist es dann kein krok ist kein krok gehen wir mal hoch zur kranzruine ich habe irgendwie das gefühl wenn wir da hochgehen da ist irgendwas tolles war da überhaupt schon mal was drunter ja ja da sind gerne mal so kröten drunter oder andere tierchen die man sonst relativ mühsam fangen kann die sind da gerne drunter versteckt oder auch mal ein rubin ist drunter versteckt aber nicht im untergrund im untergrund und so den steinen haben wir glaube ich noch nie was gefunden aber hier in der welt dann hier durchaus so nächste ruine ein paar leute nichts geht über angriff eine starke verteidigung wann hören die bloß auf die ganze zeit kriege ich zu hören dass angriff die beste verteidigung ist und jetzt ist es schon nacht es gibt nur einen grund warum wir diesen monster nicht schon längst ordentlich heimgeleuchtet haben weil du auf diesem quatsch von wegen verteidigung ist der beste angriff herumreitest ach du alter sturkopf sag der richtige die richtige strategie gastin und narbis sind ausgezogen um monster in der kranzruine auf der anhöhe im westen zu bekämpfen können sich jedoch nicht auf eine angriffsstrategie einigen solange die beiden streiten können sie nicht gegen die monster kämpfen und ich sehe keine monster gute güte die beiden kommen ja überhaupt nicht miteinander klar hey oder siehst du das anders diese beiden ich spreche von den beiden hitzköpfen da drüben ich will ja die kranzruine zwischen den gipfeln erforschen aber da lagern leider monster mir wurde gesagt die beiden streithähne seien die zwei besten kämpfer des dorfes also habe ich sie gebeten die monster zu vertreiben und was machen sie liegen sich die ganze zeit nur in den haaren in dieser kranzruine zwischen den gipfeln gibt es eine steintafel in die sonausschriften eingekerbt sind hoffentlich haben die monster sie nicht zerstört das wäre furchtbar wenn ich das geahnt hätte hätte ich die beiden gar nicht erst um hilfe gebeten okay da oben sehe ich schon monsterchen nehmen wir unsere schöne rüstung ja nicht die die gute schleich rüstung yes so das sind schwerthold und schildbert von hyrule die gab es auch ach die beiden die waren auch gut ach da sind noch mehr sind das die schwarzen und blutmond ich höre den blutmond und ich sehe den blutmond ja kämpfen während blutmond ist nicht so schlau wir warten fünf minuten weil die respawnen gleich okay planänderung wir kämpfen mein loot ja und jetzt respawnen die das hat sich richtig gelohnt die ganze welt färbt erwacht das fleisch von ungeheuern zu einem neuen leben und ihr hass ergießt sich über das land hat man sonst immer am anfang vom stream gehabt ne heute nicht ganz wegen dem langen leunenkampf da habe ich immer neu geladen sonst hätten wir es auch am anfang vom stream gehabt oh halt das war ein schwarzer leune oder schwarzer moblin hat er mit dem stein geworfen cheater cheater oh waffe ist kaputt schnell loot retten bevor alles runter fällt ja weg ist der loot jetzt habe ich die hälfte der herzen verloren bei so einem einfachen kampf ja gut ich wollte ja nicht kämpfen aber wir mussten wir mussten die kamen dann angerauscht das ist ein neuer turm ne ne das ist ein alter der ist schon beleuchtet weil unser fehlender turm der ist ja in der richtung genau das sehen wir nicht das da ist der kakarikoturm wahrscheinlich gut wir kloppen wir dem monster in der ruine weil die haben zwar was über eine steintafel gesagt aber wir können die auch einfach so für kloppen raketen bauteil oh und da hinten sehe ich ein schrein da ist ein schöner schrein geradeaus wir auf dem weg zu unserem turm hier gibt es eine menge bauteile als wenn man die benutzen müsste aber wir können die gleich im schlaf erledigen das wäre nicht viel witziger der hält noch einen zweiten headshot aus ok was sucht der nein nicht verstecken der wirft mit steinen zurück cheater wir haben das camp gesäubert können jetzt die streithähne reinkommen und sich hier drin streiten oh 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 hier ist ein geheimgang juno einmal aufmachen ah bonuskiste mit starkes sonarium schwert nehmen wir mit nachher noch mal ein text und eine neue tafel übersetzung des text text der steintafel in der kranzruine zwischen den gipfeln höchst vortrefflich jedes volkes stand eines weisen mysterien stein verliehen endlich die weisen diese steintafel handelt von den weisen ich interpretiere sie folgendermaßen personen mit außergewöhnlichen fähigkeiten wurde ein mysterien stein verliehen und damit wurden sie zu weisen das stimmt ne die weisen haben alle einen besonderen stein gekriegt ist noch eine kiste ein riesen leuchtsamen ok da ist nichts mehr da oben was roh ein pilz an der wand gut dann sagen wir den guten leuten bescheid äh monster sind besiegt was kann doch nicht sein es ist so furchtbar still du hast all die monster erledigt wie hast du und du hast gesehen wie er gekämpft hat darbis aber natürlich er sah nicht nur in der verteidigung sehr stark aus sondern auch im angriff ich habe mich wohl geirrt ich verstehe jetzt dass man mit verteidigung allein seine gegner nicht besiegen kann nein ich bin derjenige der sich geirrt hat wenn man immer nur auf angriff setzen setzt wird man irgendwann besiegt uns ist klar geworden dass es eine guten balance zwischen angriff und verteidigung bedarf das hast du uns durch deine kampfweise gezeigt vielen dank ich weiß nicht ob das eine gute belohnung ist aber narbis ist stark in der verteidigung und ich bin gut im angriff ein erfahrener kämpfer wie du kann von uns wohl nicht viel lernen falls es aber doch etwas gibt was wir dir beibringen können stehen wir dir immer zur verfügung tja wo die monster jetzt weg sind sollten wir vielleicht zurück ins dorf da sagst du was citras laden hat bestimmt kaum noch vorräte jo also erste quest erledigt endlich kann ich die steintafel in der kranzruine weiter erforschen vielen dank dass du die monster verjagt hast neben dieser hier gibt es noch vier weitere kranzruinen die in der nähe des dorfs vom himmel gestürzt sind alle sind fast komplett zerstört nur die über dem dorf schwebende kranzruine ist noch halbwegs intakt der grad deshalb der zerstörung hat auch etwas gutes die steinkammern liegen offen und ich kann steintafeln wie diese studieren die tafeln mit eingravierten sona aufschriftzeichen wurden ganz offensichtlich bewusst in den kammern hinterlassen es muss sich um objekte von großer wichtigkeit handeln tauros übersetzung zufolge steht auf der tafel hier geschrieben wie man zu einem weisen wird demnach musste man außergewöhnliche fähigkeiten aufweisen und zudem in den besitz eines mysteriensteins gelangen von mysteriensteinen hatte ich nie zuvor gehört die welt steckt voller überraschungen wenn du dich für den genauen text interessiert sieh dir doch die übersetzung neben der steintafel an diese steintafel ist sicherlich von großer wichtigkeit zu schade dass ich weder weiß was ein weiser noch was ein mysterienstein ist ja wir kennen das aus den videoszenen schon weil alle weisen haben diesen coolen kleinen mitama stein in form dieses gebogenen tropfen und der gibt den kraft und garnendorf wollte den auch haben aber rauro hat erkannt und es verhindert das heißt wir müssen anderen beiden ruinen auch noch besuchen alle vier besucht hatheno ist eine der tollsten städte ich glaube da müssen wir noch hin noch waren wir nicht in hatheno gewesen wir gehen überall hin problem ist nur gerade ist es hier am regnen und während des regens her kommen wir nirgends hin ich laufe mal kurz rum wenn wir glück haben ändert sich die zeit gleich also ich bin in solchen situationen sogar manchmal dankbar für einen blutmond weil das doppelten loot bedeutet gemeinerweise es respawn in unserer unmittelbaren umgebung nicht das habe ich nämlich auch paar mal schon gedacht wenn wir in der nähe waren von irgendwie so kleinen lootstellen die pflanzen im umkreis von dir die respawnen nicht und eben mit den monstern war es auch so gewesen wir waren mitten im kampf und die monster waren nicht wirklich respawned da links gibt es ein gerüst da können wir gut hochgehen kakariko west nekluda da ist nichts drunter sah ein bisschen so aus als hätte etwas sein können hier klettergerüst wie kommt man denn da hin ah da gab es eine treppe ja guck mal nach das ist eine gute pfeil kiste und pfeile brauche ich immer also ich bin in solchen situationen schon manchmal das hat wer gut noch eine pfeil kiste problem ist hier ist wirklich wenig platz um die gute pfeil kiste aufzumachen hoffentlich ist da kein pfeil runter gefallen hier andersrum so ging es schnell oh wer hat die kisten da so doof platziert das haben wir auch absichtlich gemacht damit ich nicht die guten pfeile kriege und die respawnen übrigens nicht und die pfeil kisten sind nur einmalig danach sind die bis in alle ewigkeit leer war da noch ein pfeil war da noch ein pfeil war da noch ein pfeil wir sind gleich oben machen wir jetzt hier die kranzruiden fertig machen wir jetzt hier die kranzruiden fertig das macht denn irgendwie spaß die kisten genau so hier hinzustellen oh nein ist auch noch eine robuste kiste gut es geht noch höher am ende müssen wir auf die andere seite rüber da ist die nächste ruine dann haben wir alle vier ruinen fertig gemacht könnte helfen hier ist jemand geliebte maxi trüffel bitte wach auf und buch übersetzung des text text der steintafel in der großen kranzruine vom lieben tauro übermacht dämonenkönig offenbar des königs eigenes leben versiegeln siegel nicht ewiglich überließ uns weisen nachkommen rückkehr des dämonen vorzubereiten auf dieser steintafel geht es anscheinend um den kampf den der könig damals gegen den dämonenkönig führte ich würde ihn mit eigenen worten wie folgt wiedergeben der könig kam zur einsicht dass der kampf gegen den übermächtigen dämonenkönig aussichtslos war so versiegelte er den dämonenkönig obwohl ihn das sein leben kostete und überließ den weisen alles weitere sie sollten zukünftige generationen auf die wiederbelebung des dämonenkönigs vorbereiten ja das hat nicht ganz geklappt bitte bitte wach doch auf wenn sagro da oben herausfindet dass jemand auf der kostbaren steintafel schläft dann bin ich derjenige der ärger bekommt steintafel ah entschuldige steintafeln sind steine wie der da den dieser kerl mit einem bett verwechselt in jeder der kranzruinen die auf dieses dorf gefallen sind wurde eine steintafel entdeckt diese steintafel wurde in der großen kranzruine oberhalb von hier gefunden der leiter unserer forschungsgruppe der sich mit sonausschriften auskennt hat den text schon übersetzt er sagt es handele sich um ein protokoll des kampf zwischen dem dämonenkönig und einem könig aus alter zeit letztendlich lief es wohl darauf hinaus dass der bösewicht zwar versiegelt wurde aber dennoch unbesiegt blieb weise aus dem gefolge des alten königs sollten vorbereitungen für den fall treffen dass das böse zurückkehrt ich bin etwas besorgt dass der kataklysmus tatsächlich ein vorbote der rückkehr des dämonenkönigs war wir sollten besser herausfinden was es genau ist dass die weisen für den fall der rückkehr vorbereitet haben ja verzeihung das ganze macht mich etwas nervös daher wohl der redefluss wenn du dich dafür interessiert was genau auf der steintafel steht liest jedoch die übersetzung daneben durch gasthausbesitzer ach so der besitzer des gasthauses ist der da dieser kerl er ist wohl hergekommen um unsere betten neu zu beziehen aber dann ist er hier eingeschlafen selbst wenn ich laut mit ihm rede oder ihn etwas schüttle wacht er nicht auf schlimmer noch er liegt ausgerechnet auf einer kostbaren steintafel seit einer weile murmelt er im schlaf dauernd etwas von trüffeln ob er davon träumt maxi trüffel zu verspeisen vielleicht würde er ja die augen öffnen wenn er solch einen trüffel riecht aber maxi trüffel sind teuer und wohl auch gar nicht so einfach zu besorgen ich selbst habe bisher erst ein einziges mal einen zu gesicht bekommen es geht jedoch das gerücht dass mal einer beim wasserfall einfach so im wasser geschwommen ist ob der jemandem ins wasser gefallen war oder wurde er vielleicht von irgendwoher angeschwemmt wegen diesem kerl muss ich was unternehmen bevor zagro von den ruinen oberhalb zurückkommt wir können jetzt runter gehen zu dem wasserbereich oder wir geben einfach einen von unseren maxi trüffeln weil wir haben ja jetzt wach schon auf was gedenkst du zu tun wenn zagro erfährt dass jemand auf der kostbaren steintafel schläft wegen diesem kerl muss ich was unternehmen bevor zagro von den ruinen oberhalb zurückkommt meine geliebten maxi trüffel in der welt der pilze seid ihr die nummer eins allein dieses aroma ihr könnt euch verstecken doch meine nase findet euch alle okay wir gucken mal im rucksack nach weil wir müssten maxi trüffel haben jetzt würde ich mir eine alphabetische sortierung wünschen wo könnten maxi trüffel sein das sind immer nur so pilze ne maxi trüffel sah aus wie ein pilz meine ich maxi edel trüffel das ist aber nicht das richtige fittling schwertling maxi trüffel ist es maxi trüffel legen wir mal einen hin oh welch ein maximal delikates aroma geliebte maxi trüffel seid ihr ja habe ich geträumt was wollte ich noch gleich ach ja natürlich die betten ich wollte sie frisch beziehen danke dass du mich aufgeweckt hast ich bat einen reisenden sich um das gasthaus zu kümmern also machte ich mich besser schnell auf den weg dorthin zurück also mache ich ja gut er hat den pilz nicht mitgenommen füße runter von der steintafel entschuldigung ich musste meinen pilz runterholen sie ist ein kostbares relikt das in den kranz ruinen gefunden wurde also sei bitte vorsichtig auf den tisch dürfen wir sagrufs forschungstagebuch zur großen kranzruine im dorf gibt es fünf ruinen eben waren es noch vier wobei die von der größe her beeindruckendste zweifellos diese kranzruine hier ist auch ist es die einzige kranzruine bei der die ringform größtenteils erhalten ist die untere hälfte ist allerdings bereits eingestürzt und in den trümmern fand man eine steintafel mit so nausschrift dies war bei den anderen ruinen ebenso die steintafel wird derzeit im zelt am fuß der ruine aufbewahrt untersuchen wir nur hier ja moment weil wir kriegen den pilz nicht zurück dank dir ist der kerl endlich aufgewacht dass er ausgerechnet auf einer kostbaren steintafel schlafen musste aber zum glück hast du ihn geweckt bevor sagru ihn gefunden hat moment mal vielleicht träume ich von der blütezeit der sonau zivilisation wenn ich auf dieser steintafel schlafe sagru kommt nie runter also versuche ich es vielleicht heute mal und wir müssen unseren pilz zurück kriegen geht mir meinen pilz zurück gewusst wie der pilz liegt ja noch doch nimm die hand zum bewegen habe ich gemacht habe ich gemacht das haben wir gemacht hallo bis an chat lange nicht gesehen kann leider nicht lange bleiben muss morgen extra früh raus ach selda will ich auch wieder spielen aber bis wieder ferien sind ist einfach kein freier moment selda ist super super schön hat das spiel hier ist absolut großartig wir haben heute zum ersten mal versucht einen leunen zu besiegen das hat nicht ganz geklappt aber wir werden später noch mal probieren also leunen werden auf jeden fall alle vermöbelt aber nach und nach momentan brauchen wir es eigentlich kaum eigentlich für eine aufgabe bräuchten wir es tatsächlich weil irgendwer wollte mal so einen neuen horn oder irgendwas haben aber ganz generell ja so nicht so so wichtig aber schön dass du da bist ich kriegen wir die kiste kaputt die steht da super ungünstig und da kommen wir nicht hoch genug glaube ich doch hat gereicht so ich wünsche euch noch viel spaß ich werde jetzt mal die erste runde schlafen bis das kind wieder wach ist ludi dann schlaf schön träume schönes wenn du magst morgen geht es 18 uhr weiter mit selda und am freitag natürlich auch wieder mit pokémon ab 18 uhr macht's gut danke dass du da warst und der lebku schön dass du da bist ich sehe schon habe ich kurz mal nicht im chat geguckt während ich hier die guten texte gelesen habe und ja da ist gleich wieder einiges passiert wir sind bei den kranz ruinen in kakariko ach regen könnte es sein dass du auf geheiß von pura her gekommen bist es freut mich deine bekanntschaft zu machen ich bin sagro mein spezialgebiet sind die himmelsinseln aber diese vom himmel gefallenen ruinen sind einfach zu interessant ich kann nicht anders ich muss sie erforschen du bist ja gar kein mitglied der forschungsgruppe oder dies ist eine kranz ruinen forschungsstätte privatpersonen sollten sich fernhalten es ist zu gefährlich aber du hast den ganzen weg hierher nur aus neugier auf dich genommen du wärst in der forschungsgruppe gut aufgehoben da du keine mühen gescheut hast hierher zu kommen würde ich gerne mit dir sprechen wenn du nichts dagegen hast solange du kein problem damit hast dass ich nur über himmelsinseln bescheid weiß kannst du mich ruhig alles fragen ich sehe schon der ist gesprächig der ist richtig gesprächig also legen wir los was sind himmelsinseln du hast sie sicher schon am himmel schweben sehen himmelsinseln stehen ein bisschen sehen ein bisschen wie ruinen aus oder eben wie inseln nur sind sie in der luft und nicht im wasser die sonau ruinen die überall auf die welt heruntergefallen sind wie zum beispiel die kranz ruinen nun wir gehen davon aus dass sie alle von solchen himmelsinseln stammen und das bedeutet die himmelsinseln sind überbleibsel der sonau zivilisation ihr vermächtnis wartet irgendwo dort oben auf seine entdeckung und es waren noch nie leute dort also sollte alles perfekt erhalten sein bist du auch wirklich sicher dass dich meine geschichten nicht langweilen über himmelsinseln könnte ich tagelang reden zu dem thema darfst du mich jederzeit befragen gibt dort leben ich weiß zwar nicht genau welche art von leben es dort gibt aber auf diesen heruntergestürzten ruinen befinden sich pflanzen die hier unten auf dem boden nicht wachsen also vermuten wir dass es auf den himmelsinseln leben geben muss genau wie hier an der erdoberfläche wenn du dich für solche sachen interessiert korine bei dem zelt da drüben weiß eine menge darüber wie es scheint hat sie sich zum ziel gesetzt eine pflanze aufzuziehen die auf den ruinen gefunden wurde ich würde dir empfehlen dich mit ihr zu unterhalten wenn dich solche dinge interessieren da waren wir eigentlich schon gewesen beim kaugummiautomaten aber die frau war nicht da wahrscheinlich gerade geschlafen bist du auch wirklich sicher dass dich meine geschichten nicht langweilen was interessiert dich das dürften wir inzwischen wissen die himmelsinseln was mich am meisten interessiert ist wohl die rüstung die mit hilfe von sonau technologie angefertigt wurde der kulturelle hintergrund ihrer kleidung ist uns in weiten teilen noch ein rätsel dass wir aufdecken möchten je größer die himmelsinsel ist desto größer muss auch die siedlung drauf gewesen sein das steht fest dort muss es auch kulturelle relikte dieser art geben das vermuten wir zumindest im moment die himmelsinseln sind eh unerreichbar es ist müßig darüber nachzudenken ich stürze mich lieber auf die kranz ruinen noch haben wir keinen weg gefunden die himmelsinseln zu erreichen aber eines tages würde ich gern eine sehen vielleicht gehe ich bald nach taburasa und lasse sie den ballon verbessern leider bieten sie mir nicht viele gelegenheiten in den nordosten zu reisen ok von hier aus geht es nicht mehr höher zumindest nicht regulär moment da oben da ein blaues licht ist da oben ein schrein wir müssen klettern aber gerade regnet es nicht herzlichen glückwunsch an ludi klingt als wäre er frisch gebackener elternteil das wäre super gut das wäre richtig schön dann hier gg ja wir haben gerade feuchtes wetter unten rechts bei der minikarte sehen wir es nicht die tröpfchen jetzt haben wir gerade ein bisschen mehr glück aber ich sehe links da sieht man regen also wo meine kamera ist ja wir kommen nicht hoch wir müssen warten bis der regen vorbei ist und danach können wir von hier aus runterfliegen bis zum kaugummi automaten rüber achso und von hier aus sehen wir auch den nächsten turm das da hinten ist unser nächster kartografie turm der letzte der letzte noch so beleuchtete und oben im himmel ist unser nächster trache der nächste unser erster trache kommen regen gehe vorbei für uns hier hoch porten nein hier ja so kommen wir auch hoch sehr gut trotz regen kommen wir hoch aber rausgehen wir müssen noch ein stückchen höher glaube ich aber ich glaube wir kommen hier nicht wirklich hoch oder doch hier ja wir müssen auf den wetterwechsel warten das sieht eigentlich so aus wie noch einen sprung müssen wir machen dann wären wir drauf wir stürzen immer ab ouch nun gut dann können wir das jetzt hier unten erforschen jetzt ist das wetter gewechselt prima ist ein knopf gut aber hier kann man wieder gut hoch da ist scheinbar nichts wir gehen da gleich noch mal hoch ich will nur unten was gucken also ich dachte gerade hier wäre noch was gewesen aber hier ist nix einmal hoch einmal hoch einmal raus wir sind jetzt fast ganz oben gut den rest müssen wir klettern kann man das hochklettern link schafft das link ist profi nur noch ein kleines stück ich bin mir gerade nicht ganz sicher wo oben und wo unten ist da dürfen wir nicht durch anders kommen wir nicht so gut hoch gut noch mal hier hoch okay ein krok das ist ein krok immerhin das war safe und quacks hier spielst du gleich karmesin im schnelldurchgang durch um die hoffentlich noch vorhandenen windewogel raids spielen zu können dann dürftest du schon lange nicht mehr updated haben und dann hast du den noch prost nummer 78 die 100 schaffen wir auch bald was haben wir da unten gutes war mit dem loch schon drin das dürfte das loch sein etage drunter da waren wir noch nicht in das loch müssen wir rein in das loch müssen wir auf jeden fall rein markiert mir am besten haben wir es auf der karte markiert so ungefähr wir dürfen nicht markieren wieso dürfen wir es nicht markieren okay ist einer der momente wo man es hier nicht markieren darf ich weiß nicht ob es ein bug oder ein feature ist also irgendwie tippe ich eher auf den bug so sollten wir zum kaugummi automaten gehen und zum untergrundloch und ich habe jetzt mehr bock auf das untergrundloch das untergrundloch ist oh drache geht gerade rein schnell zum drache tulin wieso können wir jetzt nicht mit tulin den wirbel machen tulin ist einfach weg jetzt ist er da okay das ist aber ne menge bugs plötzlich osthügel wo ist sein kumpel oh da ist drache und drache geht in den untergrund wo ist dein freund weil du noch im dorf warst ach so deswegen nur software und system updates aber keine updates während ich kam in den spiele weiß nicht ob es ausreicht dann bin ich gespannt ja okay da war der moment zeig mir mal wo ist dein freund da haben wir aufgepasst wo in die kamera dreht hinter uns ist der oh da müssen wir mit dem gleiter ne das geht ohne gleiter geht es gar nicht da müssen wir mit dem gleiter rüber fliegen oder unter so ein camp mit frechen wir haben heute schon genug verkloppt wir gehen zum drache hin wir gehen zu drache in den untergrund wobei oh die ruine hier sieht auch cool aus ich wollte erstmal die beiden ruinen fertig machen eigentlich dass wir alle vier gemacht haben wir machen kurz die ruinen fertig und dann gehen wir in den untergrund den schreien da drüben kennen wir ne ja hey du bist extra hergekommen um dir die kranzruine hier anzusehen alle achtung pass gut auf dass du nicht in den abgrund hinein fällst oder mit miasma nähere bekanntschaft machst aber falls dir doch irgendein malheur passiert geh zu den zelten um ekev aufzusuchen er ist unser miasma spezialist und kann dir vielleicht weiterhelfen die dorfvorsteherin hier hat zwar verfügt dass die ruinen auch laien zugänglich bleiben sollen aber das setzt natürlich voraus dass sich die besucher auch respektvoll verhalten also halte dich bitte von den kostbaren steintafeln in den kranzruinen fern die sind unersetzlich weißt du dass rund ums dorf fünf dieser sogenannten kranzruinen vom himmel gefallen sind in vier davon wurden steintafeln gefunden in die etwas in der schrift der sonau eingemeißelt wurde wobei jede steintafel eine ganz eigene inschrift trägt etwa jene in dieser ruine hier wind feuer wasser donner und zeit und ähm licht genau das war's wer immer über solche kräfte verfügt soll mit hilfe von mysteriensteinen seine macht noch vergrößern können der genaue wort laut ist in der übersetzung gleich neben der steintafel zu lesen da ich so nausschrift nicht entziffern kann benötige ich stets tauro als fachmann für die übersetzung am meisten treibt mich aber dass diese eine schwebende kranzruine um die man nicht betreten darf ich bin mir absolut sicher dass es darin eine weitere steintafel gibt es ist eine solche schande gut dann gehen wir kurz ins camp das ist büchlein ekefs forschungstagebuch zur östlichen kranzruine die ruine ist nahe an einem abgrund weshalb ich als miasma experte den einsatz leite um die gefahr zu minimieren wir entdeckten eine steinerne tafel mit so nausschriftzeichen genau wie in den anderen ruinen auch bei den aufräumarbeiten berührten einige helfer das miasma eine helferin hat sich leider bis heute noch nicht erholt die kräuter die gegen miasma schäden helfen haben wir bereits für verwundete beim späposten aufgebraucht es handelt sich dabei um eine gelbe pflanze die ich auf die ich zufällig gestoßen war vermutlich eine ganz neue spezies da die beschaffung relativ schwierig ist forsche ich derzeit vordringlich nach einem ersatz für diese kräuter sachte sachte der erschreckt sich gleich ne verrückt dass sich so nah an einer siedlung ein abgrund auftut ich muss das täglich weiter beobachten salis kümmert sich hier um die erforschung der kranz ruinen also werde ich mich vielleicht der erforschung des miasmas widmen ja das ist gefährlich erschreckt mich doch nicht so das wäre beinahe ins auge gegangen um ein haar wäre ich runter gefallen da kann ich mich noch so sehr mit miasma auskennen wenn ich von hier abstürze war's das für mich du hast mich doch sicher nicht ohne grund angesprochen hast du vielleicht eine frage zum miasma um ehrlich zu sein weiß ich selbst nicht so ganz was miasma eigentlich genau ist aber der untergrund ja so nennen wir die tiefen unter dem abgrund da drüben dort gibt es haufenweise miasma wie es aussieht dringt es durch abgründe und risse nach oben und wird an der oberfläche ausgespiehen es handelt sich um eine äußerst problematische substanz die dir deine kraft rauben wird wenn du sie berührst ich stecke mit meiner forschung in einer sackgasse so fühlt es sich zumindest im moment an du löcherst mich ja geradezu mit fragen soll es etwa heißen dass du planst selber den abgrund selber selbst den abgrund hinunter zu steigen du hast ganz schön mumm in den knochen das imponiert mir wenn du miasma berührst und dich unwohl fühlst musst du sofort zurück an die oberfläche das ist das wichtigste dann kann dir möglicherweise essen weiterhelfen aber das hat bei mir bis jetzt nur ein einziges mal geklappt das war als ich die gelbe pflanze gegessen habe die ich zufällig nahe einer heruntergefallenen ruine gefunden hatte ich habe überall nach dieser pflanze gesucht aber es scheint absolut keine aufzeichnungen darüber zu geben da fällt mir ein korine hat angeblich eine neue art von pflanze gefunden ich sollte sie später danach fragen also müssen wir zu korine noch mal hin ah das hat mir gut das heißt wir müssen in den abgrund auf jeden fall reingehen und mal nachschauen aber gleichzeitig haben wir jetzt zweimal erfahren dass wir zu korine sollen und korine ist beim kaugummiautomaten dann gehen wir zuerst kurz zu korine ich habe eine markierung gesetzt ne habe ich nicht wir dürfen gerade keine markierung setzen ok ja ich finde die ruine ich bin profi so geht es hier noch rein da ist nix hier ist nix hier ist nix und oben waren wir ja schon ne? ich glaube ja so wo ist der kaugummiautomat ich meine er müsste rechts von uns sein unter uns nochmal ruine da gegenüber ist auch noch eine ruine da oben fliegt irgendwas ok irgendwas fliegt da oben rum die gemtrails auch hier ist die tafel guck mal die haben wir noch nicht gelesen Übersetzung des Texts äh Texts der Steintafel in der östlichen Kranzruine Kraft Wind Feuer Wasser Donner Garzeit Licht Dessen Mächte Mysterienstein Ein viel Stärke Stärke Der Text dieser Steintafel beschreibt anscheinend einen sogenannten Mysterienstein Ich würde ihn wie folgt interpretieren Wer die Kraft von Wind Feuer Wasser Donner oder gar Zeit oder Licht besitzt Dessen Mächte vermag ein Mysterienstein um ein Vielfaches zu verstärken Da ist ein Camp von den Frechen Die sollten zum Kaugummiautomaten hin und ich finde ihn jetzt nicht mehr Das ist sehr gut Weil da ist die nette Dame die sich mit den Pflanzen auskennt Das war doch eben noch hier auf der anderen anderen Schluchtseite Ja, eben auf der ganz anderen Schluchtseite ist es Aber hier, das eine schwebt wirklich Dann müssen wir noch drauf Ok, hey du da Komm mal her Da dürfen wir scheinbar noch nicht hin Du weißt wohl nicht wo du hier bist Prinzessin Zelda hat strengstens verboten dass Unbefugte sich dieser Kranzruine nähern Und jetzt geh bitte Das hat Zelda gesagt Ja, ganz genau Nachdem sie neulich hier in Kakariko war hat sie diese Kranzruine absperren lassen Dann ist sie gleich wieder gegangen Also weiß ich nicht was ihre Gründe dafür waren Aber wie du siehst Kann die Ruine jederzeit herabstürzen Sie wollte sicherlich vermeiden dass jemand aus dem Dorf zu Schaden kommt Wie kommt ein Tauro hierher? Ja Oh ja Die schwebende Kranzruine hier im Dorf ist das Bei weitem interessanteste Forschungsobjekt meiner Laufbahn Und welch weise Voraussicht Die Bedeutung dieser Ruine zu erkennen Und sogleich die Forschungsgruppe zu rufen Ich bin von ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt Liebe Dorfvorsteherin Ach was Ich konnte bloß nicht einfach so ablehnen Als mir meine Vorgängerin ganz plötzlich dieses Amt übertrug Dorfvorsteherin Bin ich mehr oder weniger nur auf dem Papier Denn ich muss noch sehr viel Huch Oh Link Seid ihr es etwa Welch eine Freude euch wiederzusehen Paya Dorfvorsteherin von Kakariko Wie froh ich doch bin euch und Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen Link Oh nein wie bitte? Prinzessin Zelda soll immer noch verschollen sein? Nein ihr müsst euch irren Sie stand vor mir und hat mit mir geredet Es geschah gleich nach dem Kataklysmus Prinzessin Zelda kam zu uns nach Kakariko und Sie befahl allen im Dorf sie sollten sich von dieser schwebenden Kranzruine fernhalten Ganz ohne Zweifel ich bin mir sicher sie gesehen zu haben Da sie ursprünglich Da sie urplötzlich wieder verschwand Konnten wir sie leider nicht nach dem Grund für das Verbot fragen Wir nahmen an dass sie das Dorf und seine Bewohner schützen wollte Da die Ruine jederzeit herabstürzen könnte Ja genau darüber habe ich mich soeben mit Frau Paya hier unterhalten Das heißt aber alles nicht dass wir an euren Worten zweifeln würden Link Was für eine verwirrende Angelegenheit Oh ich bitte um Verzeihung Jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen Dies ist der hochgeschätzte Herr Tauro von der Sonau Forschungsgruppe Ich habe ihn gebeten die in und um unser Dorf herum herabgefallenen Kranzruinen zu erforschen Schließlich sucht sein Wissen über die Sonau Zivilisation seinesgleichen Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschertalent an den Tag Sondern ist selbst mit der Schrift der Sonau vertraut Diese schwebende Kranzruine zu der Prinzessin Zelda den Zutritt untersagte Zweifelsohne handelt es sich um ein einzigartiges Objekt Das es nur in Kakariko gibt In der Umgebung des Dorfes sind mehrere dieser Kranzruinen herabgefallen Die meisten sind dabei auseinandergebrochen und in jeder von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel Bei ersten Entzifferungsversuchen stellte sich heraus dass die Texte mysteriöse Begriffe wie die Weisen enthalten Es gibt allerdings noch so vieles das sich bislang unserem Verständnis entzieht Ich könnte mir sehr gut vorstellen dass es auch in der schwebenden Ruine eine Steintafel gibt die von Weisen erzählt Selbstredend würde ich niemals gegen Prinzessin Zeldas Befehl verstoßen und die Ruine auf eigene Faust erkunden Wenn ich nur noch einmal mit ihr reden könnte, ließe sie sich vielleicht von mir überzeugen Jedenfalls kann ich deine Berichte über Prinzessin Zelda nur schwer mit unseren Ergebnissen hier in Einklang bringen Wenn bei ihr alles in Ordnung ist, dann wünschte ich sie würde wieder mit uns in Kontakt treten Sie muss ihre Gründe haben Doch bis wir Prinzessin Zeldas wahre Beweggründe erfahren, haben wir keine Wahl als die Ruinen nicht zu betreten Gut, wir dürfen also einfach nicht hin Wir kommen da irgendwie hin Einfach hochporten Gute Nacht Bisa und Chat Muckimaki Schlaf schön, Träumer schönes Und wenn du magst, morgen geht es um 18 Uhr weiter Schon wieder 21 Uhr Wie schnell die Zeit vergeht Na aber gut, in Kakariko gibt es auch einiges zu erforschen Hühner Hier sind Hühner Und hier dürfen wir angeblich nicht hoch, ist alles abgezäunt Und ja, wir sind zu nah dran Hey Duda Komm mal her Oh nein, nicht wieder runter gehen Du weißt wohl nicht, wo du hier bist Prinzessin Zelda hat strengstens verboten, dass Unbefugte sich dieser Kranzruine nähern Und jetzt geh bitte Okay Das heißt, da dürfen wir einfach nicht hin Dann können wir im Dorf mal gucken Wir haben ja schon ein paar Leute zurückgeholt Das heißt, es müssten jetzt ein paar mehr Läden offen sein Fangen wir hier an Klamottenladen Ob der inzwischen günstiger ist? 5.000 Ist immer noch teuer Mit den Finanzen ist es gerade nicht leicht, aber wir sind eine Familie Wir müssen das zusammen schaffen Okay Da mussten wir nach Zagono, ne? Zagono ist eine Modemarke, die derzeit in ganz Hyrule gefragt ist Ob du es glaubst oder nicht, sie kommt aus einem kleinen Ort namens Hateno im Südosten dieser Region Necluda Ich hätte gern, dass meine Schwester dort Mode studiert Aber wenn ich an unsere Finanzen denke, ist es derzeit nun mal etwas schwierig Nee, Finanzen Weil wir mussten für die irgendwas erledigen Es ist leider nun mal so, dass meine arme Oma gerade eine seltsame Krankheit hat Meine Schwester Himba hat sich zum Glück bereit erklärt, Oma in dieser schweren Zeit zu pflegen Und das, obwohl sie doch gerade in Hateno im Südosten eine Ausbildung zur Modedesignerin machen wollte Aber wenn es um unsere Oma geht, ist alles andere erstmal zweitrangig Okay Wenn meine Oma wieder besser geht, wo ist die Oma hin? Wir müssen die Oma finden Sonst wird es nicht günstiger Und guten Abend, Finan, schön, dass du da bist Wir sind gerade hier in Kakariko und machen hier gerade alle möglichen Aufgaben Und jetzt gerade würde ich ganz gerne Oma heilen Da müssen wir wahrscheinlich im Tagebuch gucken Ähm, Gasthausbesitzer Geben wir die erstmal ab, ne? Weil die haben wir im Grunde jetzt fertig Kränze zu verkaufen Er hat genau einen Kranz Hör mal, da liegen doch meine Schmuckkränze Komm runter, du machst doch alles schmutzig Ja, ich wollte bitte nur reden Ich rede ja nicht so gern mit meinen Kunden, aber Du bist ein Erwachsener Da solltest du bessere Manieren haben Sorry Wie wäre es mit einem Schmuckkränzchen als Andenken? Eins kostet fünf Rubine Okay Vielen Dank Zur Vollendung füge ich dem Kränzchen nur noch ein wenig Liebe hinzu Schmatz Ja Bitteschön, hier nimm Haben wir das irgendwo? Derzeit geschlossen Ähm Schöne Begegnungen Du Scherzkeks Was soll ich mit dem Teil machen? Ist für irgendeine Aufgabe gedacht wahrscheinlich Ja Gasthaus Da wollte ich jetzt reingehen Da können wir die Aufgabe abgeben Äh Vielleicht machen wir damit die Großmutter gesund Und Was war hier in dem Haus? Warum so hoch? Hopp Oh Hey junger Bursche Du besichtigst lieber anstatt zu schlafen? Hast du die Kranzruinen besichtigt? Wenn ich nicht diese Höhenangst hätte Würde ich das sofort machen Bei der schwebenden Kranzruine ist das Betreten verboten Da kann man eh nichts machen Aber es würde mir schon reichen Zu wissen was auf den Steintafeln In den vier anderen Ruinen geschrieben steht Wie? Was? Du hast für mich einen Blick drauf geworfen? Und? Was stand drauf? Im Altertum gab es in Hyrule die sogenannten Weisen Die das Reich beschützten Faszinierend Die Weisen waren bestimmt solche unbeugsamen und weisen Personen Wie unsere Prinzessin Zelda Jedenfalls danke dass du der Sache für mich auf den Grund gegangen bist Falls du mir auch den Inhalt der drei verbliebenen Steintafeln verraten könntest Wäre ich dir ewig dankbar Uns fehlt eine glaube ich Du hast mir noch mehr zu berichten? Sag schon was stand drauf? Früher einmal gab es Personen die mit Wind, Feuer, Wasser, Blitzschlag Sowie mit Zeit und Licht im Bunde waren Und mit Hilfe sogenannter Mysteriensteine Konnten sie diese Kräfte sogar noch verstärken Hochinteressant Das müssen ja tolle Steinchen gewesen sein die man damals hatte Naja auf jeden Fall vielen Dank dass du mir davon erzählt hast Das war noch interessanter als ich gehofft hatte Da bin ich umso gespannter auf die zwei übrigen Steintafeln Du hast mir noch mehr zu berichten? Sag schon was stand drauf In uralten Zeiten kämpfte der damalige König an der Seite der Weisen gegen den Dämonenkönig Doch sie konnten ihn nicht bezwingen Und beschlossen etwas für die Zukunft zu hinterlassen Eine letzte Hoffnung Moment mal Dann ist dieser Kataklysmus Vielleicht ein Zeichen dass der Dämonenkönig zurückkehrt? Haha Da geht meine Fantasie wohl mit mir durch Hoffentlich Naja ich bin dir auf jeden Fall dankbar Dass du den Aufwand betreibst Auch wenn du auch nur ein Tourist bist wie ich Du bist nicht zufällig jetzt auch super gespannt auf den Rest? Du hast mir noch mehr zu berichten? Sag schon was dann drauf Haben wir doch alle vier schon gesehen Okay gut Um ein weiser zu werden Brauchte man nicht nur außergewöhnliche Kräfte Sondern auch noch einen Mysterienstein? Faszinierend Aber was soll das überhaupt sein Ein Mysterienstein? Ich wette die waren wunderschön Glänzender noch als Diamanten Und das war die vierte oder? Hm Warte mal Wenn man alle Inschriften zusammenfügt Dann kommt ein zusammenhängender Text raus Oder nicht? Und das bedeutet Der letzte Teil steht auf der Tafel in der schwebenden Kranzruine Ach Mist Ich habe versucht den Text im Kopf zusammenzusetzen Aber ich bin zu doof dafür Aber mit deiner Hilfe Konnte ich auf jeden Fall etwas Altertumsluft schnuppern Vielen Dank dafür Darf ich dir zur Belohnung etwas ganz tolles schenken? Etwas das jeder Reisende unbedingt braucht? Zitterflügler Dieser seltene Schmetterling zeigt sich nur bei Regen Er erzeugt isolierend wirkende Stoffe, die als Medizin den Widerstand gegen Elektrizität erhöhen Schmetterling denn nur beim Regen erscheint? Ach du meine Güte Da muss ich bei Regen jetzt immer gezielt suchen Das sind sogenannte Zitterflügler Ich habe sie in Fierone gefangen Sie sind ganz selten Und zeigen sich nur bei Regen Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten kocht Erhält man einen Trank, der vor Elektrizität schützt Wenn du auch so viel auf Reisen bist wie ich Solltest du dir das gut merken Also dann Man sieht sich Neue Kleidung wäre toll Ja Wo ist von der die Oma? Wir hätten hier für die Oma einen ganz tollen Kranz Dass sie schnell gesund wird Heute seit langem nochmal einen entspannten Abend gehabt Waren eben mit Freunden Schnitzel essen Und haben bis gerade noch zusammen gegessen Gesessen Oh lecker Schnitzel geht immer Schöne Schnitzel mit Pommes Und kleinen Beilagensalat Herrlich 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 Vielleicht können wir es hier abgeben So ein Chaos Ah sei gegrüßt Herr Link Die Nacht ist schon hereingebrochen Möchtet ihr euch nicht vielleicht im Gasthaus entspannen? Dieses Buch enthält angeblich alle bisherigen Erkenntnisse der Sonau-Forschungsgruppe Ich weiß gar nicht, wie oft ich Paya darin schon schmökern sah Würde sie doch nur den gleichen Eifer bei der Erfüllung ihrer offiziellen Pflichten als Dorfvorsteherin einen Tag legen Das Buch haben wir schon gelesen Das Buch haben wir schon gelesen Unterm Bett eigentlich auch, oder? Das kann man nicht lesen Das andere hatten wir aber Was ist das? Was ist das? Und hier ist eine neue Aufgabe? Was? Oh, ein Kunde Hey, da bist du ja wieder Ich muss mich wohl bei dir dafür bedanken, dass du diesen Kerl aufgeweckt hast Jetzt brauche ich mich hier um nichts mehr zu kümmern und kann was anderes tun Hier ist ein Dankeschön für dich Anti-Rutschen-Medizin, oh wie cool Für neun Minuten hält die Der Anti-Rutscheffekt bewirkt, dass du auf nassen Oberflächen nicht abrutscht Dank stark absorbierender Zutaten unerlässlich bei plötzlichen Regenschauern Es handelt sich um ein hochwertiges Produkt aus vier Klammerkröten und einem Bockblinhorn An einem dieser miserablen Regentage könnte es dir durchaus gute Dienste leisten Wunderbar, jetzt kann ich mich endlich eine Runde aufs Ohr legen Warmes, weiches Bett Ich komme! Trüffel, Trüffel Du bist ein Kunde, stimmt's? Du hast mich geweckt Dank dem Duft des Trüffels werde ich auch Nächstes Mal einen wunderbaren Traum haben Vielen Dank Jemand aus der Forschungsgruppe sprach über eine Steintafel Dabei muss ich wohl eingeschlafen sein Das letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich einschlief ist Auf anderen Steintafeln stünden noch andere Worte Also Normales Bett 20 Rubine Luxusbett 30 Rubine Glaube ich Dabei ist es hier sooo gemütlich Genau Wir gehen raus Ich sollte mir was gönnen Nein, gönn dir Hier im Möhrchenladen Gibt es da was Neues? Ich habe die Aufgabe schon fertig Ja, dann sehr gut Da sind jetzt mehr Sachen da Jetzt haben wir hier Butter und Kürbisse Vor allem war hier alles leer So Sportkarotten Ich habe gehört, dass du uns einen großen Gefallen getan hast Die beiden haben schon darüber gestritten, was besser ist, als sie noch Kinder waren Und jetzt essen sie das Gemüse des anderen, haben sich umarmt und vertragen sich Außerdem habe ich endlich wieder Ware im Laden Es könnte nicht besser sein Oh, und bevor ich es vergesse, nimm bitte das hier an Eine ganze Fitkarotte Dankeschön Das ist eine Fitkarotte Wenn du sie kochst, verleiht sie dir Ausdauer Ein erstklassiges, natürliches Heilmittel Sie wird schon seit Urzeiten sehr geschätzt Ist aber heutzutage äußerst selten geworden Bitte nimm sie Ich danke dir vielmals Bitte komm jederzeit wieder Die hat nur eine Aufgabe, ne? Nicht mehr? Hallo Nur hereinspaziert Da die beiden alten Kauze sich endlich wieder vertragen haben Konnte ich mein Sortiment um einige Zutaten erweitern Nur eine Sache ist leider noch immer recht knapp Uns gehen so langsam die Eier aus Früher legten die Hühner ihre Eier immer morgens in den Ställen Doch nun haben sie sich dafür einen anderen Ort gesucht Ich habe schon versucht ihnen zu folgen Aber meine alten Beine konnten mit den flinken Hühnerfüßchen nicht mithalten Die Nachfrage nach Eiern ist immer sehr hoch Deshalb bräuchte ich insgesamt 10 Stück Ach, bitte verzeihe, dass ich dir mit meinen Problemen ein Ohr abschwatze Wie kann ich dir weiterhelfen? Wir brauchen 10 Eier Wie hat alles außer Eiern? Die Hühner haben sich wohl eine neue Legestelle gesucht und brechen immer im Morgengrauen dorthin auf Gut, wir können hier nicht einfach so 10 Eier geben oder haben keine 10 Eier Dann müssen wir die Zeit vorspulen bis Morgengrauen ist, was gleich der Fall sein dürfte Hier Bis morgens Die Hühner waren genau hinter uns Und laufen immer hinterher und gucken nach wo die hingehen Und Big Sugar, schön dass du da bist, hey! So, hier sind die Hühner Wir machen gerade verschiedene Aufgaben Zuerst habe ich versucht einen Leunen zu besiegen, hat nicht ganz hingehauen Immer so knapp gescheitert Und jetzt machen wir in Caterico verschiedene Aufgaben Und gerade jetzt haben wir erfahren, die Eier sind alle Und die Hühner haben irgendwie so einen geheimen Ort, wo sie die Eier ablegen Und den versuchen wir jetzt rauszufinden Und laufen den Hähnen hinterher Und haben wir gerade nicht sicher, ob wir denen überhaupt hinterherlaufen sollen Weil das sind halt die Hähne und nicht die Hühner Aber die gelten wohl auch Na, gehen die hin Und das sind, ach die haben die Eier gefunden Das sind die, also die Kranzruinen Ähm, Lasi Kann schon sein, dass dieser Teil auch zu den Kranzruinen gehört Aber das ist doch nur ein Bruchstück Wollen wir uns nicht lieber die Kranzruine dort oben ansehen? Das ist die Kranzform doch auch Das ist die Kranzform Ne, da Da ist die Kranzform doch auch viel besser erhalten Ein Tippfehler Aber ich dachte, dass man sich dieser Ruine aufgrund des Befehls von Zelda nicht mehr nähern darf Da ist so ein Bruchstück wie das hier doch viel besser Hier kann man richtig auf Tuchfühlung gehen Vielleicht können wir sogar ein paar Teile mitgehen lassen Um sie eingehender zu untersuchen Äh Äh, ich käme natürlich nie auf die Idee, diese Ruinen einfach so anzufassen Oder gar was mit zu... Äh, huch, Moment Du bist gar nicht von der Forschungsgruppe, oder? Uff, ich dachte schon Ich hätte mir jetzt die Standpauke meines Lebens eingehandelt Wir studieren die Ruinen, weil wir Teil der Sonau-Forschungsgruppe werden möchten Bei den rund um Kakariko heruntergefallenen Kranzruinen handelt es sich um sensationelle Fundstücke Deswegen hat sich die Crème de la Crème der Sonau-Forschungsgruppe hier im Dorf versammelt Solche Gelegenheiten gibt es nur selten Deswegen sind wir hergekommen, um sie mit Fragen zu überhäufen Aber Lasi lässt sich so leicht ablenken, dass wir noch nicht viel weiter sind Tut mir leid, Chico Gehen wir als nächstes die Steintafel angucken, die man in einem der Kranzruinen Bruchstücke gefunden hat Unbedingt! Fünf Kranzruinen sollen rund ums Dorf runtergekommen sein Wir sollten uns jede einzelne angucken Lassen sich leicht ablenken Solche Noobs! Wer lässt sich ablenken? Immer schön Fokus behalten und die eine Aufgabe machen, die man machen will Ist doch easy Ganz besonders im Spiel wie Zelda Oh, Klammerkröte Die brauchen wir für das Rezept jetzt Jetzt sind wir auch hier bei der einen Frau Hier ist diese eine Frau, die diese gelben Pflanzen erforscht hat Links war der Kaugummiautomat Also gute Ecke hier Aber erstmal den Hühnern folgen Fokus und eine Aufgabe nach der anderen Die haben auch einen guten Weg vor sich Wenn die jeden Tag so einen weiten Weg laufen Entdeckt! Hühnerfischdeck! Ja, hier sind einige! Kämpfen die mit uns eigentlich? Wenn wir alle Hühner kreieren? Ja, hier sind wir ja Klauen Gut, wir haben auch hier ein 12 müssen das sein, ne? Fitkröte, Spurtkröte Oh! Eine Wand für Juno Ah ne, erstmal warten, ne? Erstmal angreifen lassen Und dann Oh, da muss die Zunge raus machen Jetzt hat das Nein! Da habe ich zu lange gewartet Hatte der Juno verschluckt? Juno, geh da kurz weg Wir müssen das da abschießen Genau, jetzt kann man draufhauen Gucken, so geht das Ich mag es, wenn da entdeckt steht Das ist immer ein Erfolgserlebnis, das ist schön Ichinbogen Traditioneller Bogen der Shika Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt Und sie spannt, erscheinen auch entfernte Ziele Als wären sie ganz nah Ich denke mal, das ist ein neuer Bogen Den müssen wir mitnehmen Und dann gleich fallen lassen Nein, so nicht Fallen lassen Damit wir jetzt ein Foto machen Ja, der ist nagelneu Ichinbogen Ein neuer Eintrag für unseren Pokédex Problem ist, der andere Bogen ist eigentlich noch viel besser Welchen schmeißen wir jetzt weg? Ichinbogen hat eine perfekte Reichweite Das ist schon ziemlich, ziemlich gut Der hier hat eigentlich eine Stärke von 28 Der ist eigentlich der schlechteste Obwohl ich ihn eigentlich am meisten mag Nee Haben wir den abgelegt? Doppelschuss Bogen, genau Und der hat er 27, genau Ein mächtiger Konstrukt Bogen Wir nehmen den 26er als Standard wieder unseren Ritter Bogen Und hier gehts noch weiter in die Höhle rein Guck mal, die Wand kann man kaputt machen Die kann man auch noch kaputt machen Und dahinter ist unser Freund Ich habe es noch nicht gesehen Aber wir haben ihn gesehen Juno? Das war nicht Juno? So Und unser Maioy des Tages Wunderbar Pokémon Snap Sieht für mich ja total uninteressant aus Aber was ich feiern würde Wäre, wenn man in den Hauptspielen Fotos für Decks Einträge machen müsste Wie in Zelda Das wäre schön Aber gerne auch mit Bewertungen Wie in Pokémon Snap Dass so ein bisschen die Pose bewertet wird Wenn du es mit dich hast Auch nochmal mehr Punkte kriegst Ich meine, das Bewertungssystem war da schon ganz schön gewesen Hm, gehen wir mal umgucken Vielleicht gibt es hier einen Geheimgang Du meinst, wir haben ihn entdeckt Ja! Na, wir sind hier beim Ausgang Und die Hühner laufen alle weg Jawoll Noch wieder ein Stein Na, Juno 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 ist gerade nicht da Juno Da ist er Da müssten zwei Steine drin gewesen sein Da ist einer Der andere Es sind eigentlich immer zwei Steine drin Ja, ein Lut ist weg Das ist der Nachteil mit Juno Juno spart uns die Werkzeuge Aber dafür ist manchmal der Lut halt weg So, dann geht es zurück Hier war die eine Dame, die über die gelben Pflanzen Bescheid weiß Die alle heilen können Okay Die müsste hier bei dem Zelt sein Nee, die ist immer noch nicht da Korines Forschungstagebuch zur südlichen Kranzruine Das hatten wir schon Das hatten wir schon Außerdem entdeckten wir auf der Ruine eine Pflanze Die einer uns bis dato unbekannten Spezies anzugehören schien Recherche in alten Texten ergab jedoch, dass es sich um ein als ausgestorben geltendes Sonnenfleckchen handelt Wir versuchen gerade sie in einem Pflaumengarten im Dorf zu züchten, der uns zur Verfügung gestellt wurde Was die Forschung bezüglich des runden Dings mit etwas drin angeht, kann ich leider noch keine Fortschritte vermelden Sonnenfleckchen Ja, die haben wir sogar Die haben wir oben bei denen im Himmel eingesammelt Und hier ist irgendwo ein Pflaumenbeet und da wollen wir das gerade anpflanzen Wo ist hier ein Pflaumenbeet? Das da vielleicht? Da sind zumindest ein paar Leute Nur ein Möhrchenbeet Ist das die vielleicht? Das hilft auch nicht Was mache ich nur, wenn nichts passiert, wird Oma wohlmöglich noch Wir haben die Oma gefunden Endlich, jetzt werden die Klamotten billiger Aber Clari hat ja mit der Boutique schon alle Hände voll zu tun Ich muss irgendwie selbst ein Heilmittel für Oma finden Können wir helfen? Kennen wir uns? Du bist nicht von hier, oder? Ist eigentlich auch egal, solange du helfen willst Also, es ist so, dass meine Oma sich zu nah an sogenanntes Miasma herangewagt hat Und nun liegt sie krank im Bett Und außer auf Milchrisotto hat sie keinen Appetit auf gar nichts Ich suche jetzt Zutaten, die gegen eine Miasma-Vergiftung helfen Damit ich ein Milchrisotto damit anreichern kann Bisher habe ich aber leider noch nichts gefunden, das irgendwie hilfreich ist Wenn ich nicht bald so ein heilendes Milchrisotto für meine Oma machen kann, sehe ich wirklich schwarz Also, viel weiß ich selbst auch nicht darüber Außer, dass es ziemlich gefährlich ist, wenn man es anfasst Meine Oma war offenbar am Osthügel, um der Forschungsgruppe zu helfen Und kam zu nah an den Abgrund Wenn ich das richtig verstehe, kommt Miasma aus dem Abgrund Aber Oma wusste das nicht und hat hingelangt Also, irgendwo muss es doch eine Zutat geben, die gegen Miasma hilft, oder? Milchrisotto Das Lieblingsgericht meiner Oma Es besteht aus Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse Hättest wohl nicht gedacht, dass Reis und Milch so gut zusammenpassen, was? Schmeckt aber richtig lecker Ich habe Hyrule-Reis und Milch bei den fahrenden Händlern, die auf der Straße Richtung Westen unterwegs sind, gekauft Nun habe ich einen ganzen Vorrat davon und muss mir um die Zutaten für das Milchrisotto keine Sorgen machen Leider fehlt mir noch die entscheidende Zutat, die gegen Miasma-Vergiftung hilft Okay, es war, ach wie hieß es, Zuckerröhrchen? Ne, ähm, die Pflanze mit Z aus dem Himmel Warte mal, bezweifelst du etwa, dass Milchrisotto schmeckt? Das Lieblingsgericht meiner Oma, es besteht aus Reis, Milch und Wildgemüse Reis, Milch und Wildgemüse Reis, Milch und Wildgemüse Also, Reis, Milch und Wildgemüse Mein Güte, so schwer ist es doch nicht So Haben wir Reis und Milch Öl Oh, alphabetische Sortierung wäre so gut Reis, das ist so ein Gestänge, das ist so ein, sonst gehen wir direkt zu den Händlern Weil ich glaube, wir haben auch keine Milch Und Wildgemüse ist wahrscheinlich einfach irgendwie so eine Rübe, ne? Da steht ja nicht genauer dabei Weil Wildgemüse als Ernteprodukt gibt es ja nicht Okay, also ich glaube, wir haben kein Reis und wir haben auch keine Milch Und hier sind die Lebensmittel jetzt oben sortiert, meine ich Das ist die falsche Das ist was für eine Sortierung Am häufigsten verwendet, nach Typ, nach Angriffsstärke, nach Typ Typ ist eigentlich gut Das könnte Reis sein Das ist Reis, guck mal, wir haben Reis Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir auch Milch haben Aber ich denke, Milch müsste so eine Flasche sein Das heißt, Milch haben wir eher nicht Und Wildgemüse gibt es auch nicht Dann müssen wir einfach irgendein Gemüse nehmen Okay, also Himba ist hier Wir müssen jetzt einen Händler unten finden Beziehungsweise bei der einen netten Dame hier Für die wir gerade die Eier besorgt haben Da können wir erstmal hingehen, das abgeben Da ist der Klamottenladen Was war denn das hier? Als nächstes, hm Paarja war das, okay Nee, nee, wo ist der andere Laden? Einkaufsladen Was war das Hotel? Das ist der Einkaufsladen Mit der Möhre Aus irgendeinem Grund hat sich mein Krokel erst auf Level 20 entwickelt Eigentlich entwickelt es sich auf Level 16 Was war ich Level verpasst vorhin? Weil normal ist das, das klappt schon Morgen soll in Kapu Pipi Auflauf mit Shiny sein In Pokémon Go wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht Milch und Reis passen auch nett gut zusammen Doch doch, Milchreis ist lecker Milchreis, sehr sehr lecker So, hier gibt es keine Milch Wir müssen draußen Händler finden Weiß jemand, wo ich Alpha-Elite-Konstrukte finde? Brauche dringend ihren Loot Hab schon bei der Himmelsleiterinseln und den vergessenen Himmelsinseln gesucht Aber nur drei gefunden Äh, genau, also ich hätte auch gesagt bei den Schreinen, ne Nochmal in die Schreine reingehen, wo die waren Was ist das? Das dürften die Chancen am größten sein Hm, ähm Weißt du? Oh, ich kenn dich nicht Und ich soll nicht mit Leuten sprechen, die ich nicht kenne Ach, aber jetzt sprechen wir miteinander, also kenn ich dich ja Es wird schon in Ordnung sein Okay Die hat nur Kränze Bist du ein Händler? Ne, ne? Ist das ein Händler? Auch nicht, ne? Wir brauchen einen Händler Ich brauche Milch Achso, wir konnten mit einer Dame reden Das habe ich vergessen Ah, mit einer Dame reden, weil wir haben ja ihre Eier gefunden Wo ist der Laden hin? Hier So, oh, willkommen So, oh, willkommen Tut mir leid, ich werde so schnell wie möglich für Nachschub sorgen Nur Eier sind leider weiterhin Mangelware Die Nachfrage nach Eiern ist immer sehr hoch Mit zehn Eiern wäre mir deshalb schon sehr geholfen Oh, heißt das etwa Du hast für mich zehn Eier auftreiben können? Vielen Dank, wie lieb von dir Die kaufe ich dir natürlich sofort ab 50 Rubinen ist gut Es mag vielleicht nicht viel sein, aber für Eier ist dies trotzdem ein guter Preis Also, dann lege ich die Eier mal aus Nun kann ich meinen Kunden endlich wieder was bieten Schau ruhig wieder einmal vorbei Es ist schon komisch, was passiert, wenn ich mit dir spreche Es ist fast so, als hielte ich dich für jemanden, den ich von früher kenne Und schon stecken wir mitten im Gespräch Vielleicht solltest du das nächste Mal einfach direkt sagen, was du willst Damit wir nicht gleich wieder abschweifen Was empfehlen sie? Ich kann dir die Sportkarotten, die mein Mann anbaut und die Rüstungskürbisse von Narbis empfehlen Mein Mann und dieser alte Kerl mit den Kürbissen liegen sich schon seit vielen Jahren in den Haaren Deswegen konnten wir die Rüstungskürbisse bis jetzt nicht im Laden anbieten Aber vor kurzem ist etwas Unglaubliches passiert Die beiden haben sich wieder vertragen Und verstehen sich jetzt prima Wie kann ich dir weiterhelfen? Gut, der hat auch keine Milch Die hat jetzt Eier Wir brauchen Milch Ah, ein Händler Hier muss ein Händler irgendwie herkommen Und der muss Milch mitbringen Gut, ich rede mit dem, aber der sieht nicht wie ein Händler aus Enorm! Dank dir verstehe ich jetzt, wie alt diese Ruinen sind Ich muss zugeben, dass ich sehr aufgeregt war Vielleicht mehr, als in meinem Alter gut ist Ich werde mir hier weiterhin alles ansehen Also vielleicht treffen wir beide Touristen uns ja mal wieder Genau, der hat einen zu kleinen Rucksack Der ist nur Tourist Hier geht ein Weg hoch Und da geht ein Weg raus Ich denke mal, wenn ein Händler kommt, kommt er vermutlich aus der Richtung Gehen wir da mal gucken Ich bin auch eher der Tart und Quiche Fan Anstatt süße Torten Brühe bei einer Süßspeise Nicht so lecker, aber normalen Reis mit einer guten Soße oder Brühe Und Gemüse dazu ist lecker Esse Milchreis gern mit Chilikokos Süß mag ich nicht so Ich finde Milchreis cool Milchreis mache ich mir durchaus gerne mal Aber ich mag es auch scharf Also so gesehen klingt gut Scharfer Milchreis Habe ich mir nicht probiert zu machen Aber klingt sehr sehr spannend Und das hier Da kann man durchgehen Eine Kiste Hier ist einfach eine Kiste versteckt Mit einem Bärenstein Haben wir gefunden Weil wir sind ja Profis Wir brauchen unbedingt einen Händler Einen Händler der Milch hat Weil ohne Milch geht es nicht weiter Ich dachte gerade die Steine sehen so brüchig aus Aber ne da geht es glaube ich nicht durch Und wenn hier ein Händler reinkommt dann müsst ihr aus der Richtung kommen Ist gerade 15 Uhr Ist eigentlich eine gute Uhrzeit für den Händler oder Da ist ein Schild von Dummster Es ist mit Birgda Okay Also helfe mir kurz Birgda Und dann geht es weiter Wir brauchen nämlich den Händler Ja Ja Birgda Das ist diesmal ein hohes Schild Ja Die machen wir am besten So Ach du meine Güte Das dürfte das höchste bisher sein Das höchste Schild ever Ja Was war das denn Das Ding ist aber abgegangen Ich weiß nicht ob das die richtige Lösung ist Aber gut die eine Seite hält schon mal Es wird schon halten Wir müssen belieben Oh Oh guck mal Es ist Das sieht ja fast professionell aus Lass mal los Mal gucken ob es klappt Hält wieder eins Kerzen gerade Guck mal First try Oh Also Immerhin Die Sachen gehen hier immer schön blitzschnell Alles fertig Jawoll Ein roter Rubin Ja Ich würde gerne die Oma gesund machen Weil dann kriegen wir halt die Rüstungen günstiger Und da gibt es die schönen Schleichrüstungen Und die Leuchtrüstung Ah Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Milchhändler Und Milchhändler ist hier scheinbar nicht Sonst laufen die Händler immer überall in der Gegend rum Da ist ein Händler Ah Seht ihr? Unsere gute Tat wurde direkt belohnt Wenn du der Straße nach Südosten folgst gelangst du nach Kakariko Heutzutage herrscht in Kakariko ein reges Treiben Weil dort vor kurzem die Kranzruinen entdeckt wurden Und an Orten An denen sich viele Leute herumtreiben Ist auch ein großes Geschäft zu machen Als Handelsmann kann ich mir das nicht entgehen lassen Willkommen bei Riegens Waren Emporium Hier gibt es speziell ausgewählte Waren Für alle Kundenansprüche Ok, zeig mal was du hast Reis hat er, aber Reis haben wir schon eins Milch Er hat Milch Nehmen wir einmal mit Haben wir es jetzt einmal oder nicht? Was hat er noch? Schleimgelee, Chili Den Rest brauchen wir nicht Wir haben einen Reis Wir haben eine Milch Boah, die Milch sieht schön aus Mit der schön gemalten Kuh drauf So, Riegens Waren Emporium Immer bereit für deine täglichen Besorgungen Komm gerne mal wieder, ja? Ja, ja, ja Nix wie zurück Ja, und einmal Prost Alles klar Auf die gute London Milch Wir haben gerade frische Milch gekauft Perfekt gemacht hier Ah, herrlich Da oben ist kein Krog, ne? Das ist einfach eine Blume auf dem Dach Das ist eine Blume, ja So, 22 Uhr Oh! Na gut, dann haben wir in Kakariko heute viel gemacht Wir haben hier einiges gequestet Da ist noch eine Kröte Erstmal erholen, jawoll Zum Glück hüpfen die Kröten nicht weg Weil drei Kröten und ein Bockblinhorn, ne? Damit konnte man den coolen Saft machen, dass man nicht mehr abrutscht Haben wir gerade erfahren Sollte ich auch kochen, falls es noch nicht im Rezeptbuch drin ist Warum waren gerade überall die Kröten? Habe ich die mal übersehen? Nein, ne? Das ist jetzt überall Nun gut Ich habe da nichts gegen, ne? Die können ruhig überall sein Ich nehme die alle mit Wo mussten wir jetzt hin? Es war rechts und hoch und da war die kleine Kochstelle, ne? Da mussten wir Das war auch hier, ne? Das war auch hier, ne? Okay, wir dürfen nicht rausziehen Da dachte ich gerade, wir könnten die Müllchen rausziehen Hier ist die gute Gut, also kochen wir den Spaß Wir brauchen Milch, Reis und Gemüse Hier ist Reis in die Hand Aus dem Milch hin Warum auch immer unten einsortiert Wahrscheinlich weil sie noch neu ist Und irgendein Gemüse Wasserfrucht Das ist durchaus Gemüse, ne? Maxi rüber Wir könnten eine Fit-Karotte nehmen, ne? Karotte ist auf jeden Fall Gemüse Weil Wildgemüse hat nie gesagt, ne? Das ist keine Ahnung was Wildgemüse ist Aber Karotte müsste doch gehen Oder Ausdauerknolle Das ist eine Frühlingszwiebel, ne? Wir nehmen eine Fit-Karotte Fit-Karotte sollte als Gemüse zählen Und kochen wir es Wenn es nicht geht, muss ich mir alle Zutaten nochmal kaufen Das wäre ziemlich doof Fitness Milch Gemüse Risotto Füllt die Ausdauer übers Maximum hinaus auf In Milch gekochtes Risotto aus Hyrule-Reis Und leicht bekömmlichem Gemüse Der milde Geschmack hebt die Stimmung Und mit sieben Herzchen Das ist richtig gut Na, noch teure Zutaten Mal gucken, ob es ihr gefällt Oh, du bist es wieder Bist du wieder da, weil du dir auch Sorgen um meine Oma machst? Hätte ich sie bloß davon abgehalten Der Forschungsgruppe mit ihren gefährlichen Forschungen auszuhelfen Dann wäre sie nicht mit dem Miasma in Kontakt gekommen Und lege jetzt nicht krank im Bett Das einzige, was sie noch runterbringt Ist Milch Risotto Ich suche daher dringend eine Zutat Die gegen Miasma-Vergiftung hilft Aber bisher hat es noch nicht funktioniert Ich habe die Zutat vergessen Nein! Ich habe die eine Zutat vergessen Nachträglich reinschmeißen kann man es nicht Ich muss alle Zutat noch mal kaufen Okay, machen wir das andere Rezept Dreimal Kröt war das Ach, das ist ärgerlich Okay Dreimal Kröt Fitkröte Klammerkröte Eins, zwei, drei Oder wir gucken mal meine Rezepten nach Warte mal Wir haben ja theoretisch Die Rezepte hier Ähm WX Das andere X Das hier Ausdauermedizin Spur Scharf Schleich Anti-Rutsch Es ist schon registriert Wir müssen es gar nicht kochen Es ist schon registriert Mit vier Kröten sogar Wucher Ja, jetzt brauche ich also Reis und Hyrule Reis und Milch Was sind das? Schleichschnecke Ja Das ist mir ins Gehege reingeklumpst Da durften wir glaube ich nicht rein Die Hühner haben uns verkloppt, okay Haha, da bist du baff, was? Meine Hühner sind darauf trainiert Jeden Tunichtgut aufs Korn zu nehmen Der es wagt sich meinen Bäumen zu nähern Wer braucht schon Wachhunde, wenn man Wachhühner hat? In meinem Garten treibt keiner ungestraft Unfug Allerhöchstens einmal und dann nie wieder Im Leben nicht Du Lausbub Ein Glück, dass ich immer so aufmerksam über meinen Pflaumengarten wache Bist du etwa einer dieser Touristen, die wegen der Kranzruinen hier rumstreunern? In diesem Dörfchen leben viele ältere Leute Und bisher hatten wir es hier immer schön ruhig Aber seit unsere Paya Dorfvorsteherin ist, wimmelt es hier von jungen Leuten Eigentlich habe ich auch nichts dagegen Aber Sträuche wie du haben hier nichts zu suchen Ich warne dich Erzähl mal was beim Pflaumengarten Die vorherige Dorfälteste pflanzte diese wundervollen Pflaumenbäume just am Tag meiner Geburt Sie sind irgendwie Ah, ein Teil von mir Ich pflege und behüte sie wie meinen größten Schatz Corinne von der Forschungsgruppe ist sehr respektvoll im Umgang mit Pflanzen Deshalb darf sie meinen Garten nutzen Sie pflanzt sogenannte Sonnenfleckchen Die wohl sehr selten und kostbar sind Fass sie ja nicht an Wie läuft es mit einer Sonnenfleckchen-Forschung? Sehr gut Erwiesenermaßen stammen die Sonnenfleckchen von Himmelsinseln Es wäre großartig, wenn sie hier wüchsen Und was noch besser ist Ihr Konsum macht den Körper widerstandsfähiger gegen Miasma Also Aha Dir liegen diese Sonnenfleckchen aber sehr am Herzen Nicht wahr? Ich muss sagen Ich verstehe nicht viel von diesem Himmelsinsel- und Miasma-Kram Aber wenn dir mein Pflaumengarten bei deinen Forschungen helfen kann Dann freut mich das sehr Melos Pflaumengarten Betreten verboten Ja und drin sind die Kampfhühner Gut Die wollten keine Sonnenfleckchen haben Ich hätte es ihnen ja gegeben Jetzt müssen wir nochmal einen Händler suchen Aber der war ja Richtung Dorf gereist Also vielleicht kommt er hier auch rein Oder auch nicht Spulen wir die Zeit mal Richtung Morgen vor Wo ist die Kochschüssel? Hier Aber es regnet, ne? Bei Regen können wir die Zeit nicht vorspulen Oh nein Dann müssen wir hoffen, dass der Händler kommt Ach ja, dieser typische Hühnersound Hühnersound-Beste Lieber Händler Bitte sei wieder da Ich brauche Reis und Milch Da hinten läuft irgendwer rum Ich hoffe das ist der Händler Man kann ja schön Klamotten shoppen Ja Und dann würde ich sagen Gehen wir zum letzten Kartografieturm Dass wir den auch noch heute erledigt haben So Hier lief gerade jemand rum Ich habe es gesehen von Weitem Toll wenn es der Händler nochmal ist Ach das war das Vögelchen wahrscheinlich Das waren die Vögel die da geflogen sind Kein Händler da Händler Da unten ist ein Typ auf dem Pferd Kein Händler da Nehmen wir gleich einmal wieder Sonnenschein Das nächste Wetter ist Sonnenschein Das ist ja mal was Gutes Wenn es mitten in der Nacht dann Sonnenschein gibt Dann räumen wir hier das Camp auf Und das Hä Ach das war ein schlafendes Vögelchen Jetzt schläfts nicht mehr Ein Kakuda Auge Leider haben wir damit den Freundweh geweckt Die Freunde Ich wollte ihm Schlaf überraschen Der eine schläft Der schläft auch Sehr gut Guck mal Gehen alle schlafen Wir haben eine gute Waffe Obwohl das sind schwarzer Moblin Ich glaube die schwarzen Moblins brauchen was heftigeres Dann nehmen wir das hier Den roten kriegen wir glaube ich problemlos K.O. Aber den schwarzen nicht so ganz So Y Y ist dort Wir könnten mal Reis dabei haben Das wäre schön gewesen Und Aber Feuerfrüchte Vielleicht auch gut Gut So geht das Und Jan schön dass du da bist Hey hast du grad gesehen Wie ganz professionell die frechen Gegner besiegt Während die schlafen Und jetzt aus irgendeinem Grund mit dem Pfeil geschossen Ich habe heute versucht einen Leunen zu verkloppen Das hat nicht so geklappt Das machen wir ein andermal Wie kommen wir denn da hoch Ich will da hoch Da waren schöne Sachen Robert ich habe noch drei Plüschis am Montag oder so bestellt Sollen von Takara Tomi oder aus dem Pokémon Center sein Dann sind es doch schöne Dann sind es ein bisschen tolle Sehr gut Er wollte dich raiden Aber bei mir hat es richtig gekracht Erst Fehler Dann passierte gar nichts Oh Dann trotzdem Dankeschön Hab gehört Du hast auch inzwischen Internetprobleme Meine wurden endlich behoben Deswegen ich hoffe Deine werden auf jeden Fall schneller behoben Als meine Weil bei mir war es ja ewig Bei mir war es ja eine halbe Ewigkeit Also ne Toi 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 Dass es bei dir schneller klappt Weil Internetprobleme sind einfach doof Wir suchen ja auch gerade nach Zutaten Wir brauchen Reis und Milch Weil es hier eine Großmutter gibt Die müssen wir gesund machen Ich hatte Freundin Händler gefunden Aber leider das Rezept nicht ganz vollständig gehabt Ah Der hatte so gewackelt Ich habe mich schon gewundert Gib mir einen Bogen Ich brauche einen Bogen Und jetzt eine Feuerfrucht Und bam Zack Dass die Bäume sogar hier rumlaufen Das war ein normaler Apfelbaum Schlimm Er hat jetzt die Waschmaschine Ah Ich hoffe das wird schnell repariert Ähm Anonymous Raid Geht ja auch Geht ja auch Performance Probleme irgendwie Aber Internet läuft Hab aber ein ganz großes Problem Das wirklich übel ist Meins Meine Switch hat sich Montag verabschiedet Nein Mein ganzer Pokémon Fortschritt ist So gesehen futsch Und ich habe alles auf 999 Du weißt ja wie viel ich geratet habe Ja du hast ja alle Pokémons selbst Die ganzen Shinies alles selbst gemacht Oh nein Oh nein Oh nein Hast du schon Nintendo Support kontaktiert Also ich meine Wenn man ganz kräftig belieft Vielleicht kriegen die es repariert Vielleicht kann man es einschicken Und die reparieren das Aber gerade die Speicherdaten Das ist das Oh hunderte von Stunden Spielzeit sind das Ich hoffe das klappt irgendwie Weil ich hätte keine Ahnung Was man machen kann Aber Ja Wenn man Glück hat Vielleicht Nintendo Support Jo Belix Schön dass du da bist Hey Hab nur Teils auf Home Der Rest ist kaputt Spiele gerade mit der Switch meiner Freundin Muss ganz von vorne Auch Arzois Schwert und so Alles weg Oh nein Also wenn ich irgendwie helfen kann Mit dem Poké sag Bescheid Das ist gar kein Thema Aber ja Du willst natürlich deine eigene Sammlung haben Und meine Güte Das ist halt das total Ja Quasi total Schaden Wenn wirklich so mal So eine Switch kaputt ist In Speicherkarte Wenn man dann vernünftige Backups machen könnte Früher ging das Früher ging das Beim Gamecube Da konnte man Backups von allen Spielständen machen Oder bei der alten Playstation Das war problemlos möglich Bei der heutigen Switch Ich weiß nicht wie es geht Also wenn meine kaputt geht Sind auch alle Daten weg Eieieiei Hast du schon einen Plan Irgendwie was man machen kann Hast du das schon mal gegoogelt ein bisschen Gibt es da eine Möglichkeit Das zu reparieren Oder weiß es jemand im Chat hier Kann man das Nintendo irgendwie einschicken Und sagen hier Repariert mir das Ich meine wenn die Reparatur 50 Euro kostet Oder 100 Euro Dann ja Zähneknirschend macht man das Aber Hauptsache Die hunderten von Stunden Spielzeit Sind nicht verloren Ach die tragen die kleinen Frechen Ok aber die überleben den Sturz auf den Boden nicht Wollt ihr gerade einen Feuerzauber machen? Nein ne? Moment der kann zaubern Was macht der denn da für ein Kram? Was macht der denn da für ein Kram? Was macht der denn da für ein Kram? Ne der hat nen Bogen ne? Wieso kann der... Ah meine Waffe ist kaputt Oh die leuchtet schön Was für eine schöne Leuchtwaffe Was war das für ein Gegner ne? Der konnte irgendwie Mit Feuer was machen Oder er hat mit einem Feuerpfeil geschossen Mit den Feuerfrüchten Die benutzen sowas Cheater Alles Cheater hier Schlimm GameStop repariert es Echt? Ok wusste ich jetzt gar nicht Ich dachte GameStop verkauft nur gebrauchte Spiele Dass die Konsolen reparieren Ok Kann man auf jeden Fall probieren Das ist lieb Konsole ist zerlegt Habt ihr heute durchgemessen Und einen Kurzschluss gefunden Ist wohl ein Chip defekt zu sein Versuche sie zu reparieren Aber wird schwierig Ah du kannst das alleine machen Ok das kann ich nicht Ihr seid alle immer so gut hier ne? Alles hier Elektriker und Fachexperten Und ich kann das gar nicht Ich würde die Konsole niemals aufmachen Ich könnte damit nichts anfangen Aber gut wenn du selber machen kannst Dann umso besser Aber das mit dem Kurzschluss Das klang jetzt weniger gut Weil ja Wenn die Daten einmal durchgeschmort sind Dann sind die durchgeschmort Ne? Oh Ich meine einerseits kann man sagen Ok du hast wieder neuen Spaß Du kannst nochmal alles spielen Weil es macht ja auch Spaß Problem ist nur Ne? Alles auf 100% nochmal zu machen So wie du es gemacht hast Also Dynamics Abenteuer Ne? Alles nochmal fangen Das macht man normalerweise einmal Als Erlebnis Und dann freut man sich Dass man es geschafft hat Ja Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Das ist wirklich fies Ja ein Chip der für Batterie und Lademanagement ist Wenn es nur die Batterie wäre Die könnte man austauschen Also wichtig wäre das halt Der Datenspeicher Chip Dass der noch in Ordnung ist Aber ja Also ich drücke dir die Daumen Dass du da irgendwie eine Lösung findest Aber wenn du sogar selber machen kannst Dann hast du vermutlich die allerbesten Chancen Weil ich vermute mal Wenn du es an Nintendo einschickst Die gucken sich's routinemäßig an Aber die werden sich nicht so wahnsinnig viel Mühe geben Weil dafür haben die einfach keine Zeit Es regnet immer noch Wir können die Zeit nicht vorspulen Ich würde die Zeit gerne auch zum Morgen vorspulen Aber es regnet Ein Wetterbericht sagt gerade Als nächstes haben wir bewölktes Wetter Dann können wir das hier anmachen Ist Juno da? Juno Juno ist nicht da Zwei Konsolen habe ich Aber man kann nichts übertragen Weil die erste Konsole auch funktionieren muss Ja Alles gemein Das ist so gemein Wenn du die Account Daten hast Kannst du sie alle auf eine andere Switch übertragen Und hast alles wieder Aber nur wenn da auch alles gespeichert ist Ich weiß nicht ob in der Cloud alles gespeichert ist Ich kann mir gut vorstellen Dass sehr viele Sachen halt auf der eigenen Konsole gespeichert sind Na Wetter ist gut Jetzt können wir vorspulen Weil jetzt ist morgen Jetzt müsste der Händler kommen Jetzt brauchen wir die Zeit nicht mehr vorspulen So Wo ist der Händler? Händler komm her Falsche Richtung Sonst ja also Mario Kart und Co Habe ich alles noch Ja da wird sie in der Cloud gespeichert wahrscheinlich Aber ausgerechnet Pokémon Da speichern die alles schön auf der Speicherkarte In der Konsole Natürlich auf der internen Speicherkarte Weil früher habe ich es tatsächlich so gemacht Da hatte ich Backups gemacht Ja Ja Aber die früheren Konsolen Die waren so schön robust Da war nie was passiert Und jetzt ausgerechnet bei der Switch Oh Also ich hoffe du findest irgendwie eine Lösung Weil ich kann mir vorstellen Wie ultra doof das ist Wenn sowas passiert Das ist echt Oh Mann oh Mann oh Mann Cloud Speicherung wird nicht von Pokémon unterstützt Sonst ja also Mario Kart und Co Habe ich alles noch Genau ausgerechnet bei Pokémon Bei Mario Kart kann man glaube ich Das meiste viel schneller nachholen Das Freischalten aller Rennen Oder halt den Rekord auf jeder Route nochmal machen Das geht halbwegs schnell Bei Pokémon aber Da alles zu erledigen Das ist eine Sache von Tausenden von Stunden Oh Mann Ja Ich glaube die einzige Möglichkeit Für ein Backup wäre Wortwörtlich Wenn man die Pokémon vorher Alle auf Pokémon Home übertragen hat Ja Ja aber gut Im Spiel haben wir keine richtigen Achievements Ja okay Also wenn man die Pokémon auf Home überträgt Hat man die im Grunde gerettet Ja Bei der Spielnummer durchspielen Das dauert halt 30 Stunden nochmal Oder 40 Aber das geht zumindest Ja ist aber ärgerlich Dass man sich über sowas Gedanken machen muss Das Ding sollte einfach funktionieren Ich meine gerade Nintendo Hat ja normalerweise jetzt nicht so eine High End Technik Da ist der Händler Also Naja Ich bin hier Weil das sollte eigentlich in der heutigen Zeit Eher eine Ausnahme sein Und scheinbar ist das nicht ganz so eine Ausnahme So Kaufen wir mal zwei Reis Falls ich jetzt wieder versemmel Oh ist das teuer Ich wollte mir hier schöne Sachen kaufen So Und zwei Milch Und dann wieder zurück Oder porten wir uns zurück Ist es schneller? Ah es ist schneller So mache ich Dankeschön Danke danke Weil wenn du eine Lösung findest Würde ich sie auch weitergeben Weil wie gesagt Du bist nicht der Erste dem es passiert ist Und vermutlich auch bei weitem nicht der Einzige Aber es ist sehr traurig Dass sowas wirklich so häufig passiert Ist aber auch dumm Alles auf Home zu machen Weil wenn man mit den Mons spielt Braucht man die aus dem Spiel Ja ich merke das halt auch Weil ich habe auch alles auf Home übertragen Und wenn ich mein Pokémon im Spiel brauche Nur so kurzfristig Teamwechsel Muss ich wieder Home aktivieren Also so oder so ist es immer schwierig das perfekt zu machen DTauner Dankeschön fürs Abo im vierten Monat Danke 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 Und dann hier weiterhin viel Spaß Mit den schönen Emotes Und der Werbefreiheit Dankeschön So Wo war die Stelle gewesen? Die Kochstelle war hier rechts Ne Eins höher Hier Jetzt muss ich aufpassen Jetzt muss ich jetzt richtig kochen Letztes Mal habe ich nämlich die geheime Zutat vergessen Okay Ich könnte ja auch speichern Aber hey Wir speichern nicht So Milch Reis Gemüse Nehmen wir halt die Fit Karotte Das ist hundertprozentig Gemüse Und jetzt die Sonnenflechte nicht vergessen Sonnenfleckchen Guck mal Die sagen das ist sowas seltenes Wir haben es 74 mal Das ist unser häufigstes Gemüsezeug oder Kräuterzeug von allen Eine wilde Pflanze Die an sonnigen Stellen In großen Höhen wächst Kann als Kochzutat Deine Herzen wieder auffüllen Wenn diese durch Miasma reduziert wurden Steht sogar direkt dabei So Einmal kochen Brutzel Brutzel Das andere hatte aber vorhin So einen extra Effekt Das müsste aber eigentlich sein Moment Die sagt den gleichen Text nochmal Milchrisotto Hä? Jetzt habe ich den Zutat aber reingetan Oder war Möhre kein Gemüse? Wildgemüse ist was anderes als Möhre Moment ich muss mir mal das Rezept angucken Milchrisotto Ja 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 Milchrisotto da haben wir es Und Wildgemüse Also Wildgemüse ist irgendwas anderes Okay wir speichern Bevor ihr so noch 20.000 mal kochen muss Das wird mir dann echt zu doof Ich habe 254 Stück von denen Hatte vorher fast 300 Uff Ich habe zu danken für die tolle Unterhaltung Switch aber in Lurk Viel Spaß uns allen noch Dankeschön die Tauner Viel viel Spaß weiterhin im Lurk Und danke für die lieben Worte Danke 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 Okay Was habe ich falsch gemacht? Wildgemüse Gibt es eine Zutat die heißt Wildgemüse? Das ist jetzt sortiert Und Fitkarotte ist für mich Gemüse Sonst nehmen wir eine Ausdauerknolle Was denn sonst Gemüse? Eisfrucht Wildgemüse Wildgemüse Jörknospe Wild Wild haben wir aber die meinen schon gemüse vogelnuss meine steinchen das kein gemüse mehr das jetzt ist ja sortiert sortiert nach wild gemüse gibt es nicht doch aber du musst gemüse ohne wirkung dazu geben haben wir gemacht gerade wir haben gerade hier ein schönes risotto gemacht das erste risotto von fitness milch gemüse risotto geworden aber das zweite ist jetzt komplett ohne wirkung wo ist es hin hier milch gemüse risotto oder wir müssen es dann der oma geben das kann auch sein ich gucke beim tagebuch nach vielleicht steht sie ein bisschen genauer drin miasma misere ist es das himbas großmutter hier wurde durch das miasma geschwächt und ist seitdem bettlägerig sie versucht verzweifelt ein milch risotto zu kochen dass ihre großmutter vom miasma heilt doch dazu fehlen ihr die richtigen zutaten ich lege hier mal einfach so ein sonnenteil hin vielleicht ist sie dann glücklich zack das ist auch nicht ohne wirkung sonst hebt sich der effekt auf nimm hyrule gras ist das auch ein gemüse dann nehmen wir hyrule gras also ich muss glaube ich neu laden wir haben noch ein einmal haben noch zutaten nicht essen jetzt muss ich neu laden wir können das noch ältere laden 22 18 das war noch genau vor dem kochen das beim händler noch sogar noch besser haben wir noch mal zwei zutaten und jenny schön dass du da bist hey bis morgen mache mich auf den heimweg viel spaß noch panther black hat einen schönen heimweg sei vorsichtig draußen es ist dunkel und kalt ja bis morgen wenn du magst 18 uhr dann geht es mit selder weiter und dann vermutlich endlich richtung gerudo tempel genau wo müssen wir hin wo müssen wir hin wir müssen zur kochstelle da oben ist die also nochmal kochen wir brauchen nicht essen so einmal das einmal das dann nehmen wir einmal die gute zutat und dann das gute gras dieses gesunde kraut wächst seit uralten zeiten in hyrule als kochzutat füllt es mehr herzen als sonst probier es mal einmal reinschmeißen wir brauchen wildgemüse das gute gras ja das ganz ganz gute sohlenmilch gemüse risotto ach du meine güte nicht schlecht fünf herzchen und dann noch mal drei kaputte herzchen geheilt heilt von miasma befallene herzen in milch gekochtes risotto aus hyrule rice und leicht bekömmlichem gemüse der milde geschmack hebt die stimmung interessant dass es vorhin bei der möhre nicht rauskam da kam es ohne bonuseffekt raus ist jetzt glücklich omas zustand verschlechtert sich zusehends ich muss so schnell wie möglich milch risotto kochen das gegen miasma vergiftung hilft na nun was ist das denn für ein feiner süßer duft der mir da entgegen weht bringst du mir etwa ein milch risotto das gegen miasma vergiftung hilft hier für dich also für die großmutter davon habe ich noch nie gehört wie heißt es sol milch gemüse risotto das rezept ist mir völlig neu okay vielleicht hilft es ja endlich meiner oma man danke für den tipp da hätte ich uns kräftig rumprobieren müssen das ausgerechnet gras besser ist als mörchen okay und oma wie schmeckt es dir es schmeckt sehr gut himba danke das ist seit langer zeit das erste mal dass ich richtig appetit habe das ist ja fantastisch oma du kriegst auch wieder richtig farbe im gesicht sieh nur ist das zu fassen dass es meiner oma endlich wieder besser geht habe ich allein deinem sol milch gemüse risotto zu verdanken das rezept für das gemüse risotto stammt also von dir das cremige aroma hat meinen körper und geist geradezu belebt dank dir und meiner lieben enkelin himba war dies noch nicht mein letzter lens ich danke euch vielmals oma bist du sicher dass du schon wieder aufstehen kannst ah klari tut mir leid wenn du dir wegen mir sorgen gemacht hast ich habe es diesem reisenden und seinem sol milch gemüse risotto zu verdanken dass es mir wieder besser geht sol milch gemüse risotto nun ja hauptsache es hilft oma geht es wieder gut also dann himba bereite dich schnell auf deine reise vor hoch was meinst du damit denkst du wir hätten es nicht bemerkt himba du möchtest in hateno modedesigns studieren habe ich recht oma und ich können uns auch ohne dich um zwei früchtchen kümmern also geh ruhig klari bist du dir wirklich sicher dass du nicht mitkommen willst nun wenn ich ganz ehrlich bin würde ich schon sehr gerne mitkommen aber noch mehr als das möchte ich mit zwei früchtchen in meinem geliebten kakariko groß herauskommen zusammen mit meiner lieben oma mein großer traum wäre es eines tages in unserer boutique zwei früchtchen deine mode verkaufen zu können himba also mach dir nicht zu viele gedanken sondern streng dich an in hateno und mach etwas aus dir wirklich klari danke du bist die beste schwester die man sich wünschen kann vielen lieben dank oma so oma geht es also wieder besser und ich muss den laden für unsere kunden herrichten daher gehe ich nun zurück zum laden du solltest auf jeden fall auch unsere boutique zwei früchtchen besuchen da findest du sicher was schickes ja wir gehen auf jeden fall hin das sind die guten klamotten vielen dank für deine hilfe ich habe für oma jede menge milchrisotto gekocht so viel dass wir alle allein das gar nicht essen können also ich finde ihn ja total lecker wenn du willst nimm dir gern etwas davon mit auf deine reise ja die hat aber die einfache version aber gut mit ausdauer ist sehr sehr gut das ist eine menge ausdauer wunderbar ich werde mich ordentlich anstrengen und mit meiner mode die welt verändern eine weitere quest geschafft das gute gras aus amsti körper sicher dass du das gemüse brauchst es hieß wild gemüse es hieß wild gemüse was wir brauchen und wild gemüse ist für mich gemüse und nicht gras aber eh man kann sich irren so die waren in dem häuschen drin jetzt zum klamottenladen wo ist der klamottenladen hier jetzt haben wir die vernünftigen preise 600 700 500 das ist schon mal besser leuchtmaske ja aber die brauchen wir nicht die hat auch keine guten werte aber das hier oh ninja anzug wir haben gerade auch einen ninja anzug aber das ist ein punkt specher kaufen wir erstmal den restlichen teil ninja maske die will ich haben kauf ich kauf ich sieht aus wie eine normale stoffmaske unterdrückt aber mit shika technologie das rascheln der kleidung ideal für geheim missionen danke und glückwunsch zur neuen errungenschaft derzeit bekommen kunden die ein kleidungsstück bei uns kaufen ein besonderes geschenk hier nimm bitte was shika stoff robuster stoff im shika stil er scheint gut zur anfertigung eines parasegels geeignet zu sein vielen dank gut hose kaufen wir auch ja der mit antiker technologie hergestellte stoff dieser hose ermöglicht den shika geräuschlose fortbewegung ohne auch nur das leiseste rascheln und wir kriegen auch wieder was ne diesmal nicht nur hier wahrscheinlich bei dem würden wir noch mal so ein teil kriegen so ein gutschein ok was brauchen wir 700 bräuchten wir noch 700 oh du bist es ich konnte den laden mit normalen preisen wieder eröffnen da es großmutter besser geht und das habe ich nur dir zu verdanken vielen vielen dank oh und wir kaufen auch gebrauchtes an also sag einfach bescheid wie ich dir helfen kann ja so was verkaufen ähm wir könnten irgendwas fertiges an essen verkaufen 24 grill edelwild guck mal das ist 24 wert das ist so viel wie sonst ein normales 5er essen und es halt nur 3 und grill edelwild ist schon fertig gegrillt das brauchen wir gar nicht weg damit 700 brauchten wir das ist hier unten 6er risotto oh ist ne menge wert 32 hier 57 ok es heilt auch 10 herzen ach 10 herzen oh 91 das heißt 11 heilt 11 herzen aber 91 das ist zu gut zum verkaufen weg damit kochen wir uns selber ah der anti rutschtrank brauchen wir den? wir können den jetzt selber nachkochen wir haben das rezept verkaufen wir weg damit wir sind reich 12 28 ne aber ein paar kristalle kommen halt weg von denen haben wir genug guck mal hier 12 stück haben wir davon dann können wir ruhig 2 stück verkaufen das bringt eine menge geld mit einem diamanten können wir auch verkaufen wir haben 6 diamanten wir ein verkaufen das sollte kein thema sein prima jetzt haben wir genug wir haben ein schönes schleichset fertig dieser anzug der shika ist eine spezialanfertigung für geheime aufträge verursacht auch bei schneller bewegung nicht das geringste geräusch wobei ich jetzt wieder gespannt wäre wenn wir noch ein teil von der rüstung kaufen was ist das günstigste 800 800 800 ja das günstigste ist alles und gute werte haben die auch nicht eine leuchthose hat wert 3 ok wir brauchen nochmal 800 ne brauchen wir nicht ne 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 ist das weg da würden wir halt immer ein stoffrezept kriegen wahrscheinlich für die leuchtrüstung für ein parasägel aber egal so hier shika rüstung einmal alles anziehen vielleicht gibt es noch einen bonus am ende wenn man alle drei teile hat schleichen hoch es gibt keinen keinen kompletten bonus weil manchmal gibt es ja wenn man das komplett hat so einen bonus noch ich hatte mir sowas erhofft dass wir einen richtigen schönen komplett bonus kriegen aber gut wir sehen cool aus yes ja jetzt ab nach nach zum nächsten kartographie turn mein lieblings outfit nicht nur deins ich mochte im letzten teil auch schon die schleich rüstung ohne ende weil damit kann man die ganzen ganzen käferchen und sowas wunderbar einfach fangen weil dann laufen die nicht mehr weg das ist so großartig ich glaube ich gehe auf einen ganz falschen weg aber ist egal hier waren wir noch nicht hier aber hoch jetzt gehen wir Richtung rote markierung war ein botw auch schon so genau das war auch meine lieblings rüstung habe ich leider auch glaube ich erst nach der haupt story gefunden in kakariko aber das ist so eine tolle rüstung wir müssen auf die seite rüber mhm mhm das ist die richtige richtung wir natürlich liegs darunter ab die post mein favorit sei gespannt es ist neu dann bin ich sehr gespannt aber ist eine harte konkurrenz weil das jetzige outfit Guck mal, das sieht einfach stylisch aus. Außer dem Brustteil. Und da haben wir noch mal einen Kröt. Wir können jetzt alles so schön fangen. Nichts wird mehr wegfliegen. Alle Glühwürmchen, Feen und egal was. Oh, ein Birg da. War der vorhin auch schon da gewesen? Der stellt sich auch überall hin. Wir helfen ihm, weil danach geht es da hinten hin zum nächsten Turm. Wie hoch ist es diesmal? Nicht ganz so hoch. Mitten im Schriftzug ausgeschnitten. Interessant. Ups, das ist das Falsche. Nehmen wir das große Teil vielleicht. Passt das ein? Ja, jetzt passt das. Ja. Zack. Einfach eine Stütze dran und dann wird es schon halten. Bäm. Ja. Es ist fast perfekt. Ich würde sagen, das könnte schon halten, so wie es jetzt ist. Aber zur Sicherheit noch mal unten eine Stütze dran. Und das gleich auf der anderen Seite. Und dann, ja. Irgendwie ist es ja unten schon ein bisschen leicht schief, aber... Trommelt da einer. Boah, die geht unten... Das ist keine Fußgängerpassage. Liebe Dame. Die geht extra hier durch. Oder sowas süß? Okay. Birg da. Du schaffst das. Also, lass mal los. Ich habe so gebaut, dass es hält. Perfekt. Siehste? Das hält. Ja, es steht. Ja. So. Also, zweiter Birg da. Zweite gute Tat heute. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben eigentlich 20 Minuten. Komme ich bis zum Kartografieturm? Wir überziehen ihn ein bisschen. Was fangt ihr da schön? Das ist ein Goldini. Hey. Ich bin auch richtig gespannt, ob man irgendwann eine Belohnung kriegt, weil man halt Birg da, weiß nicht, 30 Mal geholfen hat. Also immer oder überall. Oh, da ist noch ein Pilz. Oh, das neue Outfit ist so schön. Das ist so ein schönes Outfit. Mano. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt immer, Klamotten machen Leute. Aber in dem Fall, Link sieht damit schon extremst cool aus. Also in seinem Fall mal ein bisschen. In seinem Fall, Klamotten machen schöne Links. Ja, auch schöner Ausblick. Moment, was leuchtet da hinten? Da müssen wir hin. Das war unser Leuchtturm. Ich sehe auch gerade da noch einen Stall. Und da drüber noch einen Schrein. Waren wir da schon? Das ist ein neuer Stall. Das heißt, da müssen wir hingehen. Hier ist aber so eine fiese Grube. Da müssen wir rüber. Da müssen wir so rechts oben schreien. Und darunter Stall. Was quiekt hier denn so? War das Fuchsi? Wahrscheinlich. Da unten ist ein kleiner Schurki. Kleiner Bockblin. Den ignorieren wir aber, weil wir haben was Wichtigeres zu tun. Oh, da hinten ist eine Fee. Der eine Wirbel, lila Wirbel. Und das ist immer so ein Feenhäuschen. Die haben noch keine einzige große Fee befreit. Das müssten wir aber auch schaffen irgendwie. Nun gut, erstmal zum Stall. In dem Fall, das wollte ich gerade nichts machen. Das mit dem Feuer. Aber ich wollte die Kröts fangen im Wasser. Und Juno war uns in den Command reingelaufen. So eine schöne kleine Ruine. Da muss doch was zu tun sein. Oh, da gibt es ja nichts zu tun. Hier gibt es nichts zu tun. Hier gibt es garantiert was zu tun. Ist dein Schatz vielleicht im Wasser? Nee. Na gut, wir haben hier den Stall gefunden. Stall der Zwillingsberge. Mit Hühnern. Unserem Freund Terry. Der mit den teuren Preisen leider. Oh, ich bin nicht überrascht, sie hier zu sehen. Schließlich sind wir beide Abenteurer vom selben Schlag. Nun, gibt es etwas, das sie brauchen können? Oder möchten sie mir etwas verkaufen? Na, was kannst du denn schön zum Angebot? Immer noch die überteuerten Pfeile. Hm, nee, dann eher nicht. Meinen besten Dank. Brauchen sie noch etwas? Vielen Dank. Ich freue mich auf ihren nächsten Besuch. Aber das ist immer so lieb. Der freut sich. Ich würde gerne was kaufen, aber seine Preise sind echt nicht so toll. Eine Wegbeschreibung gefällig? Sieh an, eine Reisende. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns hier am Fuß der Zwillingsberge. Wenn du eine Wegbeschreibung brauchst, frag einfach mich, Fusarin. In letzter Zeit hat sich hier einiges verändert. Vieles ist nicht mehr so, wie es früher einmal war. Besonders in Kakariko und Hateno gab es große Veränderungen. Kakariko ist ein Dorf der Shika und liegt nördlich von hier. Eigentlich war es dort immer ruhig und friedlich, bis dort seltsame, kranzförmige Sonau-Ruinen niedergingen. Seitdem ist es von Forschern und Touristen überlaufen. Lieber das Alte bewahren oder auf das Neue setzen. In Kakariko und Hateno jedenfalls hat sich einiges getan. Hateno liegt am Rand von Hyrule, weit im Osten von hier. Es war einmal ein idyllisches Dorf, berühmt für seine frische Milch und andere lokale Produkte. Doch jetzt ist die Inhaberin des Bekleidungsladens eine weltbekannte Modeschöpferin. Und damit ist Hateno die neue Modehauptstadt von Hyrule. Wenn dich solche Dinge interessieren, kann ich dir nur empfehlen, die Steinstatuen der Zwillingsberge zu besichtigen. Es gibt keine Straße, die direkt zum Gipfel führt, also muss man sich selbst einen Weg den Berg hinauf bahnen. Doch den Ausblick auf dem Gipfel über ganz Hyrule kann ich nur als atemberaubend bezeichnen. Okay, Dankeschön. Willkommen, du befindest dich im Stall der Zwillingsberge. Danke, dass du unsere Stelle nutzt. Da dies dein erster Besuch in diesem Stall ist, erhältst du einen Stallpunkt als Bonus. Wir brauchen noch einen Punkt. Gut, dann noch einmal von vorn. Willkommen, Link. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Angeblich haben sie riesige Abdrücke im Boden entdeckt, so groß, dass sie von keinem Tier stammen können. Ich staune manchmal darüber, was für eine blühende Fantasie Kinder haben. Ich klicke den Text immer zu schnell weg. Ich denke mal, da kommt nichts mehr und dann kommt da doch nochmal was. Ja, ich habe sie gesehen. Die gibt es bestimmt. Da sahen sie so aus und hier so. Also da sahen sie so aus und hier so. Dato, dein Bild ist toll. Aber was wir im Süden in Fierone gesehen haben, war das nicht eher länger? Echt? Also ich glaube, dass die Fußstapfen ungefähr so aussahen. Vielleicht, also vielleicht waren sie eher noch breiter. Wenn es nicht geregnet hätte, wäre der Abdruck nicht verschwunden und wir hätten ihn besser ansehen können. Es regnet da immer so viel. Oh, Zeitungen hatten wir ständig gelesen. Da ist nie was wirklich Wichtiges. Mach dir der Pfotenabdruck. Das haben die Kinder gerade gemacht. Überall die Fußabdrücke hier vom Pferdchen. Untersuchen. Ah ne, das brauchen wir nicht. Das wäre jetzt bucht oben drüber. Okay, also Pferdchen ist irgendwo rumgelaufen und dann hier. Und Delti hat schon 792 Crocs selber gefunden. Sehr gut. Also ich denke mal, das ist schon eine gute Leistung. Wahrscheinlich komplett ohne Lösung, so wie es klingt. Richtig, richtig gut. Ich will diesen Nachtisch. Was? Oh mein Herr, du bist ein Reisender, oder? Ich sehe doch gleich, dass du weit herumgekommen bist. Hast du jemals irgendwo das Gerücht über den legendären Nachtisch gehört? Natürlich. Du kannst wohl nichts davon wissen. Es geht um das mythische Master-Dessert, das irgendwo in einem Wald verborgen sein soll. Und darum, ob Monster allein vom Duft dieser Speise in die Flucht geschlagen werden. Egal, wen ich frage. Niemand weiß etwas. Womöglich bin ich nur auf ein geschmacksloses Gerücht hereingefallen. Master-Dessert. Okay. Na nun, na nun. Dich habe ich hier noch nie gesehen, Kleiner. Du wärst nicht rein zufällig daran interessiert, ein paar Piraten auszuradieren? Haha, das war doch nur ein Späßchen. Sowas Gefährliches würde ich niemals von so einem Hemd wie dir verlangen, Kleiner. Aber die Piraten gibt es wirklich. Kein Witz. Sie sind an einem Ort namens Angelstedt, an der Küste südlich von hier. Das war meine Heimat. Aber dann haben diese Monster angegriffen. Weil sie in Booten kamen, hat man sie als Piraten bezeichnet. Es war einmal so ein friedliches Dorf, in dem der Segen des Meeres für fröhliche Gesichter sorgte. Gut, also im Süden. Südlich von hier einmal aufräumen. Aber hier gibt es keinen Brunnen. Normalerweise gibt es beim Stall auch immer einen Brunnen. Aber hier nicht. Was haben wir da drüben? Einmal einen Wasserfall. Wo ist die Fee hin? Wir hatten noch eben gesehen, dass er so ein Liedernebel war von der Fee. Da, da ist er. Gehen wir mal zur Fee hin. Wie viele Crocs gibt es? Ich glaube, ihr habt mir gesagt 1000. Ich glaube 1000. Du willst nicht wissen, wo der überall steht. Birgda ist einfach überall. Ja, er ist im Grunde auch ganz lieber. Aber ich bin richtig gespannt, ob es dann irgendwann eine Belohnung gibt, wenn man Birgda überall geholfen hat. Oder halt, keine Ahnung, ihm 100 Mal geholfen hat. Weil so 20 Mal haben wir ihm bestimmt schon geholfen. Okay. Eine Fee. Müssen wir auf der Karte markieren eigentlich, ne? Einmal hier ist eine Fee. Das machen wir mit dem Symbol immer. Dann reden wir mit der. Große Fee Cotura. Mich in eine solch abstoßende Welt rufen zu wollen. Wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Als ob ich einem Monster den Segen verstärkter Kleidung gewähren würde. Oh, Kleidung verbessern wie im BOTW, das wäre gut. Ich dachte, in der Nähe eines Stalls könnte ich vielen Reisenden mit meiner Fähigkeit helfen. Wer hätte ahnen können, dass so etwas passieren würde. Ach, ich sehne mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Ein solcher Klang gebe mir neuen Mut, sodass ich mich vielleicht sogar heraustrauen würde. Ja, die wollen alle Musikanten haben. Also alle Feen bisher wollten irgendeine Art von Musikanten haben. Und so langsam habe ich das Gefühl, wir müssen ein Musikant sein. Weil ich habe keine Musikanten gefunden, die wir irgendwie hinlocken könnten. Nun gut, wir müssen hier den Berg hoch. Das ist unsere Richtung. Ah, halt mal, auf dem Berg war hier gerade noch... Moment, bevor wir weggehen. Auf dem Berg war hier noch ein Schrein. Da oben. Boah, der ist jetzt aber auch richtig weit weg. Da ist der Stall. Kann man sich schon hinporten? Nee. Bei jedem Stall bräuchten wir schon einen Porter. Und das da oben ist wahrscheinlich der Porter vom Stall. Den haben die Zimmer richtig weit weggepackt. Warum? Oder gehen wir weiter? Na, wir gehen weiter. Versuchen wir den Kartografieturm zu machen. Das ist wichtiger. Wir müssen Prioritäten setzen und hier fokussieren auf die wichtige Aufgabe. Mal gucken, wie lange der Fokus hält. Oh, Drachi. Der wäre so schön zum Fotografieren jetzt, ne? Naidra. So ein ganz schönes Bild. Er ist besser als das alte Bild. Da waren wir zwar wesentlich näher dran, aber hier. Der gute Drachi. Ich bin gespannt, ob wir mit dem kämpfen müssen. Weil früher war es so gewesen in BOTW, dass wir nur eine Schuppe von dem brauchten. Und wirklich bekämpfen konnte man den nicht. Wir müssen mehr hier hin. Wir müssen übers Gebirge, oder? Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Weil das Gebirge sieht ein bisschen hoch aus. Ich glaube, linksrum wäre es einfacher. Und hier sind wir gerade in irgendeinem Wald. Ganz viele Bäume. Sehr gefährlich. Wir wissen ja schon, die Bäume, die können ganz plötzlich lebendig werden. Okay. Ja. Da müssen wir rüber. Es geht nicht anders. Ich gehe mal hier vorne gucken, ob es eine bessere Stelle gibt. Ansonsten, ja, einfach hoch. Ja, aber das geht. So hoch ist das ja auch wieder nicht. Brauchen wir auch nicht die Kletterrüstung? Wir haben ja einen Kletterrüstungsteil. Oh, hätte ich auch so gerne die komplette Kletterrüstung. Das wäre auch schön. Hi, wieso gehst du nicht zur großen Pflanze? Welche große Pflanze? Meinst du bei der Fee? Da war ich ja inzwischen noch. Da war ich ja inzwischen. Da gingen wir auch hin. Die Pflanzen, die brauchen jeweils, dass man die öffnen kann, so einen Musikanten. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Wir haben schon vier Feen gefunden, aber nicht die Musikanten. Ich habe gestern die letzte Fee befreit. Ich merke langsam, geht Richtung Ende zu. Ich will nicht. Das ist immer schade, ne? Bei so einem großartigen Spiel, was so richtig umfangreich ist, wenn man da am Ende ist. Ja. Dann heißt es immer warten aufs Nächste. Und das Nächste kommt halt leider erst in fünf Jahren, zehn Jahren. Man weiß es nicht. Ja, okay. Der Kopf ist irgendwo ganz unten. Weil Tears of the Kingdom kam ja leider erst dieses Jahr, ne? Zwölften Mai, glaube ich, raus. Die nächste Fortsetzung wird also vermutlich noch ein bisschen brauchen. Zwischen BOTW und TOTK waren sieben Jahre oder so ähnlich. Das heißt, wahrscheinlich das nächste große Zelda in dieser Art und Weise 2030. Uiuiui. Denken wir lieber nicht drüber nach. Belieben wir mit der nächsten Switch, ne? Also nächste Switch in zwei Jahren vielleicht. Ein Jahr, zwei Jahre. Da kommt das nächste Zelda-Spiel. Ich glaube einfach dran. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja. Nee, wirklich, wenn man sich so überlegt, zwischen BOTW und TOTK, sieben Jahre ungefähr, das würde bedeuten, dass wir wirklich bis 2030 warten müssten. Dann sind wir alle alte Leute. Das geht überhaupt nicht. Dann kann ich das gar nicht mehr spielen. Dann laufe ich schon mit dem G-Stock rum und sowas. Oh. Ich will das nächste Zelda noch genießen. Ich weiß nicht, ob es noch einen Master-Modus gibt. Denn DLC soll es ja nicht geben. Ja, habt ihr mir gesagt, aber ich irgendwie... Lasst uns in zwei Jahren darüber reden, ob es noch ein DLC geben wird. Ich habe so ein Gefühl, äh, komm, bei dem Spiel muss es noch irgendwas geben. Dass die das überhaupt nicht melken wollen. Hey, komm, es ist am Ende Nintendo. Nintendo macht großartige Spiele, aber zuletzt hat man ganz klar gemerkt, die DLCs sind wunderbare Melkgeschichten und das lassen sie sich nicht mehr entgehen. Die sind auf den Geschmack gekommen. Oh, da ist der Schreien. Jetzt könnten wir fast rüberfliegen. Nein, Fokus. Fokus. Wir machen den Kartografieturm und der ist auf der Seite. Wir müssen hier auf den Berg noch hoch. Nein, Lisa, 2030, wirst du noch richtig fit sein? Die HTML-Codierung hat dich im Gehirn fit gehalten. Nee, aber wenn man sich so überlegt, wenn es wirklich genauso lange dauert, wie zwischen BOTW und TOTK, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Oh nein, es regnet wieder. Nee. Nee. Wieso muss es schon wieder regnen? Wir bräuchten so dringend diese Froschrüstung. Wir haben schon zwei Stallaufgaben gemacht. Ach, beim jetzigen Stall war unser Freund gar nicht, der Pion. Der war hier nicht bei dem Stall gewesen. Bei jedem Stein müssten wir eine Aufgabe haben. Da ist unser Ziel. Wir gehen aber ganz kurz hoch. Ob hier oben am Berg irgendwas ist? Da ist ein einzelner Stein. Und wann immer irgendwo ein einzelner Stein rumliegt, kann es ein Krog sein. Ist es einer? Hätte sein können. Hätte sein können. Einmal kurz gucken. Die Aussicht genießen. Ist schon schön. Was haben wir hier gegenüber? Das hier gegenüber sieht richtig, richtig toll aus. Ganz viele Fruchtbäume. Monstercamp. Aber lustigerweise, die Fruchtbäume haben alle keine Früchte. Ich denke mal, die werden erst geladen, wenn wir nahe genug dran sind. Wir gehen hier rüber. Da ist unser Kartografieturm. Haben wir zumindest den heute noch geschafft. Also noch nicht, aber ich schaffe sowas in zwei Minuten. Zweieinhalb Minuten. Der hat unten so ein kleines Gerüst. Das hat noch keiner gehabt. Und wir haben Starkregen für die nächsten drei Uhrzeiten. Sehr gut. Also klettern auf den Berg kann ich vergessen, weil ich wollte eigentlich hochklettern und rüber schweben. Daraus wird nichts. Wieso höre ich gerade einen Monsterkampf-Sound? Ach, da kommen ja ein paar. Kein Bock. Wir haben was zu tun. Wir müssen hier einen Turm machen. Turm in den Labella-Sumpfen. Das ist Wasser, ne? Kein Sumpf. Wir dürfen laufen. Wir dürfen laufen. Scheinbar ja. So. Oh, die Stachel brennen nicht weg. Normalerweise macht Juno die weg, wenn die brennbar sind. Das testen wir nochmal. Juno ist gleich aufgeladen. Die sollen sich ruhig Zeit lassen. Noch bin ich keine 90. Ich habe für die nächsten Jahre noch genug Spiele. Ich sage nur Pokémon. Ja, aber trotzdem, wenn man so überlegt, dass man wirklich eventuell sieben Jahre aufs nächste große Zelda warten muss. Es gab aber auch das Gerücht, dass eventuell ein 2D-Zelda doch zwischendurch kommt. Das wäre auch schön. Ich denke mal, da würden sich auch einige freuen. Gut, wir müssen gleich hier vorne mit den guten Leuten reden. Zumindest ist es ein Zelt. Und Kinder. Und bemalte Kisten. Bemalte Kisten kenne ich noch gar nicht. Sind da besonders viele Pfeile drin? Ah, nee. Aber die sehen süß aus. Keine Angst, ich mache nur die Kisten auf. Was muss ich machen für die Pfeile? Weil ich brauche Pfeile. So. Oh, bist du einer der Arbeiter, die den Kartografieturm bauen? Es regnet hier sehr oft, da muss man hart im Nehmen sein. Wir lebten früher in Angelstedt, aber Piraten kamen und meine Familie und ich mussten hierher fliehen. Ich hatte erst kurz zuvor ein Lokal eröffnet, aber auch das haben die Piraten zerstört. Mein Restaurant war berühmt dafür, Gerichte zu servieren, die unsere Gäste noch nie zuvor gegessen hatten. Ob ich wohl jemals wieder nach Angelstedt zurückkehren und dort mein Restaurant führen kann. Müssen wir ihr jetzt helfen oder müssen wir jetzt den Turm aufmachen? Gute Frage. Spurtlotus einsammeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die zuerst machen. Wir gehen das mal hier in den Turm rein. Das mit dem Regen ist halt jetzt ein bisschen suboptimal. Aber wir finden eine Lösung. Was liegt hier rum? Rüstling. Schild. Ein Ritterschwert. Ein Feuerstein. Ah, hier sind Bretter. Mit den Brettern kann man wahrscheinlich rüber. Und Reborn Flighty raided mit sechs Leuten. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Wir spielen hier das großartige Zelda und stehen gerade vor dem nächsten Kartografieturm. Das ist das gute Teil hier. Und wir müssen mal entdecken. Kriegen wir die Karte aufgedeckt und das wollen wir ganz gerne haben. Was habt ihr schönes gemacht? Habt ihr auch Zelda gespielt? Oder Pokémon? Das gibt ja so viele schöne Spiele. Weil eigentlich machen wir sogar jetzt auch ungefähr jetzt Schluss, aber heute nicht. Heute nicht! Wir können es hier hochporten ein bisschen. Wir können hier hingehen. Um die Gerüste. Oh, ich glaube, so wird es ganz einfach. Das ist der richtige Weg. Wir haben ihn. Wir haben ihn! So, ihr habt Pokémon Legends Arzeus gespielt. Oh, wie schön. Arzeus ist so ein toller Ableger. Ich fand es richtig toll, dass man eine Welt hat, wo man sich alles Material selber machen kann. Also auch die Pokébälle werden selbst gebastelt. Großartig! Das Spiel war ein bisschen umstritten, was ich immer sehr schade fand, weil mir gefiel es extrem gut. Also ich hoffe, ihr habt mit Arzeus auch richtig viel Spaß. Ihr spielt zum ersten Mal durch, super! Dann hier, wer es noch nicht gesehen hatte, das haben sollte, eine Arzeus, entweder bei mir, Ausrufezeichen YouTube, oder geht rüber zum guten Reborn Flighty, dann guckt ihr gerne zu. Weil gerade das erste Mal durchspielen ist großartig. Ist großartig. Also bin ich sehr gespannt, wenn du es dann später fertig hast. Sag gerne mal Bescheid, wie es dir gefallen hat. Ich fand es ganz toll, bis auf eine Sache. Eine Sache fand ich gerade etwas schlecht, gerade für Anfänger, aber da will ich nichts verraten oder spoilern, deswegen, ich sage nicht mehr dazu. Wer es wissen will, kann bei mir nachschauen, weil ich war davon sehr, sehr angetan. Arzeus fand ich großartig. Nur halt eine Sache hat mich ein bisschen gestört, weil die halt nicht so anfängerfreundlich war, aber das kommt erst noch. Bislang bin ich auch momentan noch sehr begeistert. Wie weit bist du denn? Wie weit bist du denn? So ganz grob. Weil wenn du schon ein paar Stunden gespielt hast, dann hast du ja bestimmte Sachen erledigt. Es gibt ja keine Arenaleiter, das glaube ich jetzt kein Spoiler, aber ja, wie weit bist du so ungefähr? Da bin ich jetzt gespannt, weil da kann ich dir auch eventuell was erzählen. So. Hier putzelt nichts weg, wegen dem Regen. Und das Wetter ändert sich nicht, es bleibt bei Regen. Gut, wir müssen halt über die Gerüste weiter hochgehen. Steht da was drauf? Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen ein Dummstar für Sie da. Kann ich noch einen Schritt weiter gehen oder bin ich schon in Pixies drin? Ein bisschen geht noch. Da dürfen wir hoch. Mhm. Gehen wir mal hoch. Autsch! Autsch! Das tut weh. Nochmal hoch. Wir sind ja auch ganz oben. Umso besser. Ich schätze, wir müssen irgendwas bauen, um reinzukommen, aber ich muss mal die richtige Stelle finden. Hier nicht. Nee, es ist kein Loch drin. Wir müssen am Eingang die beiden Ranken wegmachen. Wir müssen weiter nach oben gehen. Ich sehe hier gerade keinen anderen Zugang. Ist kein Fenster da oder irgendwas. Wir kommen hier nirgends rein. Hier ist auch nix. Hier wäre eine kleine Stelle, wo man draufhüpfen könnte, aber da geht es nicht rein. Da ist ja keine Schiebetür oder so was. Das sind alles solide Mauern. Das ganze Baumaterial ist doch nicht ohne Grund hier. Oder müssen wir wirklich ganz aufs Dach drauf? Na. Ich denke, wir müssen hier irgendwie durch. Und da kann man unten rum reingehen. Hab erst gestern angefangen. Hab zuletzt Tipps von Lumia bekommen und soll jetzt den ersten Rang erreichen. Also Tipps wegen Ausweichen, Fangen und so. Okay, nee. Wenn du erst ganz frisch am Anfang bist, dann sage ich erst mal nix. Dann nix. Ich dachte schon, du wärst eventuell ein Stück weiter. Dann hätte ich dir was erzählen können. Aber so, dann genieße es auf jeden Fall erst mal. Du wirst auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben. Weil ich finde die neuen Mechaniken in Arzoy großartig. Aber du bist halt wirklich nochmal anfangen, wenn ich jetzt was erzählen würde. Das wäre schon Spoiler. Das will ich jetzt nicht. Also genieß das Spiel. Und ja, ich bin mir ganz sicher, du wirst Spaß haben. Ganz, ganz toll. Aber eine Sache kann ich schon sagen. Ja, das ist kein Spoiler. In Arzoy konnte man sehr schön Shinies fangen. Das klappt da sehr schön. Das klappt da wunderbar. Und auch eine andere Art von Pokémon konnte man da auch sehr gut fangen, auf die du irgendwann treffen wirst. Okay, aber ich spoiler sonst. Ich spoiler sonst, deswegen, ich sag nix mehr. Shiny Spoiler? Nee, nee. Ganz generell, man konnte generell in Arzoy sehr, sehr gut Shinies fangen. Das war, meine ich, schon so. Kann man das hier oben am Eingang wegkloppen irgendwie? Nee, ne? Vielleicht, wenn wir ein Dach drüber bauen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn wir ein Dach über den Ranken bauen, dann können wir die wegbrutzeln. Ja. Machen wir das mal. Bauen wir ein Dach über die Ranken. Das heißt, ich nehme mal eine große Platte. So. Bam. Dann nehmen wir vier von den Stützen. Eigentlich brauchen wir nur zwei Stützen sogar. So. Einmal dort. Einmal hier. Im Grunde müsste es reichen, aber damit es auch gut stehen kann, machen wir doch vier Stützen dran. Aber da ich es am Haus anlehne, müssten zwei eigentlich mehr als genug sein. Ich mache die vielleicht ein bisschen weiter vorne. Nee. Machen wir es so am Rand. Machen wir es ganz klassisch. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt hinstellen kann. Ob es da so viel Platz gibt, werden wir gleich sehen. Ähm. So. Genau. Und das da platzieren wir jetzt hier. Dahin. Na komm. Okay. Juno. Juno. Da ist er. Nicht weglaufen. Ja, jetzt warten wir. Bisa ist morgen oder erst Freitag wie der Pokémon Stream. Freitag. Freitag, Samstag ist mal Pokémon und Mittwoch, Donnerstag ist Zelda. Ich glaube, ich kann hier Juno nicht einsetzen. Weil er hat unser Gerüst kaputt gemacht. Aber es hatte kurz gebrannt. Ich konnte sehen, dass es kurz brannte. Das heißt, die Idee war richtig. Wir müssen den Spaß nochmal bauen. Aber wir sind ja hier. Profis. Wir schaffen das. Moment, ist es gerade? Jetzt ist es gerade. Oh. Machen wir es immer mit Holz. Hier liegt genug Holz rum, was brennt. Und einen Feuerstein. Und nicht mit Juno. Ich bin ja so ein Sparfuchs und deswegen hätte ich gerne Juno benutzt. Aber wenn Juno mal gegenknallt, dann bleibt nichts mehr stehen. Und Reborn hat verschenkt ein Abo an die Community. Dankeschön. Reborn, vielen lieben Dank für den Support. Und da hast du Deinomite auf jeden Fall eine Freude gemacht, weil der kann jetzt den Stream gucken. Ohne Werbung. Danke, danke, danke. Und genießt den Stream halt mit schönen Emotes. Reborn. Besten Dank für den Support. Oh, ich habe eine Nachricht. Bauunternehmen Dummstar. Spesenabrechnung von Haloda. Zehn Holzbündel, 120 Rubine. War durchnässt vom Regen. Musste mich aufwärmen. Ging nicht anders. Drei Zelte, 300 Rubine. Wir brauchten noch ein paar Zelte, damit Gepäck und Feuerholz nicht nass werden. Ja. Gut, jetzt müssen wir alles oben platzieren. Feuerstein gibt es aber interessanterweise nicht, so ich habe ihn nicht gesehen. Hier liegt garantiert noch ein Feuerstein irgendwo rum. Okay, also einmal hier alles ablegen. Yay, Paypal geht wieder. Okay, hast du hier auf jeden Fall Reborn. Danke, danke, danke. Super lieb von dir. Und ja. So. Feuerstein. Wo ist der Feuerstein? Feuerstein. Da. Da ist ein Feuerstein. Einmal ablegen. Holzbindel, Feuerstein sind dicht genug beisammen. Ich hoffe es. Jetzt einmal draufhauen. Jetzt brennt es. Ihr braucht nur ein Dach bauen. Easy, easy. Oh, aber unser Holz ist auch weggebrutzelt. Interessant. also Bauholz kann auch brennen. Turm ist offen. Yes. Geschafft. Wir gucken noch kurz im Himmel nach. Wir gehen noch mal kurz in den Himmel gucken, weil wenn dann auch noch ein Rätsel ist, das machen wir noch fertig. Und damit haben wir einen schönen Teleporter-Punkt. Und das war der letzte Kartografie-Turm. Jetzt haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Zumindest die oberirdische Welt. Und den Himmelsbereich. Der Himmelsbereich müsste auch fertig sein, nur der Untergrund nicht. Und da haben wir gesehen, neben Kakariko war noch ein toller Untergrundbereich. Oh, den müssten wir eigentlich auch noch machen. Ich wäre gespannt, was neben Kakariko im Untergrund ist. Auch bestimmt irgendwas ganz cooles. Karte ist fertig. Deine Oberflächenkarte ist nun komplett. Da steht es. Meer von Necluda. Wir müssen jetzt nach Süden gehen, das ist Angelstädt noch, das Dorf. Und rechts war noch Hateno. Eigentlich, da müssen wir auch noch hingehen. Und die Insel sieht auch super spannend aus unten. Und hier haben wir scheinbar im Himmel auch nochmal zwei neue Inseln. Und links von uns die kleine Sternchen-Insel. Ja, so viel zu tun noch. So viel zu tun. Und unten sehe ich noch einen schönen roten Klecks. Da könnten wir auch drin landen. Wo sind die Plattformen? Hier ist da auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir hin. Das sieht richtig gut aus hier. Ist da unten was auf der kleinen Insel? Nee, ne? Wir müssen direkt hier landen. Ich glaube, wir hätten sogar genug Energie gehabt, um noch ein bisschen weiter zu fliegen. Hier ist ein Trampolin. Da gibt es ein Trampolin. Ja, sowas. Oh. Wie machen wir es am besten? Trampolin abmachen und oben drauf kleben, ne? Na, gib her! Ich hatte gerade Angst, ob das runtergefallen ist. Ich glaube, eins ist auch runtergefallen, ne? Wir konnten nur eins retten. Wir hüpfen hoch und belieben. Oh, 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 oh. Reicht es? Reicht es? Ja, es reicht. Links unten sehe ich den neuen Sprungturm. Das heißt, auf den können wir auch drauf. Eine Kiste. Wir haben eine Kiste gefunden. Nee, ist keine Kiste. Das ist ein Trampolin. Oh, kommen wir da rüber? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir da rüberkommen. Ich glaube eher nicht. Da kommen wir nicht hin. Da drüben auch nicht so wirklich. Wir müssen nochmal runterhüpfen auf einen der Sprungtürme. Der da sieht gut aus. Der ist nämlich mit doppelter Höhe. Geh mal da hin. Einmal hier hochklettern. Das wird knapp. Das wird knapp, aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Yes. Aber ohne Tuli wäre es nicht gereicht. Oh, und unten. Unten kann man die nächste Geoglyphe sehen. So ganz dezent. Kann man da erkennen. Da ist vielleicht eine Geoglyphe in Schwertform. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es könnte da unten was sein. Neuer Kaugummi-Automat. Den gucken wir uns zuerst an. Der geht ja ganz fix. Das geht am schnellsten. Und wir haben ja noch einen Schubsautomaten. Das heißt, wir können wieder irgendwo hinfliegen. Dann machen wir die andere Sortierung wieder. Nach Angriffsstärke am häufigsten verwendet. Am häufigsten. Wo ist es? Am häufigsten hier unten. Naja. Der rein dauernd. Alola, ihr seid ja noch da. Panther, aber sowas von. Jetzt wo mein Internet ja wieder funktioniert, dann kann ich ja mal frei überziehen, ohne mir Gedanken zu machen und immer durchzurechnen. Wie viel haben wir noch auf der Karte drauf? Es ist so schön jetzt wieder. Endlich normal streamen. Es ist der Knaller. Automat sagt, wir haben alles gefunden. Sehr gut. Dann sind wir hier fertig. Und diese kleine Insel. Hier, das machen wir als letztes. Dann kann man sich irgendwo hinschleudern. Auf Nachbarinseln. Aber erst brauchen wir einen Teleporter. Und ja, der Teleporter ist wieder irgendwo auf einer Nachbarinsel. Und da ist er drüben. Der ist bei unserem Block-Konstrukt. Aber die sind gut, die kennen wir. Mit denen habe ich inzwischen die Routine. Kuba-Ino-Schreien. Also ich würde sagen, wir machen den Himmelsbereich heute noch fertig. Und ja, dann ist für heute Schluss. Schreien im Archipel von Necluda. Genau. Und er strahlt genau auf unseren Freund drüben hin. Das heißt, den müssen wir mal schnell verkloppen. Hier sind eine Menge von den kleinen Statuen. Alle mal ganz kurz angrabbeln, dann kriegen wir die schönen Sachen raus. Hier. Prima. Das haben wir, das haben wir. Und dann gibt es noch ein Viertes. Dann haben wir die vier Energiesphären zurück. Fünf haben wir vorhin ausgegeben beim Kaugummiautomaten. Jetzt ist wieder alles gut. Sogar noch ein Fünfter. Wieder alle zurück. Diese komischen Geister. Wo hast du Geister? Was spielst du schönes mit Geistern? Erzähl mal. Ein paar Pfeile. Ich bin gespannt, ob wir das Alpha- oder Beta-Konstrukt haben. Nebenan. Die Alpha sind ja immer sehr schön einfach. Die Beta sind ein bisschen anstrengender. Aber schaffen werden wir die beide. Die Gestalten, die hinter dir herlaufen, oder was sind das für Kreaturen? Das sind die, die wir müssen immer so Tempel befreien. Und wenn wir es geschafft haben, dann kriegen wir so einen Unterstützer quasi. Das sind unsere Freunde. Und die geben uns dann diese Geister quasi als Partner mit. Und die haben schöne Fähigkeiten. Der Große hier ist Juno. Und der ist diese coole Feuerkugel. Und der kleine Thulin hier, der kleine Flieger, der schießt man mit dem Bogen sehr schön. Und sorgt dafür, dass wir so eine, ja, schneller fliegen können. Sidon hier, der ist auch eigentlich sehr cool, aber der hat, ja, nur ein Wasserschutzschild und ein Wasserschlag. Den kann man irgendwie außerhalb von seinem Bereich kaum noch nutzen. Aber sie sind alle trotzdem toll. Also man kann die auch ausschalten. Im Inventar haben wir nämlich von denen Items gekriegt. Die sind hier. Und wenn man die halt deaktiviert, sind die weg. Aber normalerweise will man die haben, weil die helfen einem ja. Ich weiß nicht genau, ob wir hier wieder zurückkommen. Gerade hast du gesehen, mit dem A-Knopf konnte ich so einen Wind machen. Das ist dank dem kleinen Vögelchen, Geistfreund, konnte ich vorher nicht machen. Ach, hier kommen wir rüber. Am Ende müssen wir hier mit der Schleuder zurück. Aber erstmal heißt es hier, den guten Frechdachs dafür kloppen. Da ist er. Können wir schon sehen, wer das ist. Alpha oder Beta. Oh, Gamma. Gamma haben wir noch nicht gehabt. Gamma ist neu. Dann der dürfte noch schwerer sein. Gamma ist zum ersten Mal. Was nehmen wir da mit? Bei dem brauchten wir etwas Besseres zum Kloppen, weil die Dinger sind sehr robust. Nehmen wir einen 30er. Wir starten mal mit dem 30er und wenn er nicht genug Schaden macht, wechseln wir auf einen eventuell etwas stärkeren. Weil, wie gesagt, die sind durchaus ordentlich. Ich meine, wir kriegen wahrscheinlich einen Autosave, aber für den Fall der Fälle, damit wir nicht mal alles neu machen müssen, mit Ausrüsten und so. ab die Post. Warum sind so viele Sprungdinger? Oh, ich ahne es. Wir werden die Sprungdinger für irgendwas brauchen. Er hat uns entdeckt. Jetzt habe ich ein Foto. Nein, wir haben ein Foto weg. Ich brauche das Foto doch nicht. In der Hand ist es, ne? Ne? Doch, in der Hand ist es Teil. Da ist es nicht. Man kann es kaum erkennen. Moment. Moment. Hä? Wo ist das richtige Bauteil hin? Was hier unten? Sieht doch anders aus als die anderen. Jetzt ging es raus. War ganz komisch. Vorhin ging es irgendwie nicht richtig raus. Im Grunde müssen wir ihn gar nicht besiegen. Das Teil liegt da am Boden rum. Wo ist er hin? Wie haben wir ihn runtergekriegt? Mit Pfeil und Bogen, ne? Mit Bombenpfeil, glaube ich. Oder so ging es. Noch ein Pfeil? Ich glaube, wir müssen zweimal draufschießen. Jetzt ist er gelandet. Achte, meine Güte. Dezent, umständlich. Und der Würfel des Todes. Hupf. 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 Nein. Okay, das müssen wir nochmal machen. Eigentlich die gleichen Muster wie gewohnt. Das müsste passen. Ich wusste gar nicht, dass das mit Bombenpfeilen dort ein Ding ist. Habe ich mal probiert. Hat geklappt. Deswegen. Ganz früher wusste ich es auch nicht. Da bin ich immer aus der Arena rausgegangen. Wieder reingegangen. Dann hat er eine andere Form gehabt. Dann konnte man auch so kämpfen. Aber man kann mit Bombenpfeilen arbeiten. Scheinbar tauscht er das durch. Es hat sich verändert. Ja, ja. Weil ich meine, das erste Mal hatte ich es auch richtig gegriffen. Und der hat das ignoriert. Ach, wieder Kamera. Ja. Ich muss immer speichern, wenn ich die Kamera ausgeschaltet habe. Ja, es ist ungünstig. Normalerweise mache ich den Boss immer First Try, weil die sind eigentlich nicht so schwierig. Und die bisherigen Muster waren im Grunde ähnlich wie gewohnt. Also, jetzt haben wir die richtige Grabschand. Einmal kurz nochmal speichern. Mit der Grabschand. Jetzt können wir loslegen. Hat er uns entdeckt? Ja, er hat uns entdeckt. Lass mich in Ruhe. Wo ist das Teil? Da, 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 da. Na, nicht das. Ja, er wechselte wirklich mal aus. Der macht das ganz schnell. Und dann das Frechdachs. Ja, das war stets hier aber gut. Da kann man jetzt schön draufhauen. Todeswürfel, okay. Oh, da ist es Teil. Da ist es Teil. Welche Form ist jetzt dran? Seh dich nicht. Zeig dich. Natürlich die. Ähm, Bombenfall. Zack. Und nächsten Bombenfall. Da fliegt er runter. Muss er so weit weg sein? Wir machen minimalsten Schaden. Jetzt ist er erst auf die Hälfte runter. Und unser Roboterfreund. Das nächste Muster. Wieder Todeswürfel. No, 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 no. Da ist er. Da ist er. Richtige. Nein. Nein. Der zeigt es mir nur ganz, ganz kurz. Jetzt da unten haben wir es. Da oben ist. Okay. Welche Form haben wir jetzt? Die Bombenformen. Die Bombenformen wir. Und draufhauen. Reicht das? Kriegen wir es jetzt fertig? Komm, komm. Lass uns gewinnen. Nein. Ah, nochmal die Form. Okay. Was war das denn? Jetzt haben wir es. Yes. Wunderbar. Also. Und wieder schöner Loot hier. Wir können auch wieder eine Waffe verbessern. Wir haben schon alle verbessert. Wir können das da verbessern. Ja. Mach mal Essen. Gerachi, gönn dir. Wir machen hier noch ein Tempel fertig. Plus 37. Ja, so eine OP-Waffe hier. Dann nehmen wir die Grabschand. Die gute Grabschand. Okay. Jetzt müssen wir den grünen Kristall auf die andere Seite kriegen. Da drüben ist eine schöne Fluginsel. Du sollst mir Essen machen. Was? Ach so. Nee. Ich mach's dir nicht. Das musst du alleine machen. Ich weiß ja gar nicht, was du gerne magst. Ja. Ich denke, wir müssen hier rüber. Wobei der Abstand ist ja auch nicht unbedingt kleiner. Es muss auch noch Nebel kommen. Na, dankeschön. Obwohl, wir können es mit dem Katapult hier rüber schießen. Das sollte klappen. Nur wenn es runterfällt. Uuuuuh. Dann können wir es hier rüberheben. Ich glaub irgendwie nicht. Das wird nicht reichen. Erstmal kurz hier ablegen. Hier ist das Teil. Das ist ja nun fertig gebaut. Deswegen mit ein bisschen Glück ist das schon optimiert. Ja. Das ist perfekt hingestellt. Sehr professionell. Ja. Die waren zu dicht beisammen. Legen wir das Teil kurz hier ab. Machen das hier nochmal. Hinten dran ist so der komische Bohrpfahl in den Boden. Ich weiß nicht genau, warum der dabei ist. So. Wenn wir den jetzt hier rüber schießen. Der knallt voll gegen die Wand, ne? Es muss also leicht schräg sein. Deswegen, ich glaube, der Bohrpfahl, der muss gar nicht dran sein. Den machen wir mal weg. Nehmen wir das Ding nochmal hoch. Stellen das da hin. Damit es etwas schräg ist. Und so ist das doch ganz sympathisch. Ne? Wenn man hier jetzt drauf haut, fliegt es da hin. Oh, ich glaube, es müsste einen Tick höher. Ich glaube, das müsste noch höher sein. Wir müssen das ein bisschen steiler machen. so könnte das klappen. Ich bin gespannt, ob wir den den Kristall zurückbekommen, wenn das nicht klappt. Oder ob der einfach despawnt. Ja, weg ist er. Kommt er zurück? Hm. Ja. Ich glaube, der ist weg. Der ist einfach weg. neun. Dirachi, Prost. Was packst du? Können ja einen Probeflug machen. Ich habe überlegt, mich selbst erstmal zu schleudern. Aber ich dachte, der Kristall muss respawnen. Aber mal sehen. Prost. eigentlich zu 99% respawnt er auf jeden Fall. Gehen wir nachgucken. Da ist er. Da ist er ja. Wir haben nur die ganze Lauferei wieder. Wir können auch durch mehr von diesen Schleudergeräten da einbauen. Hier liegen ja noch genügend rum. Weil eben hat es ja nicht ganz gereicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Schwung. Ich habe noch Pizza Margherita im TK-Fach rumliegen, glaube ich. Uh, das ist doch super. Pizza Margherita, perfekt. Wenn du Lust hast, kannst du noch was drauflegen, ne, nach Geschmack. Weil ich persönlich mag es, wenn da ein bisschen mehr drauf ist. Salami. Salami muss drauf. Aber wenn du Margherita magst, wunderbar. Dann ist die umso schneller fertig. Genieß sie dann. So. Weil theoretisch, wir könnten natürlich unseren Katapult auch oben auf so einen Turm draufpacken. Das geht auch. Eventuell müssen wir das sogar. Oder benutzen wir hier diese lustige Stütze. Damit können wir das ja auch ein bisschen erhöhen. Ja. Machen wir das so. Oh, ich glaube nicht, dass der Winkel jetzt noch richtig ist. Das müsste mir so sein. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, haben wir genug Schwung oder haben wir nicht genug Schwung? Weil sonst müssen wir noch ein drittes Katapult holen. Zwei sind ja schon aufgebaut. Und... Oh, guck mal hier. First try. Naja, nach Optimierung. Jetzt müssen wir noch selber einmal hochklettern. Und bam. Achso. Hat ein bisschen wehgetan, aber nur ein bisschen. Ich habe vergessen, den Fallschirm zu benutzen. Hätte ich mal machen sollen. Ich glaube, ich mache mir auch noch eine Pizza. Habe auch noch eine Margherita im TK-Fach mit lecker Thunfisch. Da sind die besonders guten Margheritas. Sehr, sehr gut. Gönnt euch. Das rieche auch Lust auf Pizza. Aber es ist ein bisschen spät für mich. Weil ich gehe nach dem Stream schön ins Bettchen. Hier sind die Kisten alle leer. Nur gut. Nun bringen wir das Gute ins Ziel. Einmal ist keinmal oder wie war das? Genau. Ne, gönnt euch die Pizza. Als ich noch ein ganz junger Bisa war, da hat mir auch Margherita noch um Mitternacht eine Pizza gemacht. Wie gesagt, damals zu den Wrestling-Events. Das war immer toll. Die waren da immer wegen der Zeitübertragung in Amerika. So zwei, drei Uhr nachts. Und da habe ich immer lecker Pizza gemacht. Oder Schlemmerfilet. Pizza oder Schlemmerfilet. Einfach so ein schöner Mitternachtssnack. Aber heute, wenn man ein bisschen älter ist, dann, na ja. 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 Räumen uns die Belohnung ab. Dürfte ja Raurus-Belohnung sein. Bei mir ist Lieblingspizza Salami. Ja. Ich glaube, Salami ist die Lieblingspizza generell von Deutschen. Italiener haben es ein bisschen anders. Die mögen ja wirklich ihre ganz klassische Margherita sehr gerne. Aber in Deutschland verkauft sich, glaube ich, die Salami-Pizza mit Abstand am besten. Ein Sonanium-Bogen. 30. 30 ist schon ziemlich gut. Oh, wir haben gerade den coolen Ischien-Bogen benutzt, der so super weit schießen konnte. Ja, aber Stärke 10. Aber die Reichweite, ne? Reichweite kann halt richtig gut sein. Machen wir den Ritterbogen weg. Und ich sollte eigentlich den anderen Bogen auch ausrüsten, weil den Ischien-Bogen müsste ich mir aufheben für besondere Situationen. Zack. Ich esse am liebsten Margherita seit meiner Kindheit schon. Ja, ist ja auch lecker. Ist auch lecker. Nur ich persönlich habe halt meistens Lust, dass da noch irgendwie anderes Zeugs drauf ist, ne? Aber das kann jeder selbst entscheiden. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin auch über 30 und mache das heute auch noch ab und zu. Ich mag zwar auch Salami, aber am liebsten mag ich Thunfisch und Hawaii. Naja, ich mag auch beide. Also Thunfisch mit Zwiebelchen, ne? Sehr lecker. Und Hawaii tatsächlich auch. Hawaii ist süß und sehr umstritten, aber ich mag auch Hawaii. So, auf der rechten Seite waren wir, links waren wir. Wohin schießen wir uns mit dem kleinen Katapult? Das Katapult machen wir noch schnell, ne? Das Katapult machen wir noch schnell. Wo gehen wir mit dem Katapult hin? Weil ich sehe hier gerade nichts. Ah, da ist die Wasserfallinsel. Aber so weit kommen wir glaube ich nicht. Hier sind das kleine Bäumchen. Weil jetzt können wir uns hier zurückporten. Oh, dahinter ist noch eine Insel. Aha, aha. Ob wir so weit kommen? Oh, hier oben. Da oben ist noch was. Da müssen wir hin. Jetzt habe ich die Insel gefunden, für die das Katapult ist. Obwohl, kommen wir da hoch. Das ist auch ein Stückchen, ne? Das ist schon ein Stückchen entfernt. Wir probieren unser Glück. Ja, wir kommen hin. Wir kommen hin. Hier gibt's nix. Erzähl mir nix. Hier muss mindestens ein Krog sein. Hä? Oh, unser Roboterfreund ist wieder da. Er ist aber schnell respawnt. Oder ist das ein anderer? Ne, das ist der gleiche. Drüben wäre noch ein Bäumchen. Ist das eine Kiste? Ne, ne? Hier ist nix, ne? Das ist einfach nur eine Fake-Insel. Aha. Da ist was. Das war eins, wo man drauf klettern musste, ne? Hier musste ja was sein, ne? Ein Krog. Ein Krog. Zack. Meine Kinnis mögen auch Margarita am liebsten. Da muss bei denen aber immer noch etwas mehr Käse drauf. Die lieben Käse. Ja, Käse ist fett. Geschmacksträger, ne? Das ist immer lecker. Aber ist gut. Ist gut. Hans Busfahrer, schön, dass du da bist. Hey. Wir haben gerade hier den letzten Kartografieturm entdeckt. Im Himmel der letzten Schreine gemacht. Also, vielleicht. Ich weiß, vielleicht gibt es noch welche Versteckte. Und, äh, komm, als Finisher machen wir unten noch die Glyphe. Habt ihr noch ein schönes Video? Und die Videos sind immer sehr, sehr cool. Daher, wir fliegen da unten hin zur Schwert-Glyphe. Die sieht cool aus. Äh, mein, äh, Edeka hat momentan bei mir die Restaurante-Pizza für 1,59 im Angebot. Das klingt gut. Ich glaube, inzwischen kosten die normalerweise 2,79, 2,29, irgendwas in der Richtung. und unter 2,00 Euro. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Weil ich sie mir am liebsten eh selber mache. Sehr cool. Wie lange machst du noch? Nicht mehr lange. Wir machen jetzt schon ganz gleich Schluss. Weil, wir machen normal bis 23 Uhr und ich bin schon ein bisschen drüber. Ich meine, ich überziehe immer ein bisschen, aber so langsam ist wirklich Feierabend. Wir sehen uns ja morgen wieder um 18 Uhr. Das ist eher ein Säbel und kein Schwert. Genau, es ist ein schöner Säbel. Ja, ja, es ist eher ein Säbel. Hm, ist es da links unten das Auge schon? Wir haben noch so viel Energie übrig. Nee, das ist eine Pfütze oder sowas. Ich sehe hier noch kein Auge. Wir laufen jetzt einmal ab. Müssen wir hier den Krog finden und die Pfütze für das Video. Moment mal, ist das hier wüstert und heiß? Nee, ne? Top, 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 top. Bananen! Schwertbananen. Einfach mal am Baum dran. Das gibt es ja nicht. Normalerweise gibt es die nur bei Jigas. Das heißt, wenn hier Bananen sind, sind die Jigas auch in der Nähe. Na gut, jetzt haben wir ein paar Bananen im Vorrat. Ich kann die Glühve gar nicht mehr sehen. Nicht, dass die auf dem Berg ist. Was haben wir hier für Früchte? Was ist Zitronen? Nee. Elektrofrüchte. Na klar. Und eine Schatzkiste im Boden versteckt. Moment, wieso geht die so nicht raus? Hä? Ach! Ja, das nennt man hier Profischuss. Ein Schuss, ein Treffer. Wenn es beim Läunen heute auch so geklappt hätte. Grüß dich, Robert und Chad. Natürlich auch. Hebelheuger. Hey! Schön, dass du da bist. Wir sind gerade hier auf einer schönen tropischen Insel gelandet. Suchen jetzt hier das schöne Video für euch als Finisher. Und einen Stein, unter dem sich ein Krog versteckt. Weil normalerweise bei den Glyphen am Boden, das ist gerade so eine schöne Säbel-Glyphe. Und hier gibt es immer einen Stein, wo ein Krog drunter ist. Und einmal eine Pfütze. Hier ist die Pfütze. Das heißt, erst ein Video-Time und dann ein Krog als Finisher, Finisher, Finisher. Hast du den Läunen heute besiegt bekommen? Nee. Ich habe dann nach anderthalb Stunden gesagt, wir machen was anderes. Weil, ja, ich glaube, der ist für mich noch ziemlich knackig. Aber wir machen den noch. Also irgendeinen Läunen machen wir bestimmt. Wir brauchen für eine Quest auch. So, Video-Time. Und deswegen, genieß das schöne Video. Die waren ja bis jetzt alle immer großartig. Schade, aber ja, bei dem Zeitaufwand ist es verständlich. Ich schaffe normalerweise jeden Boss in zwei Stunden. Aber bei dem Läunen, ich war mir nicht sicher. Der Fortschritt war nicht so überzeugend. Ich meine, ich habe ungefähr rausgehabt, wie man ihn besiegen kann. Aber der hatte die eine Ansturm-Attacke. Da war ich noch nicht ganz klar, wie man da ausweicht. Ah. Aber jetzt habe ich ein Video. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs, kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Und dann geht es um den, wenn du mit dem Klappen auch. Und dann wollen wir das. Und dann wird die Klappen auch wiederkommen. Wir haben es doch noch geschafft. Das sieht sehr nach Ganondorf aus im Hintergrund. Nein, nein, nein! Das darf nicht sein! Königin Sonja! Der freut sich aber. Puh, jetzt wird so ein Bescheid, warum man überall die guten Zeldas gesehen hat. Das war jetzt so ein bisschen Spoilerhaft-Story-mäßig. Das war die Fake-Zelda. Das heißt, Ganondorf ist Fake-Zelda. Oder er hat noch einen anderen Charakter, der sich verwandeln kann in Zelda. Eine neue Erinnerung haben wir hier. Sonjas Tod. Sonja weiß, dass die Zelda vor ihr in Wirklichkeit ein Monster unter Ganondorfs Kontrolle ist. Als es sich Sonja und der wahren Zelda gegenüber sieht, lächelt es unheimlich und löst sich in Miasma auf. In dem Moment wird Sonja hinterrücks von Ganondorf ermordet. Schon ganz schön heftig, ne? Das neunte Video. Langsame Wahlen haben wir alle beisammen, ne? Eins und vier fehlt noch. Elf, dreizehn, vierzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Gut, die letzten kommen erst ganz später. Oh, das war so ein heftiges Video hier. Huhuhuhu. Ganondorf sieht echt geil aus in Theotica. Und das Lachen von ihm war extrem, extrem. Das war wirklich mega heftig. Aber so gemein. Ich mochte Sonja. Sonja und Rauru. Zwei so tolle Charaktere. Ich würde ihnen ein eigenes Spiel gönnen. Mit Thulin. Thulin auch noch. Thulin, Sonja und Rauru. Na, da war eine Ausdauerschrecke. Ich will den Krockstein noch. Krockstein und dann ist für heute Feierabend. Und der ist auch nicht ganz am Ende, ne? Und das Boot war hier gewesen. Das heißt, mit dem Boot müssen wir auch nicht zur Insel rüberfahren. Ah, die Insel da drüben. Die laufen wir sogar hin. Nicht hier hin. Hinten so eine Insel. Mmmh, die Insel. Die würde ich auch noch gerne machen. Aber die machen wir heute definitiv nicht mehr. Irgendwann ist Schluss. Nebeneinander ist nochmal so ein Sand-Kroko. Was ist das? Früchte? Ne, das sind diese Schießer, ne? Ja, was sollen die schießen? Ist der lieb? Ist der Photogen? Sumpfbüffel. Guck mal. Oh, perfekte Pose. Den Krockspot kann man potenziell auch von oben auf einen Blick erkennen. Da, wo ein Stein ist, ne? Meistens in irgendeiner Art Kringel. Also normalerweise ist er gut erkennbar. Ist der eigentlich Agro? Greift der an? Ne, ne? Das ist ein Lieber. Das kann sein, dass es so eine Art Leune ist, ne? Leunentaurus. Auf, auf, das ist eine Fledermäuse. Grabschand! Bang! Bang! Ich mag die Skeletthände. Die sind richtig toll, gehen aber leider sehr schnell kaputt. Machen aber tollen Schaden. Haben wir Stärke 20? Was machst du da? Nein! Och, Mensch, wieder einen langen Speer. Cheater. So, können wir das Ding auch wegwerfen? Der hat eine neue Grabschand. Nehmen wir die neue mit. Ach ne. Nehmen wir den Speer mit. Auch gut. Doch, er hat auch eine Grabschand. Nehmen wir den Speer. Speer ist besser. Gehen wir noch kurz weiter, weil das ist zu 99,9% am anderen Ende. Andererseits hier oben sind das Kokosnüsse. Wasserfrüchte, ne? Und die glänzen. Ich weiß nicht, gibt's Kokosnüsse im Spiel? Ach komm, die sind zu hoch? Wir kommen nicht ran. Kann Juno gegen den Baum schubsen? Es könnte sein, dass die runterfallen. Einmal gegen die Palme gegen. Nichts runtergefallen. Robuste Bäume. Daneben nicht. Oh, was hat denn der hinten für eine Armee? Der hat ja extra viele dabei. Zwei. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Der hat einfach acht Stück dabei. Oh ne. Da kommt der. Seh nix. Juno. Okay. Juno machen wir es halt so. Ich treffe heute extremst gut. Was stellen die sich da alle so komisch hin? Gut. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Einmal eine schöne Bummenbombe rein. Ich glaube, meine Waffen bringen gegen die überhaupt nix. Sind das alles hier schwarze Crocs oder was? Ich muss kurz mal ein Foto machen. Schwarze Bockblins, schwarzer Bossbock. Schwarzer Bossbock zum ersten Mal. Oh. Das ist eine komplette schwarze Truppe. Das sind die, die etwas heftigeren. So. Juno. Gut, dass du da bist. Tja. Die stellen sie alle bei dem Großen hin. Jetzt liegt er kurz. Ja. Schöner Headshot hier mit einer Bombe. Was die aushalten. Ups. Gut. Der Boss ist gleich im Eimer. Und die Kleinen. Irgendwie, die verhalten sich ja ein bisschen merkwürdig. Guck mal, die haben hier etwas getragen. Ja. 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 Muss man aufpassen. Ne, die sind gefährlich. Richtig gefährliche Bande hier. Acht Stück von den Schwarzen. Aber gleich haben wir die alle. Was gibt's hier noch? Das brennt nur. Ich hoffe, der Große regeneriert sich nicht. Und wenn ich Pech habe, regeneriert er sich. Dann wird's richtig schwierig. Der läuft hinten mit der restlichen Truppe rum. Hat er sich wirklich regeneriert? Ne, ne. Er ist noch nicht. Er ist noch angeschlagen. Konstruktbogen ist kaputt. Ja, dann nehme ich einen anderen Bogen. Dann nehmen wir einen 30er Bogen. Den da. Okay, Boss ist gleich im Eimer. Oh, daneben. Boss ist hinüber. Nein! Von hinten erwischt! Nein! Alle im Gänsemarsch. Ach, das war jetzt ärgerlich. Ich habe den hinter mir nicht gesehen. Ich dachte, alle wären vorne. Eine Enten. Eine Bockblindenfamilie. Die waren voll süß. Hätten wir mal was gegessen? Ja. Okay, wir können es nochmal machen. Da sind sie nochmal alle. Ich muss ein Foto nochmal machen. Nochmal ein Foto. Ah, guckt euch die Pose an. Perfekt. Ah, fast perfekt. Ich war ein Ticken zu nah dran. Ah, wobei das linke Bild ist echt gut mit der Zunge. Aber das rechte ist lustiger. Ich behalte das rechte. Aber die haben ein ganz komisches Kampfverhalten, ne? Die Kleinen kommen nicht alleine hin. Die laufen dem Boss hinterher. Und wenn der Boss nicht mitkommt, die machen alleine fast nichts. Autsch. Da hat ich meine eigene Bombe getroffen. Und man versammelt wieder alle bei sich. Die haben irgendwie eine ganz spezielle Kampftechnik hier. Aber für mich ist es halt schön. Die Bomben, die treffen immer fast alle, ne? Der Große ruft einfach die ganze Mannschaft zu sich. Sollten die sich nochmal ein bisschen versammeln. Ich sollte mich halt nicht einkreisen lassen. Okay, die flüchten wieder nach hinten. Ah, die haben wirklich eine coole Kampfmethode hier. Irgendwas ist an dem, was Besonderes ist. Wahrscheinlich irgendeine Quest, ne? Dass man die irgendwie besiegen muss. Oh, Thulin. Thulin hat wieder zugeschlagen. Ein guter Schuss. Oh, die sind ziemlich nah dran. Jetzt versammeln sie sich wieder hinten. Ah, der Kampf mit dem hier ist richtig cool. Und ein Bogen ist kaputt. Nehmen wir den. Gut, der nächste hinüber. Schnell alles einsammeln, bevor es despawnt. Weil ich weiß nicht, ob das alles halt gespeichert wird. Das sind ja eine Menge Gegner. Da hat er die ganze Bande. Na, aber der Boss guckt mir nicht in die Augen. Oh, da liegt er. Oh, ich glaube, dass er Abstand halten. Der nächste Bogen, der kaputt ist. Na, jetzt geht's aber ab hier. Oh, da steht nochmal auf. Immer noch nicht K.O. Oh, voll daneben geschossen. Das war's. Gibt's noch einen kleinen? Jetzt haben wir den. Schwarzer Bossbockhorn. Was ist ein neues Schwert? Felsbrockenhammer? Ne, das ist was Normales. Das war voll schön. Das war voll schön. Habt ihr grad einen Schrein gesehen? Da ist ein Schrein. Den kennen wir noch nicht, ne? Ja, den Speicherpunkt bräuchten wir schon. Und da drunter noch eine Hütte. Ne, ist keine Hütte. Aber den Schrein, den machen wir dann morgen. Ah, so. Ne, so nah ist er jetzt auch wieder nicht, aber... Oh, das war schön. Ist ja auch der Boss. Hätten wir mal was gegessen. Das linke hat schon was. Ja. Oh, das war so schön gewesen hier der Kampf. Und es waren die Schwarzen, ne? Die Schwarzen sind normalerweise schon ein bisschen heftiger. Aber dadurch, dass die so zusammenklebten, die waren immer zum Boss hingelaufen, waren die sehr träge. Ich habe jetzt eine Menge Pfeile verbraten, aber trotzdem. Oh, schön. Eigentlich müssten die irgendwas ganz cooles bewachen. Hier sind ein paar Bauteile. Und hier kann man mit dem Boot weiterfahren. Und am Ende ist nochmal ein Stein. Das ist der Krockstein, ne? Auch nicht. Nein! Nur eine Schatzkiste. Ne, diesmal ist es wirklich eine verbuddelte Kiste. Ne, Moment, so. Da ist es wirklich eine Schatzkiste. Okay. Dann die haben die bewacht. Mit einem Sternensplitter. Die sind eigentlich, glaube ich, selten. Was man mit denen machen kann? Keine Ahnung. Und da ist eine schöne Paradiesinsel. Wo wir mit dem Boot hinfahren könnten. Aber nicht heute. Nicht heute. Aber den Krock würde ich gerne noch finden. Nur, ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt von einem richtig coolen Kampf. Laufen wir es nochmal schnell ab. So viele Steine gibt es hier ja gar nicht. Da haben wir sogar Loot übersehen. Ne. Am Ende will der auch noch kämpfen. Das ist der Agro. Ne, ne? Guck mal, der läuft schon weg. Der ist ganz lieb. Der will nur spielen. Aber die gab es auch nur hier, ne? Ach, upser. Vor uns sind ein paar Gegner. Ah! Juno regelt die ja richtig toll. Einmal draufgehauen und fertig. Wo ist Juno hin? Juno macht das nochmal. Das war eben richtig, richtig gut. Genau. Das macht Juno toll. Ah! Jetzt kommen die Blobs noch. Okay, jetzt machen mit Juno. Das machen mit ihm. Und einmal zack. Ah, das sind die großen Blobs. Juno haut die großen Blobs auch mit einem Schlag weg. Das ist ja meine kleine Armee hier. Einfach OP. Ach, die sind ja noch da. Wobei, wir können die von hinten erledigen. Machen wir die von hinten. Nehmen wir dafür mal eine 25er. Nehmen wir die 30er. Hier kommen. Schleichen wir uns an. Und einmal schön auf den Popo hauen. Dann schaffen wir auch. Oh, schleichen so schön. Genug der OP Waffen. Das waren eine Menge Blobs. Das waren richtig viele. Wahrscheinlich so 20 Stück insgesamt. Was haben wir denn hier? Schwertkrabbe. Neues Foto. Heute überziehen wir mal ganz krass. Sorry, sorry. Aber es muss sein. Es muss sein. Wo ist der Stein hier mit dem Krog? Dank Ninja-Rüstung fliehen keine Insekten mehr vor uns. Das ist so großartig. Wir können jetzt alles jagen. Da ist noch ein Stein. Das sieht aber nicht wie ein Krog-Stein aus. Das ist auch kein Krog-Stein. Oder ist das vielleicht eine Glyphe ohne Krog-Stein? Das war die erste. Wir sind eigentlich die ganze Glyphe abgelaufen. Jetzt sogar zweimal. Die Steine sind normalerweise gerade schön einfach zu finden. Feuerfrucht. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, was ich übersehen habe. Angelstedt. Jetzt haben wir auch Angelstedt gefunden, wo die Piraten sind. Eieieiei. War das ja nicht so eine Stelle? Wo ist Juno? Juno? Okay. Ich glaube, das ist so eine Stelle, wenn man die anzündet. Da ist vielleicht was drunter. Da musst du nur draufhauen, gar nicht anzünden. Ist das der Krog von der Glyphe? Ne, ne? Ich glaube, das ist ein anderer. Ich glaube nicht, dass das der Richtige ist. Der hat mit der Glyphe, glaube ich, nichts zu tun. Wir haben da einen Krog gefunden. Wobei, warum ist der Krog an der Stelle gezeichnet? Ja gut, wir sind wahrscheinlich fertig. Angelstedt-Porte haben wir auch schon, ne? Ne, aber hier machen wir nächstes Mal weiter. Das ist ein toller Speicherpunkt. Angelstedt ist vor uns. Wir haben anderthalb Herzen. Das ist perfekt. Dann können wir morgen alle Piraten damit besiegen. Das wird wunderschön. So. Es ist von hier nach Mitternacht. Wir brauchen alle unseren Schönheitsschlaf. Also einige mehr, so wie ich, ne? Und ihr, ihr seid schon schön. Aber ja, ein bisschen Schönheitsschlaf ist immer gut. Und wir gucken nochmal nach, wen wir raiden. Wenn du Schwierigkeiten hast, schau es dir nochmal von oben an. Wir können nochmal runterhüpfen. Aber das mache ich wahrscheinlich später dann privat. Weil die letzten Krogs, ja, das ist nicht das Wichtigste. Ne? Wir machen so Spaß. Wir haben gerade einen Krog gefunden. Aber ich habe das Gefühl, der war nicht in der Glühwe drin. Also nicht im Muster. Und vielleicht hüpfen wir nochmal runter von oben. Weil ich müsste oben eh nochmal hin. Da war noch die eigene Blumeninsel. Mit eventuell den Schrifttexten. Machen wir vielleicht morgen. Ja. So. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Bis morgen dann. Dann danke dir, Robert, für den Stream. Schlaft alle gut. Und bis zum Abend zusammen. Yo. Also euch allen auch. Danke, dass ihr dabei wart. Wir raiden noch. Also wenn ihr ein paar extra Kanalpunkte haben wollt. Und jemand Lieben noch kennenlernen möchtet. Dann bleibt noch kurz hier dabei. Oh, hier haben wir was Neues. Details zur Pokémon-Kollaboration mit dem Van Gogh Museum. Oh. Oh, das sieht gut aus. Da sind schöne Bildchen. Vor allem das mit Relaxo, ne? Das ist ein richtig cooles Bild. Wo gibt's denn das? In Pokémon? Nachdem Anfang September eine Kollaboration zwischen Pokémon und dem Van Gogh Museum in Amsterdam angekündigt wurde, wurden heute nähere Informationen veröffentlicht. Die Aktion zum 50. Geburtstag des Museums wird ab morgen, dem 27. September, im Van Gogh Museum starten und bis zum 7. Januar verfügbar sein. Besucher, die ein Ticket für das Van Gogh Museum in diesem Zeitraum kaufen, können dann auch die Pokémon-Inhalte entdecken. Auf einer Ebene des Museums wird es insgesamt sechs Gemälde geben, die an Gemälde von Van Gogh angelegt sind, jedoch Pokémon zeigen. So gibt es unter anderem ein Pikachu mit einem grauen Filzhut, ein Sonnenflora, welches zwischen Sonnenblumen steht, oder Relaxo, welches im Bett von das Schlafzimmer schläft. Oh, das ist voll die schöne Idee. Oh, und es gibt sogar extra Plüschi dort vor Ort. Nein, so ein cooles Plüschi. Oh, haben will. Haben will. Heftig, heftig. Jo, ähm, Sugar ist noch online. Wir waren schon wieder eine ganze Weile beim guten Sugar. Dann würde ich sagen, da gehen wir rüber. Multikämpfe, Zuschauerkämpfe, VGC, für jeden was dabei. Hier. Perfekt. Also, da gehen wir rüber. Wunderbar. Ich kriege nochmal einen guten Schluck hier. Prost. Ah, herrlich. Also, dann danke, dass ihr auch heute alle dabei wart. Ich denke mal, es war heute super schön. Wir haben bei Zelda einiges erledigt. Und haben immer noch viel zu tun. Ja, morgen gibt's nochmal Zelda. Beziehungsweise heute in 17 Stunden und ein paar Minuten. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal reinschauen. Übermorgen. Beziehungsweise morgen. Am Freitag. Am Freitag geht's weiter mit Pokémon. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen super schönen Abend. Danke an den lieben Mods, die heute wieder super aufgepasst haben. Asura, Quax, Black Spy und Serra. Ohne Mods wäre ich hier völlig aufgeschmissen. Deswegen große Modliebe raus. Danke, danke, danke. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in 17 Stunden wieder. Wenn ihr mögt. Mit Zelda. Und ja. Gute Nacht ihr Lieben. Gute Nacht. Jo. Schön, dass ihr da wart, wie gesagt. Und ja. Normalerweise habe ich am Ende immer so wenig Zeit. Und jetzt habe ich noch Zeit übrig. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt Schönes? Ähm. Mir fällt nichts ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich könnte auf den Jetzt Raiden Knopf drücken. Das könnt ihr auch machen. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, ne? Das mache ich. Ich drücke auf den Jetzt Raiden Knopf. Dann raiden wir einen Ticken schneller. Also viel Spaß beim lieben Big Sugar. Und bis in 17 Stunden. Macht's gut. Tschüss und gute Nacht.